Moinsen, 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 Freunde, was geht? Herzlich willkommen und tschüss. Nein, Spaß. Freunde, was geht? Moin, moin, moin. So, ich hoffe, es läuft alles. Ich hab's heute mal selber versucht. Ja, ich musste heute gezwungenermaßen den Server selber vorbereiten, aber da ich ja so eine tolle Community und so tolle Mods habe, hat der liebe Moritz mir dabei fleißig geholfen, hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich so eine Map rucki zucki vorbereitet bekomme, ohne da viel Aufwand zu betreiben. Es gibt nämlich im Mod-Hub tatsächlich ein Mod, der nennt sich Easy Development Control und mit dem kann man tatsächlich einfach den Feldern sagen, so, alles Mais, alles Gras, alles, was auch immer ihr euch da vorstellen könnt. Fand ich auf jeden Fall cool, dass das funktioniert hat. Dankeschön, Moritz. Und ich hoffe natürlich, dass hier alles funktioniert. Ich wollte eigentlich schon wieder viel früher am PC sein. Ähm, wo sind meine Verfahren... Wo sind die Mods? Da wirst du echt aggressiv bei. Warum sind die Mods nicht mit drauf? Ich muss mal kurz was gucken. Oh, Freunde, ihr ahnt es nicht. Ich finde, dass das Save-Game jetzt kaputt ist. Oh, ja, mal einen Stream, Leute, anschmeißen, direkt loslegen, direkt eskalieren und alles wäre gut, aber nein, 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 der da oben meint es nicht gut mit mir. Freunde, was geht? Erstmal herzlich willkommen in den Chat. Schön, dass ihr einschaltet. Heute kann selbstverständlich jeder mitspielen, also jeder, jeder, der Playstation-Konsole, also Xbox, Playstation oder auch den PC besitzt. Das Einzige, was ihr braucht, ist das Bumps & Hoses DLC, denn wir werden heute unsere neue BGA befüllen. Ich gehe jetzt kurz mal in den Singleplayer rein, weil dann weiß ich wenigstens, woran es liegt. Ah, seht ihr, hier sind sie nämlich alle. Aha, aha, gut, ich habe das falsche Save-Game. Oh, puh, ich weiß, ich bin schon wieder am Schwitzen, Leute, und hatte wirklich Angst, dass das nicht funktioniert. Nein, es war das falsche Save-Game. Alles easy, Leute. Ich mache einmal kurz hier das Backup fertig mit dem korrekten Save-Game. Zip, erstellen, Save-Game-One. Dann, weil ich wollte heute mal wieder über unseren Deddy-Server spielen, damit die sich auch nicht fragen oder mir wieder eine Nachricht schreiben, äh, brauchst du denn den Deddy-Server noch? Ja, natürlich brauche ich den. So, XXL-Gras. Lohnunternehmen Neumann ist heute wieder unterwegs. Haben wir schon beim letzten Mal gemacht. Da war es allerdings ein Only-PC-Stream. Heute wieder mit dabei, Leute, ein Stream für jeden von euch. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir halt auch wirklich zusammenspielen können. Und das machen wir heute hier mit unserem Deddy-Server. 16-Zulot-Server, wieder möglich. Speichern. Mods sind hochgeladen. Start. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ich werde dann im Spiel natürlich auch das Passwort für euch anpassen, so dass ihr dem Server joinen könnt. Jetzt müssen wir erstmal kurz wieder laden. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Grüße gehen raus in den Chat. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Road to 50.000. Das Video von Freitag, 14 Uhr, kam auf jeden Fall schon mal sehr cool an. Ich habe euch am Freitag ein Video gepostet mit den ersten Factsheets zum Platinum Expansion Pack, DLC oder auch die Platinum Edition, was im November, ich glaube, 25. war es, erscheinen wird. Von Giant Software, Bestandteil des Season Pass, also auch da ganz wichtig, für die, die den Season Pass besitzen kriegen, dieses DLC, die Erweiterung kostenlos. Wer noch gar nicht das Spiel besitzt, holt sich am besten die LS22 Platinum Edition, denn die Edition ist im Unterschied zur Expansion, dass die Edition voller Bestandteil ist. Also Hauptspiel plus die Erweiterung Volvo. So, ich würde mal sagen, Leute, bevor ich jetzt hier rein daddle, wir werden jetzt erstmal eine Verlosung machen. Und zwar hatte ich ja im Stream erzählt, heute ist mal wieder geben angesagt und nicht nehmen. Heute gebe ich wieder was zurück. Wir verlosen im Laufe des gesamten Livestreams die D- oder das Pack, Pumps & Hoses an euch. Also, falls ihr Bock habt, Leute, seid aktiv im Chat. Eigentlich müsst ihr mehr nicht machen. Ich starte hier einfach mal mein Nightbot, der heute auf die aktiven User achtet. Das bedeutet für euch, ihr müsst einfach nur aktiv im Chat sein. Das heißt jetzt nicht, ich muss die ganze Zeit hier posten, posten, posten. Nein, Leute, das müsst ihr nicht. Ihr müsst einfach nur mit dabei sein. Mein Nightbot weiß dann automatisch, dass ihr Bestandteil des Livestreams seid. Und dann könnt ihr heute das Pumps & Hoses DLC Pack, Pack, ist ja, offiziell heißt es ja Pumps & Hoses Pack. Es ist ja kein DLC, es ist ja ein Pack. Gewinnen, Plattform dürft ihr euch dann frei aussuchen. So nett bin ich heute. Klar, PC wird bevorzugt, kann ich nämlich meinen Creator-Code nutzen, dann kann ich das nämlich über den Giant-Store kaufen. Also, spende mir quasi selbst eine Unterstützung. Das ist auch gut, so Brust, Leute. Aber die Plattform dürft ihr euch frei aussuchen. Das heißt, wenn ihr jetzt im Stream hier gewinnt, müsst ihr mich einfach danach auf den sozialen Netzwerken anschreiben. Ihr könnt auch meine Mods anschreiben. Und dann werden wir uns bei euch melden. Und dann könnt ihr, ja, mir eigentlich... Ey, das ist doch jetzt ein Witz. Wo ist jetzt die... Ich werde hier noch richtig aggressiv. Wo ist jetzt das... Ach, verdammt. Ja, Pumps & Hoses fehlt noch. Wie kriege ich das denn jetzt da drauf? Wie kriege ich denn jetzt das Pumps & Hoses auf meinen DD-Server? Das ist eine echt gute Frage. Mods? Weil der Fendt ist drauf, der MacBlack ist drauf, der Cetor ist drauf. Wie kriege ich denn jetzt da... Wie kriege ich denn jetzt da das Pumps & Hoses drauf? Weil auf der Startseite sagt ihr mir, ich kann's kaufen. Ja, aber ich will's ja nicht kaufen. Ich... Ich hab' es ja. Pumps & Hoses. Buy it. Ne, buy now will ich nicht. Ich hab's doch. Aber das ist doch nicht bei den normalen Mods. Ihr wollt mir doch verkackern hier. Mods. Nein, da ist das doch nicht. Das findet man nicht unter der Kategorie Mods. Da auf gar keinen Fall. Aber irgendwo muss es ja sein. Ach ja, wär das schön, wenn das immer so klappen würde. Freunde, dafür habt ihr aber noch mehr Zeit, den Stream zu teilen. Ähm. Teilen, teilen, teilen. Gerne abonnieren und den Leuten Bescheid sagen. Dann gehen wir nämlich gleich ins Spiel rein. So. Ne, das Problem ist halt, es ist hier nicht mit dabei. Moin Tim, grüß dich. Warum sehen wir nichts? Wie ihr seht doch was. Hier ist doch das Spiel. Phil Army. Der ist wieder mit seinem Fünfer dabei. Vielen Dank. Dankeschön, Phil Army. Let's go. Servus, Bananesser. Nein, also auf dem DD-Server ist es noch nicht drauf. Der liebe Phil Army. Vielen, vielen Dank für dein Support. Ja, ist mir schnuppe, Leute. Dann gehen wir jetzt ganz normal rein. Ich gucke es noch mal kurz. Ähm, Crossplay, ne? So. Das müsste eigentlich alles... Ja, passt. Ja gut, Leute. Ne, dann machen wir jetzt einen ganz normalen Server auf. Wir gehen hier auf 16 Spieler. Das, äh, sollte funktionieren. So. Na, dann gehen wir in den normalen Server. So, Verena, willkommen in Farming Simulator. Willkommen. Ja, dir, Raphael. Moin Kai. Hi, Paul. Kai, rote Tüchen an. Heute ist Liegestütze-Stream. Ich hab Sturm frei. Denkst du, dass sich Pumps & Hoses Pack lohnt, wenn man nur die BGA benutzt? OBS Studio, das wirst du jetzt gleich sehen, weil ich hab eine selbstgebaute, also in Anführungszeichen selbstgebaute BGA mit dem Pumps & Hoses Pack. Sieh's dir an. Es macht mir auf jeden Fall viel Spaß. Hallo, Verena. Moin. Sergei, grüß dich. Le Marvin, moin. Leo. Äh, Levin. Schön, dass du da bist. Hallo, Kerstin. Lemon Arc ist mit dabei. Lukas. Schön, dass du da bist. Hallo, Iveko. Hallo, Zockerbro. OberfrankenTV. Jetzt willkommen Patrick. Moin. Hallo, Richard. Ja, Sturmfreie Bude, Leute. Drei Stunden? Vielleicht vier? Vielleicht auch fünf? Ich hab keine Ahnung, wie lange meine Frau unterwegs ist. Trifft sich heute mit ein paar Freundinnen, die wollen was essen gehen. Ich hab gesagt, sie soll sich Zeit lassen. Ich hab gesagt, sie soll ganz lange wegbleiben. Ich hoffe, das hat sie jetzt nicht böse genommen. Aber so ist es nun mal. So, jetzt ist alles da. Jetzt ist alles da, Freunde. Herzlich willkommen. Wir treffen uns erstmal. Wir treffen uns erstmal. Der übrigens ist gleich erstmal für mich hier. Der Fendt29 VarioTMS. Wir treffen uns jetzt erstmal hier beim Shop. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, heute die BGA füllen zu dürfen. Denn die will ich euch gerne mal zeigen. Die will ich euch ja nicht vorenthalten. Wir hatten im letzten Stream eine eigens gebaute BGA in Betrieb genommen. Durch das Pumps & Hoses Pack. Gibt es ja da jetzt diverse neue Möglichkeiten. Ich hab die jetzt nochmal ein klein wenig aufgehübscht. Aber, Freunde, ich kann euch sagen, mega geil. Also ich find sie richtig, richtig stark. Hier, ne? Das seht ihr so ein bisschen. Mit Pumps & Hoses sind wir dabei. Aber das ist so die eigens gebaute BGA, die wir in Betrieb nehmen wollen. Wir haben den Hauptfermenter 20M. Juhu, Fendt. Ja, Kerstin, auf jeden Fall. Adi, grüß dich. Leute, joint im Server. Wir haben eine Gasfackel, die natürlich überschüssiges Methan verbrennen soll. Damit das aber nicht passiert, haben wir hier die AWUS 500+, die aus Methan-Elektrizität macht. Ich sag's hier, die Zubringer stehen gleich in Afrika. Ne, in Afrika nicht. So, hier die Bio-Kombi. Zum Einfüllen, der ist die Lager. Hier haben wir noch den Gülle-Behälter und den Gülle-Separator. Heute mit dabei, Leute, ein wunderschöner Klass Xerion. 3000er. Ein Klass 1611er. Hier, um in der BGA zu bauen. Wie gesagt, ich hab die ein bisschen aufgehübscht und ein paar Bäume platziert. Was ich schade finde, ist, ich wollte eigentlich den Fluss hier wegmachen. Also, ich wollte hier wirklich eine Staumauer bauen, den Fluss hier entfernen und quasi den hier wegmachen. Die beiden boxen, die so 5 Meter nach hinten versetzen und dann hier so einen Weg bauen, der hier noch eine Box macht. Das geht aber leider hier nicht. Man darf, dankeschön für 100 Likes, man darf leider den Fluss nicht entfernen. Schade. Hallo Tim, moin. Das geht leider nicht. German LP! Gut, dass das Bild nicht klappt. Was geht? Zock, aber übrigens, hast du Discord gelöscht? Hallo, Amigos! Hallo, Daniel! Hallo, Allah! Küsschen, geht raus! Dankeschön, German LP! Moin, viel Spaß noch im und mit dem Stream. Dankeschön! Hallo, Leon, moin. Wie machst du die ganze Map voller Gras? Eevee Easy Development Control. Ist ein Mod im Mod-Tab für PC. So. Zuerb, ich hab dir, glaube ich, 8 Nachrichten geschrieben seit gestern Abend. Keine einzige Antwort. Gamer Pastro, moin. Ich spiel jetzt Battlefield. Alles klar, Raphael. Viel Spaß mit dem Ego-Shooter. Da kommt PS4 rein. Perfekt. So, PS4 ist gejoined. Seht ihr ganz klar hier, ne? Slots auf 2, 6 runter. Leute, 95 von 100 Kanabitglieder. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wir wollten noch die 100 voll klatschen. Und, ja, wenn die natürlich gleich so in 1-2 Stunden voll ist, was höchstwahrscheinlich passieren wird, geht's hoch zum Haupthof. Also, Leute, das ist jetzt kein fiktiver Spielstand, ne? Das ist unsere Old-Stream-Farm, so wie ihr sie eigentlich kennt. Nur, dass wir heute die BGA in Betrieb nehmen. Also, ihr seht, das ist alles hier noch, ne? So wie ihr es kennt. Das ist unser offizieller Spielstand. Die 600.000, die werde ich nach Stream auf jeden Fall wieder löschen. Dann mache ich unseren alten Kontostand wieder. Aber so nehmen wir mal die BGA in Betrieb. Ich habe hier noch eine kleine Erweiterung für die Umpottung gebaut. Also, das bedeutet, wenn die Haupt-BGA voll ist und wir die Silage da wegfahren, ist ja irgendwann diese zwei Bunker sind ja dann auch irgendwann leer. Deswegen habe ich auf unserem Haupthof noch zwei Bunker gebaut, die wir füllen werden. Dann können wir nämlich während den anderen Livestreams einfach hier mit dem Anhänger mal rausfahren und rüber zur BGA fahren. Ich will diese BGA durch das Pumps und Hoses wirklich in Betrieb lassen. Also, das kann nur mega, mega geil werden. Das kann nur mega, mega, mega geil werden. So, wir gehen jetzt erstmal kurz in den Kleiderschrank. Ich muss mich natürlich noch dementsprechend umziehen heute. Wir haben relativ gutes Wetter, muss ich sagen. Also, ich denke mal, da sollte ein schönes Hoodie, ein schöner Hoodie sollte drin sein. Was haben wir denn hier? Ich bin ja gerade überlegen. Plan ET. Ja, passend eigentlich zur BGA-Tour, die wir heute machen werden. Ich gehe aber heute mal in der Jeans raus. Machen wir mal so ein bisschen, ein bisschen farbenfroher. Guck mal, so genau. Die Schülchen, die gefallen mir eigentlich. Die ziehe ich gerne an. Die, da finde ich so ein bisschen so aufmupfelig. Oh, die sehen auch cool aus. Ui, schön. Handschuhe ziehen wir heute mal aus. Ähm, Sonnenbrille ziehen wir heute auch keine an. Ich bin heute nicht cool genug. Ich ziehe meine normale Lesebrille an, beziehungsweise meine Sehhilfe, damit ich nicht aus Versehen hier einen Unfall baue. Das ist ganz, ganz wichtig. Dorfkind, moin. Daniel, mir geht's gut. Wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und das Hütchen. Das Hütchen. Machen wir heute mal Plan ET oder? Ich bin Maler. Ich bin Maler. Nein, wir sind heute keine. Ich ziehe die Mal. Die ist ganz cool. Ähm, so. Ja, aber warum, warum habe ich Fuss? Ich bin, ich bin, nichts gegen Fuss. Nein, aber ich bin nicht fussig. Hallo. Ich bin mal ein bisschen dunkler hier. So. So. Das sieht doch schon mal gut aus. So. Zap, zap. Sehr gut. Freunde, das freut mich Daniel. Sehr gut. Hallo Robin. Moin Tobias. Andreas. Herzlich willkommen. Leute, bringt die Jukebox zum Laufen. Haut das fette, fette Abo raus hier. Und dann machen wir heute die 48.600 voll. Let's go, Freunde. 88 Abos ist das Ziel für heute. Let's go. Bernd Werner haut hier schon mal einen raus. Dankeschön, Bernd Werner für das Abo. Karsten, schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Perfekt. So. So. Sehr cool, Leute. Sehr, sehr cool. Also, ich freue mich heute auf das Grashäckseln. Es ist für mich immer was Cooles, sowas. Ich weiß nicht. Mir macht es am besten Spaß. Ich mag so Grashäckseln und Mais häckseln. Das ist einfach eine schöne Sache für mich. Ich glaube, du wirst mich hassen. Ich habe vor, auf Xbox zu wechseln. Nein, wieso, Daniel? Ich liebe dich trotzdem. Und ja, wenn du das gerne möchtest. Warum denn nicht? Du kannst doch trotzdem mitspielen. So, Leute. Heute am Start. Klaas. Jaguar. Allerdings nur die 39er Version. Verena sitzt schon drin. X-Disc. Nein, nicht X-Disc. Derrick-Disc mit dem Zusatzanbau für die Seiten. Hallo! Nicht mich anhupen. Gleich kommen wir in der Nachbarn. Muss wieder so laut sein. Krone BX 85, Leute. Und Fendt Kartana ist mit dabei. Hat auch ein Krone X-Disc dran. Weil für den Fendt gibt es ja offiziell nichts. Kartana 650. Hier steht noch ein bisschen was Ersatz. Das sind ja unsere offiziellen Traktoren. Also, Leute. Hier ist auch nichts irgendwie jetzt neu gekauft oder so. Das sind alles Original-Traktoren, die wir auf der Map sowieso haben. Bis auf den Fendt 900H TMS. Den habe ich noch dazu geholt. Aber hier vorne, wie gesagt, kennt ihr Eddie? Unser Klass Axion 870 offiziell mit dabei. John D7810 war schon mit dabei. Der ist neu gekauft. Der Steier, Leute. Ich habe was für die Schweizer getan. Hier, Fendt 820 Vario TMS ist mit dabei. Geile Hänger, kann ich nur sagen. Die sehen richtig, richtig cool aus. Wir sind so am frühen Abend. 17.04 Uhr. Wir werden jetzt so bis 19 Uhr häckseln. Und dann werden wir einmal schlafen gehen. Und dann werden wir am frühen Morgen noch weitermachen. Hier ist mit dabei, Leute. Deutz, wisst ihr ja bereits. Wir haben allerdings heute die Trendbox-Systeme mit dabei. Trendbox ist ja ein neuer Mod. Hatte ich euch ja auch eine Mod-Präsentation zu präsentiert. Das sind IT-Runner. Also quasi IT-Runner. Absetzer, Absetzkipper. Speziell gemacht zum Mais häckseln. Dadurch steht hier vorne auch die Klappe. Benedikt. Dankeschön. Äh, Österreich. Sorry. Steier ist ja Österreich. Okay. Aber alles für die Schweizer und die Österreicher hier, Leute. Mit euch. Jeder soll sich ja hier wohlfühlen, ne? Jeder soll sich ja hier wohlfühlen. So. Ja. Und wir gucken mal kurz in die Map rein. Warum bin ich gut gelaunt? Warum bin ich denn schon wieder so gut gelaunt? Ah, ist ja Samstag. Samstag. Stimmt. Samstag. Andi, ich grüße dich. Leute, alles mit Gras. Alles voll. Wir ballern das Gras weg. Ihr dürft eigentlich als Hexer-Fahrer anfangen, wo ihr wollt. Ich grundsätzlich würde hier oben mal in der Ecke anfangen. Dass wir uns von hier oben mal runterarbeiten. Denn wir sind ja mit 16 Leuten auf dem Server. Das heißt, wir müssen natürlich weite Touren fahren. Sonst steht jeder zu lang rum. Ne, heute nicht. Sonst machst du mir zu viel Quatsch hier. Hast du mir ja nicht mal auf Discord geschrieben. Mein Juni, warum nicht? Bin leider krank. Andi, gute Besserung. Also ich würde nur sagen, wir fangen einfach mal da oben an, ne? Leute, Fendt 920. Vor allem auch nur, nur 920. Nicht 930, nicht 960, nicht 999. Nein, ist 920. Also was klein gehalten ist. Wir haben hier vorne Zusatzgewichte fest mit dran. Und ich würde echt sagen, ich finde den sehr, sehr schön. Und der hat auch einen schönen Sound. Der Innenraum ist echt top. Naja, also originalgetreu. Virtuelles Cockpit gibt es hier nicht. Hier gibt es... Doch, es ist ja, rein theoretisch ist es ja virtuell. Es ist ja keine Nadel, sondern es ist schon ein Computer, der da läuft. Aber halt nicht so hochmodern und leuchtend und alles. Wie auch immer, dass ihr manche kennen. Ne? So, verteilt euch und habt Spaß. Jeder, der Quatsch macht, fliegt ausnahmslos. Bro, passt mit auf. Der Zocker, Bro. Einer meiner Moderatoren ist auf dem Server. Der wird auch den ganzen Server über da biben. Den werden wir also nicht rauskicken. Wir werden alle halbe bis dreiviertel Stunde wechseln. Und ich würde sagen, jetzt baller ich erstmal das erste Pack raus, Leute. An euch. Mein Nightbot hat die aktiven User mal registriert. Und das erste Pumps and Hoses Pack. Im Wert von 17,99. Auf meine Kappe. Ich bezahle. Geht an... XenonFowlRollplay. Bist du da? Einmal kurz, äh, einfach nur mal in den Chat schreiben. Mal schauen, ob du da bist. Ist nicht das einzigste, Leute. Werden wir heute den ganzen Stream über rausballern. Den ganzen Stream über. Guten Abend, Lukas. Grüß dich. A123. Moin. Schön, dass du da bist. Levi's da. Moinsen. Xenon. Hab dich zwar noch nie bei mir gesehen. Ich hoffe natürlich, dass du Abonnent bist. Würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Ja, und der Patrick. Der legt hier natürlich schon mal gut los. Also, läuft mir hier, Patrick. Liegt das am Namen, dass die nicht fahren können? Okay, also ich glaube, beim Patrick will ich nicht mithäxeln. Ich habe Angst, dass der mir alles kaputt macht. Also, Patrick, wenn kein Platz ist, muss man das langsamer machen. Quantagosta. Ja, ruhig, Brauner. Ruhig. Wir haben hier absolut keinen Stress. Freunde, Trendbox-Systeme ist mit dabei. Wie gesagt, eine Art IT-Runner. Es ist eine Art IT-Runner. Ich weiß aber nicht, wie dieser Fachbegriff... Also, ich kenne nicht den Fachbegriff. IT-Runner ist ja eigentlich eine Eigenmarke. Aber das sind halt die Absetz-Container, die wir hier die Möglichkeit haben, ja, sie quasi an ein Feld dran zu stellen. Aber das machen wir natürlich heute nicht. Blackberry, natürlich. Blackwolf, ja, moin. Grüß dich. Blackbeast Gaming. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mit dabei bist. Also, für die, die heute gewinnen, Leute, schreibt mich auf Instagram oder Discord an und dann bekommt ihr von mir den Code zugeschickt. Wie gesagt, ihr müsst mir natürlich erstmal schreiben, welche Plattform ihr dann haben möchtet. Dann werde ich das Ganze kaufen und dann könnt ihr euch das gönnen. Wenn es für Konsole ist, muss ich euch das Geld überweisen. Dann müsst ihr euch das selber kaufen. Wenn es für ein PC ist, dann werde ich das über meinen Unterstützer-Link kaufen und euch den Code per E-Mail schicken. Hallo, Blacksys. Grüß dich. Servus. Der Weg. Gute Besserung. Wechselbälle. Wechselbrücke. Nee, Wechselbrücke ist beim LKW diese Festaufbauten. Winnie. Dankeschön fürs Abo. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Kannst du mal dein Gesicht zu hören? Nee, Sergej, ich bin zu hässlich für die Cam. Das kann es wenig antun. So, Patrick bereitet vor. Wunderbar. Genau, Patrick. In aller Ruhe. Lass dir Zeit, mein Freund. Wir wollen es heute mal richtig schön hier gestalten. Freue mich auf jeden Fall auf die ersten Touren in die BGA. Wieso kein Johnny-Hexer? Ja, wieso denn? Wieso denn nett? Heute, wie gesagt, Fendt-Katana, Klaas, Jaguar und ein Krode Big X 580. Oh, im Schneidwerk steht er nicht ganz gut. Schneidwerkswagen steht ein klein bisschen auf der Straße. Oder der Fahrer will links abbiegen. Nee, es steht tatsächlich leider... Es steht tatsächlich leider ein bisschen auf der Straße. Okay, das ist gar kein Problem. Ich werde das mal kurz umsetzen hier. Damit der Verkehr hier natürlich weiterrollen kann, Leute. Wir lassen den Verkehr nämlich an. Wo wohnst du? Sergej, das gebe ich auch nicht bekannt. Das ist Real Life. Da möchte ich nicht, dass das irgendjemand erfährt oder Sonstiges. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich euch nicht mag. Aber ich möchte es einfach nicht, dass die Leute wissen, wo ich wohne. Weil das ist mein Privatleben. Jonas, der Treckerfahrer. Willkommen. Danke, Stefan. Schön, dass du da bist. Nick, Ausrufezeichen mitspielen. Da bekommst du Servername und Passwort. Ich hoffe mal, dass er jetzt da noch steht, weil ich hier noch im Weg stehe. Ja, Niklas. Guten Abend, Leute. Was geht ab an diesem wunderschönen Samstagabend? Freue mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid. Patrick wollte nur die Karosserie beim Händler testen. Ja, ja. Und direkt in die Reparatur geben, ne? Die Hänger heißen Abschiebwagen. Abschiebwagen. Okay. Also ich kenne sie halt als Absetzer, Absetzcontainer. Ja, Xenon, du hast einer der ersten glücklichen Gewinner für das Pumps and Hoses Pack. Mein Glückwunsch. Grundsatz. Ja, es ist grundsätzlich so gegeben. Ihr solltet Minimum Abonnent sein. Warte kurz. Luca, moin. Dankeschön fürs Abo. Einen Moment. Ich mache jetzt erst mal die... Ich mache jetzt erst mal die Klappe runter. So. Ah, jetzt füllt er. Füllt er jetzt? Jetzt, jetzt. Ja, jetzt scheint er zu füllen. Er füllt nicht. Hallo? Nein. Was ist mit dem Pack los? Doch, jetzt. Oh, Glück gehabt. Okay, er füllt doch. Gott sei Dank. Ich kenne die Container oder Hänger als Abrollcontainer. Genau, ich kenne sie auch als Abrollcontainer. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, die Hänger hier wollen nicht. Gott sei Dank. Ich hatte jetzt echt Panik hier. Hakenlift. Genau, Hakenlift-Container oder ein Hakenlift-Anhänger. Das ist ja ein Hakenlift, ne? Also unter Abschiebwagen verstehe ich den Fliegel-ASW-Anhänger. Ja, ich kenne sie halt unter Hakenlift. Genau, Xeon. Einfach auf Insta schreiben, wenn du Insta hast. Natürlich. Patrick, lass die Büsche stehen. Oh, der macht schon Kratzer hier rein. Leute, die Dinger sind nur gemietet, wollte ich euch sagen, ne? Das kostet mich ein Heidengeld, wenn die zerkratzen. Das ist alles auf Miete hier, ne? Da muss ich schon wieder viel Geld für bezahlen, wenn ihr mir hier durch die Büsche durchfährt. Was würdest du tun, wenn jemand 5.000 Euro donatet? 5.000 wird nie passieren. Deswegen denke ich da gar nicht drüber nach, was ich dann tun würde, wenn es nicht passiert. Also ich weiß, was passieren kann und das ist auch schon mal passiert. Da bin ich dann auch absolut eskaliert. Aber 5.000, das sind unrealistische Summen. Also das wirst du so grundsätzlich nicht erleben. Ist nicht böse gemeint, aber das wäre auch Geld, das könnte ich nicht annehmen. Wollte es auch schon sagen, es ist ein Hakenlift. Hakenlift, ja, 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 ja. Hakenlift. Hakenlift Anhänger, Hakenlift Container. Wie man das auch sieht. Pate, du kannst auch ein Vorgewende bauen, ne? Verdammt, der Verkehr hängt da unten. Das hat ja nicht mal mein Auto gekostet. 5.000, wollte gerade sagen. Das ist ja eigentlich schon ein Kleinwagen, ne? Ausflippen, ich glaube, ausflippen kann man das gar nicht nennen. Das ist, ja, also es ist, glaube ich, pure Eskalation und absolutes Nicht-Verstehen. Aber sowas, das ist absolut unrealistisch. Es ist echt nicht böse gemeint, aber das sind Summen. Ich glaube, das wirst du in der Laufbahn so nicht erleben. Entschuldigung. Ja, Patrick, was machst du denn da jetzt? Links, rechts, links, rechts. Oh, jetzt fährt er auch noch Schlangeninien hier. Ui, 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 ui. So, warte, jetzt musst du erst wieder warten, bis ich neben dir bin, damit das hier funktioniert. Was war denn deine größte Spende? Meine größte Spende auf einen Schlag findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Dann hätte Pate Herzinfarkt. Ja, und wahrscheinlich keine Power mehr, weil dann müsste ich ja 5.000 Liebestütze machen, ne? Wofür ist die Mod? Wofür ist die Mod? Wofür, wofür ist welche Mod? Wie heißt die Map und gibt es die für die Konsole? Justin, das ist die Old-Stream-Farm. Und ja, die gibt es für alle Plattformen. Hallo, Fischi-Ein-On. Einen wunderschönen guten Abend. Ich glaube, Pate hat sie so offen. Was? Ne, sie so offen nicht. Nein, falscher Knopf. Nein! Das ist nur bei der Donation. Ja, Fabian ist möglich. Ich wollte eigentlich die Tabletten anschmeißen. Du musst warten, Patrick. Oh! Weißt du, halbe Bahn zu Ende gefahren und der füllt nicht. Du musst warten, bis ich neben dir stehe. Und mach doch bitte ein Vorgewende. Das ist ja eine Katastrophe hier. Was kann ich damit machen, was ich gewonnen habe? Ernsthaft, Jaxx-Zeron? Du hast das Pamsen-Hoses-Pack gewonnen. Ne kostenlose Erweiterung für den LS22. Und er fragt, was kann ich damit machen? Hast du LS22, Xeon? Bist du überhaupt LS22-Zocker? Jetzt kommt so, hä, was ist das? Ich dachte, das wäre hier GTA. Xeon, weißt du, was es ist? Also, kennst du dich damit aus? Also, ich hoffe jetzt nicht, dass du nicht... Das wäre jetzt so geil, so. Ja, ne, ich dachte, das wäre Roleplay GTA. Ja, ja, ich dachte, das wäre Roleplay GTA. Xeon, also du spielst schon Landwirtschaftssimulator, oder? Weil ohne den kannst du das gar nicht nutzen. Du bist schon LS-Zocker, oder? Also, diesen Code hätte ich auf Ebay verkauft. Meinst du? Und du meinst, du kriegst dann da 500 Euro für? Weil ist ja was Besonderes. Oder wie muss ich das verstehen? Okay, Xeon, ich dachte jetzt schon. Aber gut. Ja, 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 ja. So, macht Patrick Vorgewende. Ja, Gott sei Dank. Endlich Vorgewende hier. Gut, gut, LSGamer. Wie geht's dir? Wie lange du schon dein G29 hast? Äh, zweieinhalb Jahre mittlerweile. So viel, wie das DLC kostet. Ja, meinst du, du würdest das loswerden? Damit kann man anders auf die Felder kacken, als die wohnt. Achso, das ist auch eine gute Erklärung vom Pumps & Hoses Pack. Man kann damit anders auf die Felder kacken, als die wohnt. Lord Landschaft, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. So, ich muss mal kurz gucken, dass das hier läuft. Also, die Anhänger sind gut, auf jeden Fall. Aber sie laufen nicht ganz perfekt. Ich hab mein Gehnern seit März. Ist es kaputt, hab es zurückgeschickt. Lohnt es sich noch ein neues zu kaufen? Das musst du doch wissen, Landwirtzockerfahrer. Also, ich hab meins zweieinhalb Jahre. Und es läuft einwandfrei. Sebastian, guten Abend. Christian, schön, schön, gute Besserung, auf das du schnell wieder gesund wirst. Also, wie gesagt, ich hab Sturm frei und wir sind Road to 48.600. Wir sind auf jeden Fall jetzt so langsam auf dem Schritt zur alten Abonnentenanzahl. Also, so wie wir sie früher mal hatten. Ich glaub, wir haben aufgehört mit 540 zu rum. Weißt du, wann das Sticker-Album für den 22 kommt? Nö, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ben, howdy. Ich grüße dich. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Florian. Weißt du, wieso manche Maps aus den 19er wie Geiselsberg und Ellerbach nicht in den 22 kommen? Für Konsole, sondern nur für PC. Also, die Ellerbach gibt es ja schon mal gar nicht. Weil der Modder hat die ja nicht gemacht. Es gibt zwar eine konfettierte Version, aber nicht vom offiziellen Modder, sondern von einem, der es einfach unkonfettiert hat, die aber wohl richtig schlecht geworden ist. Mehr weiß ich auch nicht. Und andere, ja, ich denk mal, nicht jeder Modder macht weiter, sag ich's mal so, ne? René, einfach aktiv sein. Mit hier dabei sein. Liken und abonnieren. Und dann einfach im Stream mit dabei sein. Und dann könnt ihr heute das Pumps & Hoses Pack gewinnen. Eins hab ich schon rausgehauen. Weitere Folgen. Was sagst du eigentlich zum Need for Speed? Ich find's nach zwei Tagen mittlerweile ganz nice. Ich fand's schon am ersten Tag nice. Ähm, Need for Speed hat ja den neuen Trailer geleakt. Ähm, gibt ja bald ein neues Unbound, heißt das. Ich glaub, Unbound war das. Ein neues Need for Speed, ne? 90% bei Ende bei mir. Ja, ich fahr jetzt auch gleich schon. Weil allein schon mein Fan hat jetzt schon zu kämpfen hier. Und ich hab grad mal 51% drin. Deswegen, äh, ich werd auch nicht voll machen. Damit ich überhaupt noch hier wegkomme. Sonst häng ich nämlich hier irgendwann fest. Wir müssen gleich mal den Schneidweckswagen. Hier, äh, Nick, könntest du mal den Schneidweckswagen ein bisschen umsetzen? Geiler, das Team freut mich riesig, dass du heute wieder DLCs verlost. Leo, dankeschön, schön, dass du da bist. Ist es bei dir auch so, dass die Tastatur zur Zockung so ungewohnt ist, wenn man mit dem Lenkrad zockt? Ja. Nein, ist es nicht, weil ich hab noch nie mit Tastatur gespielt. Ich spiel ja immer mit Controller oder halt mit meinem Lenkrad. Seitdem ich zocke, entweder Controller oder Lenkrad. Was sagst du den neuen Maschinen für das Platinum-DLC? Justin, kann vielversprechend werden. Ähm, muss ich aber grundsätzlich sagen, müssen wir mal ein bisschen abwarten, was so das Volvo-Pack, also die Volvo-Inhalten so mitbringen, ne? Hi Thorsten, servus. Ich grüße dich, mein Freund. Schön, dass du da bist. Luca, Ausgabezeichen mitspielen. Unbound, ja, also der Trailer an sich war nice, aber das ganze Gezeichnete muss ich mich gewöhnen. Ich find's geil. Gibt mit Underground-Vibes. Ja, es ist so ein bisschen, es erinnert an alte Zeiten. Und ich muss sagen, klar, man muss sich an dieses Anime gewöhnen, aber irgendwie kann man auch das einstellen, ne? Kann man morgen mitspielen. Morgen? Boah, weiß der denn schon, dass ich morgen live komme? Hab von meiner Tante ein Lernbuch von Amazon geschrieben können für das erste Ausführungsjahr. Florian, nice. Und was von der Tante? Ja, auch cool. Die denkt mit, ne? Uns geht's gut oder mir geht's gut. Dankeschön. Rücken macht heute auch mit, zumindest jetzt noch. Der Deutz zieht ganz komisch. Ja, mein Fenty hat auch so kleine Probleme. Ich werde jetzt auch nur noch eine Tour fahren und dann geht's schon runter. Hallo, Oskar. Moin. Schön, dass du da bist. Man kann über Konsole nicht mitspielen. Doch, mein Juni, man kann über Konsole mitspielen. Bestes Beispiel kann ich dir gleich sogar zeigen. Hier sind Spieler von der Konsole mit drauf. Viele hoffen ja auf Radlader und Bagger von Volvo, was unlogisch ist. Radlader, okay, aber Bagger sind sinnlos. Ja, Bagger wäre dann eher so Bausim, ne? Radlader sollen wohl kommen. Also was auf jeden Fall kommt, ist der mit diesem Greifarm für Holz, ne? Der Radlader kommt auf jeden Fall. Hallo Linus. Aber Leute, jeden Freitag auf meinem Kanal Factsheets zum kommenden DLC. Und dann könnt ihr natürlich in aller Ruhe schauen, was so alles geplant ist. So Leute, ich fahre jetzt. Die Effekte kann man halt auswählen. Ähm, bei Heat die Unterbodenbeleuchtung zum Beispiel gibt angeblich krasse und harmlosere Effekte. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also, Leute, höchstwahrscheinlich auf meinem YouTube-Kanal bald. Ähm, Need for Speed Unbound. Kommt am 2. Dezember bereits raus. Ich wollte es mir auf jeden Fall mal angucken. Ich habe sogar mal EA angeschrieben, ob es vielleicht eine Partnerschaftsmöglichkeit gibt. Mal gucken, ob von denen was kommt. Ich weiß es nicht. Bei mir klappt es nicht. Mein Juni, dann wie immer falsche Suchbegriffe. So Leute, Fendt 29 Vario TMS mit 26.519 Liter Gras hinten drauf. Tom Berger, grüß dich. Ja, ja. Ja, ja. Das mit dem Stoppschild üben wir aber nochmal. Ich wäre so stolz drauf, wenn der Verkehr anders läuft. Ach stimmt, 15. Elf. Da kommt das D10. Nicht 25. 15. Ach, flühen wir mal. Machst du Ausbildung zum Landwirt? Eine Frage, ich bin gerade erst reinkommen. Wie viele Verlosen gibt es noch? Und wann kommt die nächste LS22? Ich sage dir, so wie es ist, wenn du nur hier bist, um was zu gewinnen, deabonnieren und gehen. Nein, Verlosungen werde ich nie ankündigen. Ich bin auch keiner, der dann in den Titel reinschreibt, heute Gewinnspiel. Ich habe es auf Instagram gepostet, damit die Leute es schon mal mitbekommen. Ich möchte euch aber keine Abos generieren, weil ich würde es eher traurig finden, wenn Leute mich abonnieren und dann in dem Moment auch noch gewinnen und dann wieder gehen. Weil es sollen ja eigentlich die gewinnen, die hier auch treue Seelen sind und immer mit denen in den Livestreams dabei sind. Weil ihr sollt ja hier sein, Leute, weil ihr Spaß am Spiel habt, weil ihr Spaß an meinen Streams habt. Und nicht mit, oh, dann gewinne ich ja heute was und dann kann ich wieder gehen. Ich weiß, LS22, deswegen sage ich ja, ruhig, ruhig Blut, mein Freund. Kommt alles. Hi Jason, moin, grüße dich. Mir hat Probleme, ja, ich sehe das da schon. Sockenbro ist anscheinend, ja, Sockenbro, das passiert, wenn du mit 300 um die Kurve fährst. Ich weiß ja nicht, wie oft ich dir noch den Führerschein entziehen muss. Barbara, guten Abend, moin, grüße dich. Schön, dass du da bist. So, wir müssen mal kurz anhalten, weil Sockenbro macht wieder alles hier kaputt. Kann ich eigentlich hier an dem Fendt irgendwas öffnen? Ich koppel mal kurz ab. Ich kann an dem nichts öffnen und schließen, das ist aber schade. Das ist aber schade, ich dachte, ich könnte hier mal die Fenster und so aufmachen. Wenn, fürs nächste Jahr, ich habe leider momentan noch keinen Führerschein. Ja, aber deswegen kann man doch Landwirt, trotz einer Ausbildung zum Landwirt machen, oder? Schöni, grüße dich. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Hey, hey, LS21, mach dir keine Sorgen, es ist alles okay. A123, einmal Ausrufezeichen Insta, da kommst du auf meinen Instagram-Account. Jakob, hi. Hast du schon den Erlkönig gesehen, der Krone, der Dreieckshexe? Ja, Justin, habe ich mir mal angeguckt. Navy, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, tatsächlich, der Erlkönig von Krone, dreiechsiger Häcksler. Wird ja von Krone momentan, ich glaube, das ist noch Entwicklung, ne? Also, kann mega, mega geil werden, Leute. Haut ein Like raus, denkt dran. Liken und teilen, wenn ihr Bock habt, Dankeschön. Bei mir bleibst du die ganze Zeit bei 10% stehen. Ja, aber siehst du, Juni, dann hat das aber nichts damit zu tun, dass Konsole dich mitspielen kann, sondern du musst jetzt mal das Spiel neu starten. Der Macher jetzt bekommen, Waldmeister, schön, dass du da bist. Bei den meisten Betrieben ist es schon praktischer, einen Führerschein in der Ausbildung zu haben, um zu den Feldern zu kommen. Ja, aber wie ist das eigentlich, Leute? Es heißt doch eigentlich immer, Azubis dürfen keine Maschinen bedienen. Ist das in der Landwirtschaft anders? Loll, war zuletzt im Stream bei 25.000. Boah, Navy, da bin aber lang her hier. Drei Monate ist das her. So lange warst du schon nicht mehr da. Nein, das ist aber wirklich lang. Like es da, LS22, danke, Dankeschön. Mit, Pracht-Chat oder ohne? Wenn du möchtest, mit, muss aber nicht. Du bist heute echt nochmal besser drauf als sonst. Was? Leon, Dankeschön. Guten Abend, Finn ist da. Schön, dass du mit dabei bist. So, erste Tour in unsere BGA, die übrigens, wie gesagt, selbst gebaut ist. Echt, in der Ausbildung als Landwirt darf man Maschinen bedienen? Okay, das ist krass. Guck mal, ich habe hier auch so ein paar Pöller hingestellt, damit die nicht auszusehen hier unsere Maschinen umfahren. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Wir spielen ja hier mit den Pumps und Hoses. Also wir haben hier auch Maschinen und alles stehen, ne? So, ich mache Ausbildungsbilder und einen Führerschein haben dürfen, Radlader, Autos und alles. Ne, 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 ne. Ich habe das so gelernt, aus versicherungstechnischen Gründen darf man wohl keine Maschinen bedienen. Also darfst in deiner Ausbildung wohl keinen, zum Beispiel, Radlader fahren. Ich hatte mich da auch mal informiert, allgemein, vor meinem Ausbildungsbeginn, ob ich, je nachdem, welche Ausbildung ich machen wollte, hatte ich mich einfach mal vorher informiert, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie als Gartenlandschaftsbau eine Ausbildung mache, ob ich da Maschinen und so bedienen darf. Und das hieß alles immer, nein. Und ich habe mir gedacht, ja, nö, dann nicht. Hallo, Gamerstar, ich mache eine Ausbildung zum Landwirt und habe auch keinen Führerschein, werde hauptsächlich im Stall eingesetzt, aber mit Führerschein darfst du auch ins Feld fahren mit dem Trecker. Ah, das ist geil. Okay. Ich darf weiter fahren, habe eine Einweisung, habe auch unterschrieben. Das ist ja auch cool. Ja, okay, dann ist auch geil. Okay, cool. Ich war im Praktikum bei Klaas, hatte einen T-Führerschein gehabt, hätte ich dort Drescher schleppen und so. Echt? Ja, geil. Ja, im Moment, fahren können und fahren dürfen muss man ja unterscheiden. Gebotenpulli, hätte ich bekommen. Kann ich schon kippen? Ne, ne, Sockenbrust noch da. Ich heiße nicht Serge, sondern Daniel. Da steht aber Sergei. Warte, hast du das gehört mit der Deutschen Bahn, mit Sabotage? Nö, keine Ahnung. Also alles, was Nachrichten angeht, Leute, ohne mich. Ich gucke absolut keine Nachrichten mehr. Ich höre keine Radionachrichten, weil einfach nur noch Chaos, ne? Kein Problem, Lukas. Welche Web ist das? Dorothee, das ist die Allstream Farm. Heute mit den Schleppern aller möglichen Marken. Und unter anderem hier ein Hakenlift. Wenn du einen Schulflügel für die Maschine hast, ist das in Ordnung. Ja, das ist geil. Ja gut, und ich denke mal, der Chef, der sichert sich dann damit ab, dass er das unterschreiben lässt. Damit es dann heißt, du hast ja dafür unterschrieben, dass du deine Einweisung hast und so. Und dann, denke ich mal, ist das versicherungstechnisch anders gesehen, ne? Hallo Robert, moin. In der Schweiz ist der Traktorführerschein G40 Pflicht bei der Lehre. Mit 14 kann man den G-Führerschein, bis 30 kann man Theorie. Und dann noch die G40, dass man bis 40 fahren darf. Das ist dann das Praktische. Achso, und das ist dann praktisch. Achso, okay. So, wartet, Leute, chillt mal kurz. Ich schiebe mal kurz auf hier, bevor hier Chaos entsteht. Ist ja mein Fluss mit dabei. Ne, dann wäre es ja kein Crossplay, ne? Carsten, Ausrufezeichen mitspielen, da bekommst du Servername und Passwort. So, eigentlich bräuchten wir wen in der BGA, aber irgendwie will keiner in die BGA, ne? Marinos, moin. Da merkt man, dass ich gut gelaunt bin, ja, ne? Seid ihr auch gut gelaunt, Leute? Auf jeden Fall, vielen Dank für all die, die mit dabei sind. Mega geil von euch. Wir haben gestern Gras gehackt, für den ersten Schnitt halt gar nichts gebracht, wie das Gras nicht gewachsen ist. Ja, es war auch einfach zu trocken, ne? Ich durfte beim Praktikum, beim Praktikum sogar schon, Schäfer und Weidemann und ein Cutbagger fahren. Läuft bei dir, würde ich sagen. Das ist natürlich geil, beim Praktikum schon. Wenn noch ein Platz frei ist, würde ich kommen und die BGA machen, Landwirtzuckerfahrer. Ich weiß nicht, ob noch Platz ist, aber normalerweise habe ich das wieder so eingepottet, dass es hier tatsächlich auch ein, zwei Leute in der BGA gibt. Aber Verena hat schon geschrieben, sie würde schieben. Dankeschön, Verena. So, zack, ich gehe wieder in meinen 29 rein. Doch, ich darf mal egal, aber aus mit den Maschinen und so fahren, da gibt es auch extra eine Schulung. Ich habe die Schulung noch nicht, aber ich darf trotzdem fahren. Ja, Waldmeister, du darfst, weil dein Chef wahrscheinlich sagt, ja, mach. Aber ich glaube, wenn da ein Unfall passiert, ist dein Chef nicht versichert. Außer er sagt einfach, höchst du, er wäre anders gefahren. Warum ist Gras im Silo statt Häxel gut? Ist das deswegen schon so voll? Äh, Bro, kannst du mal zur BGA kommen? Ist das... Ich habe mich gerade auch gewundert, warum ist das so grün? Also so dunkelgrün? Und warum ist das schon so voll? Das ist doch Gras! Wie gären Silage 30%? Tim, nicht kippen! Leute, hier ist was schief gelaufen. Ich habe mich schon gewundert, so von wegen, so, dass sind da erst 3, 4 Wagen? Warum ist die Box schon voll? Hier steht, gären Silage 30%. Hier stimmt irgendwas nicht. Wir checken das mal, Leute. Hier, erst mal, Verena, stell dich mal quer hier vor. Wir machen die Box mal zu. Wie sieht es hier aus? Okay, Füllstein, Häxel gut 0. Also hier dürfte es eigentlich gehen. Ich habe mich echt gewundert. Lucifer, moin! Verena, hol dir mal oben die Silage-Gabel. Die geht ja auch für Gras. Und dann holst du das hier mal raus und fährst es mal da rein. Das müssen wir mal checken, Leute. Hier scheint irgendwas falsch zu laufen. Hallo, Thorsten. Moin! Ne, Maisplus nutzt man nicht. Ah, geil, hier fährt ja sogar die... Jawohl, das sieht schon besser aus. Ja, erst gehen wir mal. Das ist die Alt-Stream-Farm. Das sieht schon viel besser aus. Let's go, Freunde. 73 nur noch. Vielen Dank für die, die abonnieren. Das sieht schon viel besser aus. Füllstein-Hacksel gut 24.000 Liter. Jawohl. Okay, also die Box geht. Die Box geht. Ja, Verena, hier müsstest du mal oben hinfahren, Verena. Da oben an der BGA steht eine Silage-Gabel. Äh, Tim, äh, da ist die Ausfahrt eigentlich, ne? Leute, da ist eigentlich die Ausfahrt. Würde es ein Preview-Video zum Platinum-Add-On geben? Natürlich, Lukas. Hier, das ist eine Schaufel. Hol mal mit der Schaufel... Du kannst ja den Radlader nehmen. Ne, nicht den Xerion, sondern den Radlader. Ach, der ist schon dran, der Sockenbro. Das müssen wir jetzt mal da rausholen. Ich würde sagen, wir lagern... Was macht der? Wir lagern das um, ne? Sockenbro, ne? Ja. Wir lagern das einfach mal um. Das müssen wir ja rausfinden. Verena, du kannst dann hier schon mal schieben. Und Sockenbro holt jetzt das Gras raus, kippt es hier rein. Da müssen wir tatsächlich mal gucken, was das Problem ist. Hier scheint irgendwas schiefgegangen zu sein, Leute. Okay, das checken wir. Ich hab direkt mal angerufen, ne? Dass hier mir schnell geholfen wird. Und mir wird ja auch schnell geholfen. Deswegen fahr ich jetzt erstmal kurz weiter. Und bis dahin werden wir das Problem gelöst haben. Natürlich, Confield. Du darfst eigentlich das machen, wozu du dich bestimmt fühlst. Und was auch gerade an Aufgabengebieten frei ist. Das ist gar kein Problem. Fast 300 Zuschauer. Leute, das sind die Streams, die ich liebe. Wenn hier richtig was los ist. Vielen, vielen, vielen Dank. Bringt alle eure Freunde mit. Komm, wir haben doch samstags eh nichts vor, Leute. Es ist viertel nach sechs. Es ist Samstagabend. Es ist doch eh nichts los. Da muss ja wohl der Chef angerufen werden. Ja, ich hab mich ja selber angerufen, quasi. Ja, nee. Problem wird behoben. Da scheint irgendwas mit dem Bunker schiefgelaufen zu sein. Wir werden den gleich mal einfach auseinandernehmen. Und ich würde sagen, wir reißen die Wände komplett ein. Und bauen einfach schnell aus einer Betonschalung und Fertigzement einen neuen Bunker dahin. Hallo Leo, moin. Ich grüße dich. Ich finde den Server nicht. Luca, Ausrufezeichen mitspielen. Hallo Lukas, moin. Denkt dran, immer die richtigen Suchbegriffe müsst ihr verwenden. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Das muss wohl der Abreißmeisterin. Der Abrissmeister. Ja, einmal bitte Abreißung kommen. Konnte jetzt zwei Wochen zwei LS spielen, aber ab Dienstag endlich wieder. Du konntest jetzt zwei Wochen zwei LS spielen. Welche zwei LS hast du denn gespielt? Kommt schneller, wir knacken heute die 48.600. So sieht es aus, Kerstin. Teilen, Teilen, Teilen. Kurz zu Bausim wechseln. Ja, ja, wir wechseln gleich kurz zu Bausim. Du sagst es, Kerstin, genau so. Wir wechseln gleich mal in den Bausim und bauen einfach mal schnell eine neue BGA. Ja, warum denn nicht, Leute? Wenn man es kann. Dossi, vielen Dank fürs Abo. Herzlich willkommen. Auch du bist natürlich hier willkommen. Iceman, einfach die Mods herunterladen, über das Beitreten. Ach, kein LS. Und Jan, Dankeschön fürs Abo. Herzlich willkommen. Schön, dass du abonnierst. Schön, dass du mit dabei bist. Ich danke dir recht herzlich. So, anscheinend ist der Server noch nicht voll. Es joinen nämlich immer noch Leute. Eigentlich muss ich meinen Daumen die ganze Zeit auf X lassen. Damit ich ganz schnell annehmen kann, um dann wieder zu lenken. LH, einen wunderschönen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie machst du eigentlich die Bearbeitung im Stream? Serge, welche Bearbeitung? LH, Grüße gehen raus. Ohne Idee, ist ich aber nicht mit mir. Nein, leider nicht, Leo. Pumps und Hoses wird benötigt. Mehr aber auch nicht. Ich verlos aber das ja auch während des Streams, ne? Oliver, das ist die Oldstream-Farm. Schön, dass du mit dabei bist. Ich habe das Video schon mit 32 Freunden gefolgt. Gersin, ja, dann sind wir ja schon 32 Leute mehr, ne? Deutsch-Farm macht's gut. Hallo, Dirk, grüß dich. Endlich hat das mit dem Fliegel ASW geklappt. Janik, perfekt, sehr gut. Guckst du heute auch Bayern gegen Dortmund? Ne, Lukas, ich bin absolut kein Fußballfan. Also was ich gerne gucke ist WM und EM. Mehr aber auch nicht. Also ich gucke keine Bundesliga, keine Champions League. Ja, ich gucke mir den einen oder anderen Twitch-Stream an, der FIFA zockt. Aber auch nur, wie die ihr Geld auf den Kopf hauen und dann da die Packs ziehen. Ähm, ja. Also ich habe Mitspiel geschrieben, aber finde den trotzdem nicht. Lukas, Mitspiel hast du ja erstmal Server-Name. Über den Server-Namen kannst du dann das Spiel suchen. Du musst halt dran denken, lass es dir mit Passwort anzeigen und lass dir vor allem volle Server anzeigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Hast du FIFA? Nein, nein. Ich habe das letzte Mal FIFA gespielt, das war FIFA 23. Oh, Patrick, schön angezogen heute hier. Schick, schick. The Muffin Man, grüß dich. Hallo Dirk, guten Abend. Schön, dass du da bist. Willkommen in meinem Livestream. So, sechs Plätze sind noch frei, schreibt Micha, dann dürften es jetzt noch fünf sein. So. Hast du gestern Hubert ohne Staller angeschaut? Was ist das? Nee. Ah, ich habe gestern Zeitung gelesen, als ich einkaufen war, stand ich an der Kasse und habe in die Zeitung reingeguckt. Da stand drin, dass die Ehe von hier Bauer Heinrich, wie heißt der Bauer Heinrich? Und, äh, ich bin fick und fertig, irgendwie eine größte Lüge ist. Habt ihr da was mitbekommen? Wirst du mal FIFA spielen? Nee. Ich kann nicht wünschen, das ist schade, Lukas, weil ihr fehlt wahrscheinlich das Bumps and Hoses Pack. Ich verlos das aber in dem Stream über. Eins habe ich schon rausgehauen, ein paar Folgen noch. Ich möchte euch heute mal wieder was zurückgeben. Das mache ich, Leute, damit ihr auch versteht. Ich bin kein YouTuber, der einfach nur hier Hand aufhält und sagt, oh, spendet mal, spendet mal hier. Ich brauche Geld, Geld, Geld. Nein, ich gebe auch gerne zurück. Das ist einfach nur mal so. Und das, was ihr spendet, geht ja auch in den Kanal rein. Das ist mir ganz, ganz wichtig, Leute. Bauer Herrmann ist Legende. Jaja, aber es ist wohl eine Lüge, was die Ehe angeht. Die ist wohl nur von dem Sender so fiktiv erfunden worden wohl, ne? Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe einfach nur kurz mal reingeblättert. Aber du kannst ja an der Kasse nicht wirklich Zeitung lesen. Dann kommt die Kassiererin direkt an. Wollen sie die kaufen oder nur so angucken? Hast du im Lotto gewonnen? Nein, wieso? Hat Alex dir Geld geschwindet? Nein, wieso? Hat Kai dir Geld geschwindet? Nein. Einfach so. Hallo, Marco. Moin. Schön, dass du mit dabei bist. Wegen den Armen? Wieso das denn? Du hast das beide Arme gebraucht, oder was? Wie viel kostet das DLC? Samine, das Pamsen-Hausberg kostet 17,99. Ich glaube, ich sage das immer richtig, ne? Mein 17,99 war es. Ich habe ja nicht alle Preise im Kopf, Leute. Wäre ja krass, wenn ich alles im Kopf hätte, ne? Ja, Leon. Ich habe von LS Seitenkonsole eine. Guten Abend, Michel. Mir geht es gut. Wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Hallo, Roland. Ich mache mal das Radio ein bisschen lauter, ja? Dann können wir auch direkt mal abschalten. Guck mal hier. Ihr seht, wie die fleißig dran sind hier. Was geht ab? Iceman! Dankeschön fürs Abo. Danke. Gibt es das Pamsen-Hausberg als DVD? Ich glaube, ja. Ich glaube schon. Roland, guten Abend. Grüße dich. Hallo, Daniel. Wünsche ich dir auch. Funktioniert die Seitenkonsole auf Xbox? Nein. Es gab aber mal von LS Seitenkonsole eine Seitenkonsole für die Konsolen. Die Produktion wurde aber eingestellt, weil die Kosten einfach zu enorm waren. Ich muss sagen, ich kaufe die Zeitung morgens zum renunzierten Preis. Oh ja, ich wurde da echt einmal dumm angemacht. Da war eine Riesenschlange vor der Kasse und dann nehme ich mir immer eine Zeitung und lese die. Und dann hat die echt gefragt, wollen die die kaufen oder nur so angucken? Ja. Bis letztem habe ich mir einfach einen Spaß gemacht und gesagt, ich habe Eis. Können sie eine neue Kasse aufmachen? Haben die gemacht. Fand ich ganz lustig. Übrigens, jetzt gibt es Eis im Angebot, Leute. Die wollen ja eher eislos werden, ne? Ja, es geht auch ganz gut. Ich spiele auch die ganze Zeit mit dem Trecker schon und bald kriege ich einen neuen Rechner, der noch besser ist und dann kann ich auch mal mit online spielen machen. Ja, Michel, sehr, sehr gerne. Wir würden uns überfreuen. 17 Euro und dann verlost du das auf Ehre. Ja, nichts auf Ehre, sondern auf Kanal. Für die Community. Für die beste Community, die ich jemals erlebt habe jetzt hier, Leute. Es ist einfach so. 200 Likes. Jo, 200 Likes sind auch drin. Dankeschön. Ja, Dorothee, gleiches Thema Kontrolle. Produktion wurde aber eingestellt. Jo, was geht's? Space Monkey. Haut über die Sticker-Funktion. You are amazing. Und zwar nie raus. Vielen, vielen, vielen Dank. Space Monkey. Herzenswärm der Community ist für dich, ne? Vielen Dank für deinen Support. Nice one. Dankeschön. Danke, danke, danke. Bin jetzt so gehypt auf Unbound, dass ich jetzt hier zocke. Ja, ich kenn das, Daniel. Guckst den Trailer und denkst so, boah, geil, geil, geil. Und dann guckst du so. Ja, guck mal was auspacken, ne? Ich spiel mal wieder ein altes. Dankeschön, Space Monkey. Danke, danke, danke. Also Unbound kann geil werden. Mercedes ist mit dabei. Was war das dann? War eine alte E-Klasse, ne? Ein 190er. Ist denn der Gewinn für PC oder PS4? Nee, kannst du dir aussuchen. Ich krieg nächsten Monat ein PC und endlich 22 Spielen zu können. Ja, Sabine, nice one. Dann kann ich dir nur empfehlen, nächsten Monat, Sabine. Wenn du Geld sparen möchtest, warte noch. Ne, Moment, aber nächsten Monat ist ja für 11. Sabine, hast du schon den LS22? 190E, der ist echt geil. Ja, ich mach mir das auch schon wieder so im Kopf aus. Der cool, mein Moin. Daniel, so im Kopf schon wieder den zu tunen. Silvertank, guten Abend. Also, das wird schon geil. Ne, mein Kopf, das ballert schon wieder so. So ein 190er E-Fahren. Ne, ein Mercedes 190E. Und den dann aufzutunen. Das kann doch nur geil werden, oder? Säge, ich weiß nicht, was du meinst. Sorry. Ist nicht böse gemeint. Das meinte ich mir echt schon wieder so im Kopf aus, wie man so tunen kann. Und ach ja. Seit einmal. Ach so, okay, Sabine. Weil am 15. November erscheint ja Platinum. Und wenn du den jetzt noch nicht gehabt hättest in LS, dann hättest du dir die Platinum Edition kaufen können. Dann würdest du Geld sparen. Weil das ist das Hauptspiel plus die Erweiterung. Nächst Monat ist Black Friday. Echt? Nächst Monat ist schon wieder Black Friday? Okay. Silvertank? Ne, heute nicht. Wieso? Bist du jetzt böse? Wer ist auch Hexer? Kerstin, wir können auch gleich mal Hexer fahren. Natürlich. Es könnte sein, dass ich zu Weihnachten einen Laptop bekomme und dann mitschriffe. Ja, Florian, sehr gerne, wenn du Bock dazu hast. Darfst du gerne mal ein NVA-Fotografie. Guten Abend. Silbernes Krönchen ist am Start. Was geht, NVA? Vielen Dank. Silbernes Krönchen in der Kanal-Mitgliedschaft. Sehr geil von dir. Bei mir kommt die Zeitung momentan einen Tag später mit der Deutschen Post. Da habe ich da angerufen und gefragt, ob sie mich verarschen wollen. Die haben momentan keine Zusteller mehr. An dessen kommt die Tageszeitung verspätet. Schlimmer wäre das Tagesprogramm. Stell dir mal vor, du kriegst so eine Zeitung mit Fernsehprogramm drin. Drei Wochen zu spät. Ja, was läuft denn morgen? Oh, geil. Der Bachelor. Ah, ne, ist ja schon vorbei. Ne, ich dachte, du bist dann wieder im Wald unterwegs. Ne, ist ja heute in einem Fendt 29 TMS. Der coolen Mann, er hat einen großen und du einen kleinen, oder? Er hat einen großen und ich einen kleinen. Ja, wenn er nicht auf das Teil besprochen ist, kann gut sein, ja. Hi Thomas. Schön, dass du da bist. Reform, moin moin. Grüße gehen raus. Guck mal, ich zeige dir auch gerne mal von außen. Ein schöner, richtig schöner ist das hier. Und dann noch mit dem Hakenlift hier. Wieso kein 1050 Vario? Weil der 1050 bisschen zu groß für die All-Team-Farm. So, einmal wieder hochfahren. Jetzt gleich gucken wir uns das Problem an der BGA an, Leute. Wir haben echt ein Problem mit der BGA. Da ist angeblich ein Bunker befüllt mit Hexegut, was nicht stimmt. Bester Tag erst gegessen, wie Gras gehexelt wurde. Und dann nun... Was, was, was? Ach, gesehen! Ach, du hast in Real-Life gesehen Grashexe und jetzt siehst du es hier noch im Spiel. Ja, geil. Solange dir auch noch der YouTuber gefällt, freut es mich. Hat es bei euch geschneit? Was ist das? HKL. Ist der Mod auch für Konsole? Ja, klar, Silver Tank. Der Hakenlift hier ist auch für die Konsole. Habe ich doch eine Präsentation zugemacht? Ein Fendt 900er. Ja, fahre ich ja. Ich fahre ja 29. Wann ist Black Friday? Ja, wohl nächsten Monat, ne? Also ich habe noch gar nichts mitbekommen. Ich weiß nur, dass Black Friday... Es sind immer besondere Angebote in den Shops und so, ne? Also da kann man wohl richtig Geld sparen. So, so, so kenne ich das. Black Friday sind immer Sonderangebote. Streamst du morgen? Mein Juni, könnte tatsächlich passieren. Leute, es könnte tatsächlich sein, dass ich morgen auch live bin. Ich habe alle DLCs hier, aber die E-Mail-Keys sind erwischt. Wisst ihr, oder ob ich das zurückkühlen kann oder einfach neu kaufen? Die E-Mails sind weg. Okay, also Chris hat mir mal gesagt, speichere doch einfach die Keys ab, du Bödel. Das habe ich dann neuerdings auch gemacht. Mir ist nämlich tatsächlich auch mal ein Key verloren gegangen. Vom LS selber. Und er hat mir dann Gott sei Dank nochmal geschickt. Weil durch das Giants Partner-Programm hat er anscheinend meine Keys natürlich abgespeichert. Das war genau da, wo ich kein Geld für diese Series S haben werde. Series S? Wo bist du denn jetzt dran, Daniel? Achso, Xbox. Patrick, hier! Hier! Achso, er will nochmal die kurze Bahn. Da hat ja keiner Tümpfel. Bei uns hat es letztens geschnallt. Echt jetzt? Okay. Wie viel hast du schon in die Farm gesteckt? Hier in die Farm? Keine Ahnung. Also mit den ganzen Maschinen, BGA-Bau würde ich sagen. Eine Million? Naja, aber du kannst auf jeden Fall, wenn die Keys wechseln, den technischen Support anschreiben. Ich glaube, die haben dein Konto hinterlegt und können dir das dann nochmal zuschicken. Agri, grüße dich, Killerskiller, moin. Ich denke mal, du musst denen bestimmt den Kaufbeleg dann schicken oder so, dass sie wissen, dass du es auch bist. Rommi, grüße dich, Killerskiller, einen wunderschönen Agri72. Schön, dass ihr da seid. So, ich fahre jetzt wieder. Ich bin zwar erst zu 60% voll, aber der hat schon wieder zu kämpfen hier. Ach, mit Fantmon. Ah, bin ich zu groß ein Fan von. Ich finde, die Tachos sieht man so schlecht. Genau, Schulde meiner Mom 250 Euro plus, ich sage mal, ca. 350 für komplett neue Winterreifen plus Felgen. Da ist fast mein gesamter Lohn weg. Ja gut, Ausbildung ist nicht das Schönste, ne? Zeige, ich bin ewige 29. Marco, ähm, denkt dran, richtige Suchbegriffe. So, was haben wir denn? 18.27 Uhr. Leute, wir machen einen Wechsel. Wir machen einen Wechsel. Let's go, großer Wechsel für euch. Sockenbro bleibt drin. Sockenbro ist mein Moderator und mitaufpasser, was die Map hier angeht. So, die dürfen noch ein bisschen. Leute, let's go, wechsel. Hobbygamer, grüß dich. Äh, wechsel. Neo gebe ich nicht bekannt. So. Wechsel auf den Server, Leute. Joint. Und kommt zocken, wenn ihr Bock habt. So, nochmal Prost, Leute. Hier, immer gut trinken. Wenn man nix trinkt, wird einem die Stimme irgendwann weggehen. Man sagt ja immer zu mir, ich hätte Sabbelwasser getrunken, weil ich ja wirklich den ganzen Stream über so viel Quatsche und so viel Dummsinn erzähle. Aber ganz ehrlich, Leute, so ist mein Kanal erfolgreich geworden. Da kommt nicht jeder mit klar. Das ist vollkommen okay. Aber ich bleib, wie ich bin. Und ich bin, wie ich auch real bin. Und ich, ich sabbel einfach. Ich sabbel drauf los. Wenn's manchmal gar keinen Sinn macht, ist mir shit, ja. Ja, da wird gesabbelt, bis zum geht's nicht mehr. Und dadurch ist tatsächlich mein Kanal auch irgendwie bekannt geworden. Und dadurch bin ich anscheinend auch in die Größe gegangen, die ich jetzt mittlerweile bin, ne. Len, dankeschön. Bei uns hat es in der Früh minus 5 Grad. Kerstin, darf ich fragen, wo du wohnst? Also nur Land? Schweiz? Nach langer Zeit mal wieder hier. Killer, Skiller. Schön, dass du da bist. Was ist dein Lieblingsfan? Fan habe ich tatsächlich keinen Liebling, Romy. Ich bin eigentlich gerne John Deere und Klaas Fahrer. Also John Deere, 7R und Klaas Axion, 900er. Verena, du kannst ja gerne gleich nochmal mitspielen. Hi Kev, grüß dich. Pepsi, klar, Leon. Äh, Leo. Klar. Spezi, ahoi. Smoothie, grüß dich. Was für ein Mikro hast du? Ich hab ein Audio-Technica AT2020. Das ist aber nicht mehr aktuell. Das hab ich jetzt mittlerweile 3, 4, 4 Jahre. Aber es tut seinen Job. Es tut seinen Job. Es bringt meine tolle Stimme rüber. Jo, Blackbeast, grüß dich. Als du mich geklärt hast, dachte ich mir, warum wurde ich geklärt? Was hab ich gemacht? Aber das war zum Glück nur ein Wechsel. Das war nur ein Wechsel. Also die, die jetzt gerade rausgeflogen sind, Leute. Nur ein Wechsel. Jeder darf hier immer so halbe, dreiviertel Stunde mitspielen. Wen hab ich denn da hinter mir? Ah, der Nick ist schon wieder da. Und dann machen wir immer so einen Wechsel, dass jeder mal die Chance hat. Hier ist klar, in Österreich schneit es schon, oder? Ja, aber doch nur hier über 1000 Meter oder so. Oder? Ich find ja die Q-Series nicht so geil, weil das Tacho an der Seite ist und nicht vorne ist. Und dann denke ich, dass der Trecker aus ist. Geil, Dorothee so am Fahren. Guckt's nur nach unten. Äh, ich fahr null. Äh. Ach ja, rechts. Das ist, das ist eine Ungewohnung, ne? Ja. Hast du da so zwei Bilder in deinen PNs? Ach, auf einmal kannst du mir schreiben. Ja, nee, ist klar. Ich glaub ja, dass bald das von dir, Peck, vom Ifco kommt. Ja, ich glaub, das ist soweit geplant. Ja. Ich weiß nur nicht wann, aber ich glaub, geplant ist es ja. Nein, auf 622 Meter. Ich hab schon Schnee. Alter, ich komm zu euch. Ich liebe Schnee. Ich liebe Schnee. Aber ich bin hier gefühlt auf 0 Meter. Okay, ganz so krass ist es nicht, aber gibt es eigentlich einen Ort? Irgendwo in Deutschland auf 0 Meter? Bestimmt im Keller bei irgendjemandem, oder? Hallo Simon, moin. So, zweite Tour. Wie sieht das Problem hier aus? Zockenbro, bitte kommen. Bist du Team Paulana oder Foucaid Spizzi? Ich bin Team Paulana. Oh, das ist eine schöne Umfrage, Dewey. Was ist aber dieses Foucaid? Das ist aber eine schöne Umfrage. Warte, warte, ich mach mal eine Umfrage. Eine, warte. Was geht ab für Lami? Trollsong! Deine Streams sind so entspannt und bleib so wie du bist. Dankeschön! Phil Army, bist du auch im Chat? So, wie heißt das jetzt? Es gibt doch Team Paulana? Was ist das andere Team? Team Pepsi, oder? Das ist doch Pepsi, oder? Ist das ein Getreide? Weiß ich nicht. Foucaid? Foucaid kenne ich. Das ist doch Team Paulana oder Team Pepsi, ne? Foucaid kenne ich gar nicht. Hab jetzt auch auf der Ors-Infahl angefangen. Echt coole Map. Da hattest du recht. Dankeschön. Ah, die gibt's auch noch von Vita. Gibt's die auch noch von Team? Von was gibt's die? Vita-Mals gibt's die auch noch, ne? Die, diese, also, der, der, der Oberbegriff ist ja die Spezi. Die Spezi ist ja ein, ein Milchgetränk aus, äh, Orangen, also aus Cola und, und Fanta, ne? Also nicht Cola und Fanta als Hersteller, sondern Orangen und die andere Limonade, ne? Ich mach das jetzt einfach mal so. So. So, wie sieht's hier aus? Ist das Problem gelöst? Wir zocken pro. Oh, ne, sie ist noch gar nicht leer. Aber guckt mal, der Unterschied, Leute. Das Ding hier war randvoll. Und da sind genau die gleiche Anzahl jetzt drin. Geil, oder? Guckt mal, mit dem Ding, das war grad komplett voll. Und da, zack, umgebaut oder umgewandelt in Gehäckselten. Team Wasser, das ist auch gut. Ende des Jahres brauchst du mir einen PC. Äh, Janik, darf ich den bitte wiederhaben? Janik? Ist immer geil, wenn sie immer meine Trecker nehmen wollen. Jetzt sind wir bei Getränke gelandet. Was hast du für ein Setup? Ähm. Warum will der Janik mir jetzt abkippen? Janik, das kann ich selber. Keine Sorge. Ich bin schon alt genug, dass ich weiß, wie man Traktor fährt. Dankeschön. Team Suppe. Team Suppe. Ja, genau, den hier hab ich angeleckt. Das sind meine Keime hier in dem Traktor. Das ist mein Traktor. Hab ich angeleckt. Meiner. So. Ich trinke auch immer nur Wasser. Echt? Also, ich bin auch ein guter Wassertrinker. Aber hier und da kann es auch ruhig mal was mit Geschmack sein. Muss ich ehrlich sagen. Die Umfrage ist weg. Nein, die ist noch oben. 69% sind Team Paulaner. Das ist auch geil, okay. 69% sind schon allein Team Paulaner. Almdudler. Oh, wenn die keinen Almdudler haben, dann kann ich auch wieder gehen. Ist in Österreich. Gibt's auf so einem Glas gedruckt. Wenn die keinen Almdudler haben, dann schmeißt der das Glas weg und geht. Deswegen ist mein Deutsch auch schwarz, weil versorgt. Ach so. Yo, Moritz, mein Bro. Los geht. Team Almdudler. Almdudler. Team Apfelsaft. Ich trinke fast nur Eistier, Zitrone. Das ist viel Zucker. So, Leute. Die Hälfte haben wir gleich. Gleich haben wir 550 Abos. Vielen, vielen Dank. Team Burnensaft. Ich habe hier noch keinen gelesen. Ihr geschrieben habt, Team Bier. Ihr seid gut. Wie viel Monitor hast du? Ich habe drei Stück. Schaust du Ski-Rennen? Ne. Ski-Rennen schaue ich nicht. Kennst du den ZT303? Ne. Sag mal, Sockenbro, der kann nicht fahren. Den musst du ein bisschen Platz machen. Und der Fußgänger möchte auch gern vorbei. Na, Patrick. Bei dir jetzt soweit alles wieder fit? Ja, nachdem du mir so toll gehoffen hast. Oh, mein Gott. Sag mal, Sockenbro. Wie viel hast du getrunken? Team Wodka pur. Prost Mahlzeit. Ich habe dir ein Sockenbrot gesoffen. Hallo, Joel. Moin. Schön, dass du da bist. Doch, bin Team Bierabteilung. Tee ganz sehr hell. Oh, heller Bier trinke hier. Okay. Flensburger. Das Flensburger von Flens. Das flenzt mir. Kann ich dich was fragen? Wenn ich das DLC gewinnen sollte, kannst du das DLC jemand anderen geben, der das nicht hat? Weil ich habe das DLC. Ja, klar. Natürlich, Micha. Das kannst aber auch du machen, Micha. Wenn er jetzt zum Beispiel PC-Zocker ist, dann kaufe ich das DLC, schicke dir den Code und du schickst ihn weiter. Und sagst dann einfach schönischen Valentinstag oder so, je nachdem, wen du das schenken möchtest. Warum reden wir jetzt über Bier, Leute? Also wir haben ja irgendwie komische Themenwechsel, muss ich sagen. Den Durchfall, das ist am nächsten Tag dann. Äh, Fischi, bis meine Frau nach Hause kommt. Sockenbrot tötet die ganze Gemeinde und spät die Straßen. Selbsternannte Polizei, muss ich sagen hier, ne? Also ich muss sagen, mit diesem IT-Runner, beziehungsweise mit dem Hakenlift-Hänger zu fahren, sehr geil. Danke, Moritz. Also, Moderatoren sind heute im Chat. So muss das nämlich sein. Sag mal, was mäht der da? Sag mal, wie viel hat der... Seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Der hat einfach den Anhänger runtergesetzt und fährt jetzt. Sag mal, was haben wir dem heute reingemischt? Ei, 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 ei. Sehr geil, ich hab drei Monitore. Guckt euch das mal da an. Sag mal, was mäht der da? Ich rufe jetzt die Polizei. Tatütata. Die Ämpelerei ist da. Hallo? Hallo? Allgemeine Verkehrs... Hallo? Herr Wachmeister? Ich bin Herr Wachmeister. Achtung! Hallo? Allgemeine Verkehrskontrolle. Ich hätt gern mal Führerschein, Fahrzeugpapiere. Hallo? Ich hasse meinen Job. Ich kündige. Ich werd jetzt Traktorfahrer. Na, 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 na. So. Ich bleib beim Traktor fahren. Mann, 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 Mann. Immer das Gleiche muss ich hier mitmachen. Wo sind meine Tabletten? Wo sind meine Tabletten? Hey, Tabletten sind nicht da. Da sind sie. Da. Ich hab mal kurz den Job gewechselt. Von der Polizei zum Traktorfahrer. Schwaben Agrar. Ein wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. So. Das kann ich auch viel besser hier. Hier hört auch jeder auf mich. Hallo Tim. Moin. Grüß dich. Hast du mal nach einem Belarus geguckt? Google. Weil du hattest mal gesagt. Du guckst. Was war das nochmal? Du kannst ja nicht weiterfahren lassen. Er muss rausgezogen werden. Nein, lass den fahren. Der hat sein Führerschein vor zwei Monaten verloren. Und der hat nichts anderes am Leben. Der muss Traktor fahren. War der Sockenbrot vom Oktoberfest mit zehn Maß. Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch. Bis deine Frau kommt ausgespielt. Ja, ich habe heimlich die Tür abgeschlossen. Aber verraten Sie bitte nicht. Alexander, moin. Grüße dich. Ja, Lukas. Ey, Moritz. Mega. Moritz, zwei Minuten war ich fertig. Mega geil von dir. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich noch direkt am Video am Anfang dafür bedankt. Fortnite, bro. Grüß dich. Moin. Äh, Fortnite. Entschuldigung. So, wo muss ich denn hin? Wo muss... Äh, ich fahre mal zu Feld Nummer drei. Ich fahre mal zu Feld Nummer drei. Nein, nein, das ist ja Sockenbro. Ein Tracker MTS... MTS2 hatte ich gesagt. MTS82. Das sind... Ach, die kenne ich alle gar nicht. Wer ist die Map? Das ist die Outstream-Farm. Schön, dass du da bist. Willkommen im Live-Stream. So. Irgendwo... Ah, da vorne sehe ich ihn schon. Krone, glaube ich. Ja, wie gesagt, bei mir geht es nicht früher. Alles gut, Moritz. Das hat mir wunderbar geholfen. Ich habe mir dieses Easy-Development-Control geladen. Und deine Anleitung hat genau gepasst. Dass du das im Kopf hast, fand ich schon krass. Warst du auf den grünen Tage-Messen in Erfurt? Ne, ich war auf der Wert-Blau-Messe. Hallo Simon, moin. Den K-Simon... Ja, Ben, du... Ist doch, äh, russischer... Russischer Traktor, ne? Ruhig den hier in die Einfahrt. Hallo Valtra, moin. Ist hier die... Och, du heiliger Wimper. Hier muss man mal... Ui, 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 ui. Muss man mal ein bisschen ausholen. Vorsicht! Achtung! Ich muss rückwärts. Ich mache mal statt Karma MP haben. Boah, ne, dann denkst du ja, ich würde schleichen. 20 MPH. Ne, ich habe nicht viel im Kopf. Da hat sowas Platz. Das ist gut. Das ist sehr gut. November, Dezember wird geil. Weil... November, Dezember... Ja, der nächste Hänge fasst mit der Handbremse da rum. Weißt du, Handbremse ziehen und ab rum da. Ja, das... Das wäre ganz schön krass. So, Krone BGX 580 bin ich jetzt angekommen. Cool, cool, cool. Nächster Wechsel, Leute. Ist in so ungefähr 20 Minuten. Ja, ja, okay, Ben, du... Kenne ich. Kenne ich. K700. Gibt es, glaube ich, sogar im... Ähm... In SnowRunner, ne? Was ist mit Originalspezie? Ja, was ist denn Originalspezie? Also, muss ich jetzt mal ganz doof fragen. Wer ist Originalspezie? Ich... Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Was jetzt... Also, was Original wäre. Genau, es sind alle Ferge angesät mit Gras. Genau, sie sind gekalkt. Sie sind gedüngt. Und ich habe alles im Besitz. Ja. Genau. FS Gaming, grüß dich. Pepsi ist Original. Echt? Pepsi ist Original? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte... Ich hätte schwören können, Paulorana... Warum... Warum liegt hier ein Gras? Okay. Äh... Houston, we got a problem. We have here two belts. Can you kick it away? Yo, thank you very much. Pff. Auch gut. Das Spezi mit blauem Label und dem Namen. Das ist wirklich das Original. Ach so. Also, das ist auch gut zu wissen. Naja, gut. Aber das habe ich noch nie probiert. Schmeckt da überhaupt ein Unterschied? Das Silos leer. Ja, Patrick, dann sperr das aber bitte noch. Ich muss jetzt gleich erstmal gucken, ob das jetzt funktioniert. Also, am besten noch gesperrt lassen. Ähm... Ich weiß nicht. Schmeckt da überhaupt ein Unterschied bei sowas? Nur, ob das jetzt andere Macher sind oder das Originale. Es ist möglich, dass wir jetzt im Stream an Waltra-Cruise hier fahren können. Die sind sehr, sehr cool. Ähm... Wir haben auf der Mac keinen Waltra-Cru. Tut mir leid. Kann man nochmal auf den Server kommen, wenn man schon drauf war? Abby, ja. Später. Kann man gerne nochmal kommen. Klettermax, grüß dich. Was habt ihr bis jetzt gemacht? In der Nase gepopelt und geguckt. Dass wir ankommen. Ey, ich hab's geschafft. Ja, Gras gehäckselt. Wie lange heute noch? FS Gaming, bis meine Frau nach Hause kommt. Sockenburg genießt die Aussicht. Finde ich auch gut. Muss auch mal sein. Ich. Es gibt richtig Schwest. Ist nicht von Paulana, sondern eine andere Brauerei. Ja, die schmeckt besser als die Paulana. Echt jetzt? Dann brauche ich die. Kann mir mehr ein Paket zukommen lassen? Hi, Lukas. Moin. Grüße dich. Hast du das letzte Grashäcksel-Event gesehen? Eine Grashäcksel-Pöhn. Gras-Silage-König. Äh, ich hab mal reingelunzt. Ja. Ich hab nicht komplett geguckt. Ich hab aber mal reingeschaut. Walter Kuh finde ich eine sehr... Einer der besten Traktoren. Äh, ich find ihn auch cool. Ich find ihn halt auch vom Optischen geil. Was mich halt auch ein bisschen schüttet ist, dass das Display rechts in der Ecke hängt. Moin. Moin. Grüß dich. In der Schule wurde ein Fenster kaputt gemacht. Oh. Äh, das sind doch Herbstferien. Bieden ohne Adresse. Ja, ich weiß. Wer hat gewonnen? Ähm. Ähm. Das Event hatte Mario, glaub ich, gewonnen. Boah, der Paul, der gibt doch auch wirklich Gas hier, ne? Gibt es einen B-Truck als Mod für die Konsole? Leider nicht. Nein, Nils. Hat was mit der Lizenz zu tun. Mercedes ist nicht Lizenzpartner, deswegen gibt es auf Konsolen keine Freigabe. So leid ist es mir tut. Ich würd's euch gerne anders anbieten, aber es geht leider nicht. Äh, Romy, ich hab einen G29. Logitech G29. Bin ich sehr zufrieden mit. Also wirklich, macht seinen Job, Leute. Es macht seinen Job. Äh, Paul, du hast den Blinker an. Also, das ist schon echt geil. Ja, und ich glaub, Ansgar wurde vorletzter, ne? Und letzter wurde Felix. Weißt du, ob nur die Side-Konsole auf der Xbox Series X... Welche Side-Konsole du hast? Also, die Logitech-Side-Konsole geht auch, allerdings könnt ihr keine Knöpfe belegen. Also daher geht sie nur begrenzt. So, weiter geht's. So, genug darüber gequatscht, Leute. Ich quatsch echt nicht über andere YouTuber und Twitch-Streamer gerne. Vor allem nicht da. Die versuchen, mich manchmal auf den Arm zu nehmen. Oder mal versucht haben, mich ein bisschen zu verarschen. Aber das hab ich nicht mitgemacht. Ich bin ja nicht hier vor dem Baum gefallen. Das war mir dann eigentlich sowas von egal. Ähm, weiter geht's, sag ich nur. Warum gibt es eigentlich viel mehr Mods auf PC? Levin, das ist grundsätzlich auch der Lizenz zu beanspruchen. Modder haben auf PC natürlich viel mehr Möglichkeiten. Sie sind quasi frei. Weil dem PC, dem gehört keiner. Da prüft keiner die Mods. Du kannst eigentlich einen PC-Mod machen, letzten auf irgendeiner Webseite hoch und sagst, hier ist mein Mod. Ja, und dann laden die Leute sich den runter. Egal, ob er Fehler hat oder nicht. Konsole wird immer erst geprüft. Warum machst du nur halb voll? Ähm, Jan, das hat ein bisschen was mit der Power hier vom 29 zu tun. Wollen wir mal wieder Duell der Farmer starten? Klar, machen wir. Das hat ein bisschen mit der Power was zu tun. Ich habe echt Probleme, den Berg hoch zu kommen. Es ist nämlich nur ein 29. Und ich glaube, viel, viel voller geht ihr eh nicht, weil wir haben Anhänger-Füll-Limit aktiviert. Verena, was gut. Danke fürs Zuschauen. Anhänger-Füll-Limit gibt euch ja die Möglichkeit, dass ihr die Anhänger realistisch voll vom Gewicht her macht. Aber dafür halt nicht übervoll machen könnt. Äh, ich weiß wieder nicht, wo ich bin. Ich muss aber jetzt rechts. Gut, dass ich vorher geguckt habe. Gut, dass hier gerade nicht so viel los ist. Hier sind wir jetzt noch ein 29 und nicht ein 39. Ich armer, ich armer Bauer hier. Ich habe nicht genug Geld. Also oben rechts, das müsst ihr jetzt mal ignorieren. Da ist gar nichts drauf. Oh, lecker ey. Chef hat mal wieder einen Motor gestartet. Ja, damit ich mir noch eine Spezi gönnen kann. Anders geht das nicht. Leute, entweder oder, ne? Was geht? Maß geht. Ja, klar, kannst du mitspielen. Welches Update, Leo? Wären wir auf dem Didi, wäre da auch nichts. Wäre da wo was nicht. Wo wäre was auf dem Didi nicht. So, dritte Tour. Wirst du heute noch Hexen? Ah, natürlich Eugen. Wir machen gleich den nächsten Wechsel. Und dann gehe ich in den Hexen. Was hättet ihr denn gern? So, Leute. Kommt, wir müssen mal kurz hier die Umfrage beenden. Oh, 67% sind Team Paulana. Das ist auch gut. So, eine Frage, eine Umfrage. Welchen Hexler? Ich mache jetzt gleich den Wechsel und dann gehe ich in den Hexler. Fendt? Klaas? Oder wir haben den Krone. Welchen Hexler kriege ich? So, Leute, hier. Einmal die Frage für euch. Zack. Teilnehmen. Das neueste LS-Update. Was passiert denn da? Wieso finde ich den Server nicht? BlackBee ist wahrscheinlich falsche Suchbegriffe. Patrick, sie haben eine Discord-Nachricht. Ja, Moment. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Die Box ist ja leer. Jetzt müssen wir mal kurz Checky-Checky machen, ob sie wirklich leer ist. Da, Leute. Warum steht da Gären-Silage 34%? Hier stimmt was nicht. Die Box ist nicht leer. Sie ist offiziell auf Gären-Silage. Korrekt, BlackBees. Dann gucke ich mal, ob ich die abreißen kann. Ich meine, ich kann die abreißen und einfach eine neue hinsetzen. Einen Moment. Äh. Hopp, hopp. Silos. Ich meine, ich könnte die dann... Ne, Moment mal. Die war das nicht, sondern die. Warum darf ich die jetzt... Warum darf ich denn jetzt hier nichts abreißen? Warte, ich konnte das doch abreißen. Patrick hat die Silobox kaputt. Ich habe gar nichts gemacht. Warum denn immer ich? Warum darf ich nicht alles abreißen? Das kann ich abreißen. Warum kann ich das nicht abreißen? Hinterm Silo liegt vielleicht etwas. Da liegt vielleicht ein bisschen was. Warte mal. Das soll ja eigentlich nicht sein. Ich gehe einfach mal hier. Mit der Farbe Manuel. Grüß dich. Bratzlows, Pommes und Bier. Christopher. Nice. Gönn dir. So, mal gucken. Da steht Gären Silage. Ich kann auch mal gerne mit dem Baumenü und dem Malen in das Silo reingehen. Gar kein Problem. Vielleicht hängt ja auch irgendwie was in der Wand drin. Da stimmt was nicht. Gären Silage 34%. Warum darf ich das Ding jetzt nicht abreißen? Da müssten wir... Wir müssten das eigentlich nur... Abreißen. Darf ich das nicht abreißen, weil es... Bestandteil der BGA ist? Ah. Ah komm, der Sockenbruch soll sich drum kümmern. Komm, dann kriegt der FM. Der macht das schon. So. Ich kipp ab. Was hast du für Erwartungen an das Platino-Etherton-Worauf freust du dich am meisten? Also Erwartungen habe ich grundsätzlich keine, sondern ich nehme immer das, was mir geboten wird. Aber ich freue mich am meisten auf die Volvo-Inhalte. Da auf jeden Fall. So, magst du Currywurst? Nee. Leider nicht. Vertrage ich nicht. Danach geht es mir nie gut. Oh. Überdreht. Meister Hans Dirk. Ausrufezeichen mitspielen. Da bekommst du Servername und das Passwort. Genau. Danke. Ich brauche ein bisschen mehr Platz hier. Um hier ordentlich abzukippen. Zack, zack. Nächste Tour. Wir sind bei knapp 400.000 Liter, die jetzt hier drin sind. 400.000. Jetzt erreicht. Doch nicht. 399, 2,89. Äh, 2,69. Unfair. Unfair. So, Sockenbohr kümmert sich drum. So, weiter geht die Tour, Leute. Vielen Dank für 245 Daumen. Achtung. Ich brauche die Feuerwehr. Ja, ich würde sagen, der Max Leon, der ist persönliche Straßensperre heute. Bei uns hat es geschneit. Wir liegen hier auf 1051 Meter über dem Meer. Ey, geil, Reform. Geil. Also hast du tatsächlich schon so ein bisschen Winter, ne? Sehr cool. Sehr, sehr cool. Moin, Falk. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Gut aufgepasst, Andy. Ah, guck mal hier. Skilt will schon helfen. Danke, Skilt. Alles gut. Geil. Ich habe ihm gerade die Hand so gezeigt. So, danke. Das sieht ja auch gar... Manchmal bin ich so richtig in meinem Film, als wäre das hier real life. Ich habe gerade ernsthaft die Hand gehoben mit Daumen nach oben. So von wegen, so Skilt passt schon. Hat funktioniert. Alter Verwalter. Also manchmal bin ich echt so in meinem Film drin, ne? Weiß ich nicht, wenn ich so ein Facecam hätte, dann würdet ihr das wenigstens sehen, ne? Gameplays, moin. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wann ist Wechsel? Blackbees, 8 Minuten. Und Punkt. Und Punkt wechseln wir 14 Leute aus. Also wirklich alle 14. Dann gibt es hier einen großen Wechsel und ihr könnt gerne, gerne mit dabei sein. Schönen guten Abend, Miliks. Herzlich willkommen. Moin, Karl. Karl. Karl der Große. Willkommen, mein König. Wie geht es Ihnen? Die liegen besoffen in der Ecke. Was? Die Feuerwehr? Ist es schon wieder so weit? Also wenn jetzt hier mein Fendt abfackelt, dann fackelt er ab, oder was? Ist der Finger oben, wird man dich loben. Wir haben zu viel Spongebot zu gucken. Was ist dein Lieblingsmod im LS22? Ben, keine Fremdwerbung. Ansonsten gibt es hier 300. Dankeschön. Mein Lieblingsmod im 22er? Boah. Also im 22er habe ich keiner. Im 19er war es aber... Ähm, der John Deere, war das jetzt der 7R mit Nastus Sound? Ich will mir einen Keller und einen Jägermeister holen. Bitte Fahrschul. Du bringst mir aber einen mit, okay? Bring mir ja einen mit. Und was ist Schnee ist, was eine Getreide hat? Ja. Hi Christoph, moin und vielen Dank für deinen zweiten Monat. Müsste auch gleich eingeblendet werden. Das dauert manchmal ein bisschen. Vielen, vielen Dank Christoph für zwei Monate Kanalmitgliedschaft. Sehr geil von dir. Oha, dass ich dich mal wieder höre. Mich? Ich bin doch schon länger wieder da. LS Gamer, guten Abend. Wenn dein Fendt abfackelt, hast du Pech? Die Feuerwehr ist besoffen. Das finde ich nicht in Ordnung. Mein schöner Fendt, wo muss ich eigentlich hin? Wo muss ich eigentlich hin? Wenn dein Fendt, das hatte ich schon. Eine sehr rare Getreideart. Ja, auf jeden Fall. Dies weiß. Also nicht das weiß, was ihr jetzt denkt, ne? Wir haben 250 Likes. Wir haben 250 Likes, Leute. Let's go. Road to 300 Likes. Weiter geht's. Und noch 51 Abos. Blue Mountains. Herzlich willkommen. Bei Blue Mountains denke ich an den Film. Hier, Hot Shots Mountains. Wie heißt das? Dankeschön. Let's go. Wie heißt dieser Film da? Dieser nach wahren Gegebenheiten. Äh. Diese Blue Hot Shots Mountains. Richtig geiler Film. Leider wahre Gegebenheit. Aber trotzdem richtig geiler Film. Äh. Hallo. Äh. Ha-ha-ha-ho. Äh. Hallo. Äh. Hier ist ein Zaun. Bin ich hier richtig? Ich glaube, ich bin hier falsch, ne? Transporter Jonas. Moin. Äck glaub, äck bin hier falsch. Ja. Äck bin hier falsch. Guten Abend, MK. Moin, moin. Äck wollte nur den Vögelchen. Ja, dein Jägermeister. Danke. Prost. Männers. Frauen. Damen. Herren. Auf euch. Äck bin hier falsch. Das war leider das falsche Feld. Darf ich mit spielen? Blue Mountains. Jeder darf mit spielen. Ja. Hast du deine Schläuche von der 29er noch nicht geholt? Wat für Schläuche? Wo? Äh. Geil, ne? Ey, verlass mal kurz meinen Traktor. Zack. Der nächste drin. Nein, du bist hier nicht richtig. Sie haben sich verfahren. Bitte wenden. Warte kurz. Weg. Wurste Biolenfeier heute rein. Hab morgen Geburtstag. Jo. Äh. Xeon. Geil. Äh. Cool. Ey. Xeon. Ich schick dir den Code morgen. Ja, dann hab ich dir was zum Geburtstag geschenkt. Feld 29 liegen die guten Vorstellungsschläuche. Welche Vorstellungsschläuche? Sag mal, was habt ihr alle im Kopf drin? Woran denkt ihr eigentlich, wie ihr meinen Stream schaut? Ach, guck mal. Ach, guck mal. Schön. Schön, schön, schön. Ich glaube, wir gehen mal zu Feld 3. Xeon, darf ich fragen, wie alt du wirst? Wenn dein Fendt rauscht, dann passt was nicht. Ne, ne. Wenn der rauscht, ist der schnell. Fahr mal zu 29. Wo ist die denn? 29. Ach, ne. Das da unten. So. Das ist mir zu weit. Ah. Vorsicht. Hey, Last Gamer. Dankeschön für den 99 Cent. Dankeschön. Herzlich willkommen. Erst haut dein Abo raus und dann noch 99 Cent hinterher. Geiler Support. Vielen Dank, Herr Last Gamer. André, war doch nur 99 Cent. Ist egal, Leute. Ist Geld. Geld ist Geld. Wer den Cent nicht ehrt, ist ein Euro nicht wert. Und wenn ihr D-Mark hattet, war eh vorbei. So. Wir fahren mal runter. Weiter geht die wilde Fahrt. Okay. Ne, ne, nicht wild. Wir müssen uns zurückhalten. Ich hoffe, dass ich jetzt wenigstens richtig fahre. Agrar. Moin. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Aber jetzt sehe ich hier 1, 2, 2 Abfahrer schon. Was will ich denn dann hier? Das sind mir zu viele Abfahrer. Hier sind wir auch schon durch. Ich glaube, hier, ja, hier sind wir auch schon durch. Hier war auch der Bahnhof. 17 wird es hochziehen. Oh, geil. Küken. Nein, ist nicht böse gemeint. Aber schönes Alter. Bald kommt der Führerschein. Wie lange wirst du heute ungefähr streamen? Das weiß ich nicht, MK. Geil, bin immer noch der jüngste Moderator. Andy, da jeder hier ein Jahr, jedes Jahr älter, alt hat, dann wirst du immer der Jüngste bleiben. Ja. Okay, also, Moment. Hier sind zwei Abfahrer. Komm, wir fahren mal dem Jago hinterher. Wir fahren mal dem Jago hinterher. Ich denke mal, der wird noch einen Abfahrer brauchen. Da ist nur der, der Creasy. Und dann bin ich noch dabei. Dann fahren wir nämlich mal ihm hinterher. Ich weiß jetzt nicht, wo Yannick hin will, aber kriegen wir hin, ne? Oh. Warum steht denn hier ein Auto? Äh, Zocken, Socker, Socker, Bro. Warum wüsst du mein ganzes Geld aus? Ach, der Schneidwerkswagen steht im Weg. Ja, dann muss ich den mal kurz wegstellen, sonst kommt hier keiner durch. Dann haben wir nämlich ein Problem. Ah, jetzt kann er doch fahren. Ich stelle den trotzdem kurz ein bisschen auf Seite. Ja, Alex, das ist mit Crossplay. André, guten Abend. LSGamer, Dankeschön für weitere 99 Cent. Danke, danke. Danke, danke. So. Korbel, Korbel, Korbel. Kletter, Max, das ist die Oldstream-Farm. Schön, dass du da bist. Willkommen. So, ich stelle das mal kurz hier ein bisschen rüber. Also, gleich nicht suchen, ja? Doch, nee, guten Abend. Speicher mal, mache ich. Kein Problem. So, ist gespeichert. So, Moment. Ich stelle nur kurz das Schneidwerk hier so ein bisschen, ein bisschen auf Seite, damit der Verkehr hier durch kann. So, jetzt müsste es besser sein. Alex, ausdruckzeichen mitspielen. Jeder kann mitspielen, wechsel es in zwei Minuten. Wenn du am 29.02. Geburtstag, wird es schwierig. Ich? Nee. Da bin ich schon wieder gealtert. Ich habe dieses Jahr auf jeden Fall noch. So viel sei verraten. Manch einer kennt es auch, weil ich ja auch schon öfters Geburtstags-Streams gemacht habe, ne? Hallo, Jürgen. Guten Abend. So. Alter Verwalter, die zwei, die fahren ja auch wieder hier. Wenn ich dir jetzt sage, dass ein Baum im Silo steht, was machst du dann? Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Hallo, Tom. Guten Abend. PS4 geht auch, LSGamer. Ja. War das nicht der 12.12.? Nee, knapp dran vorbei. So, ich denke mal, hier brauchen wir momentan keinen Häcksler. Fahrer, weil die Felder hier sind nicht so groß. Ich muss erst mal gucken, wo ich hier hin muss. Der ist ja... Nee. Ah, den kanntet ihr noch gar nicht, ne? Also zumindest nicht jeder hier. Ich habe hier noch ganz viele Sachen auf meinem Stream-Deck. Oh mein Gott, André. Ich habe gerade was anderes als Paninis gelesen. Ich habe gerade das Wort mit P-I-N gelesen. Entschuldigung. Ich klebe gerade meine... Ich habe ernsthaft gelesen meinen... An. Ich denke so, hä? Wo klebt der den denn an? Deine Paninis. Panini-Sammel-Album. Hier, Fußballstars, ne? Hat aber auch die besten Spin-Dinger. Ich habe die richtigen Dinger hier, Leute. Könnt ihr mir aber glauben. Das ist Zocker, Bro, wenn der Traktor fährt. Ja, Blackbeast, du brauchst das neue DLC. Also, ich glaube hier... Doch, Paul braucht einen Abfahrer. Ja, ich komme. Ich komme. Ich bin schon unterwegs. Mal weg. Lass mich fahren. Vorsicht, Bauch. Passt. Eindeutig, 2-3. Brauchst mich doch nicht. Oh Mann. So, LP-Train-Fan. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Hallo, Ben. Schön, dass du auch da bist. Willkommen im Livestream. Hat der gerade mein... Ich hoffe, der Zocker-Bohr hat nicht meinen Stream offen, ne? Das hat der jetzt nicht mitbekommen, ne? Was ich da gerade gemacht habe. Okay, er braucht noch nichts. Yo, was geht ab? Jürgen, vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Herzlich willkommen. Danke dafür. So, was jetzt nix, nix ist. Hab dich lieb. Bin gerade was am Upload. Am Uploaden. Alles klar. Was auch immer du am Uploaden bist. Uploade du mal. Ich bin gerade dabei hier am Abfahren. Abfahren. Ist das neue DLC empfiehlen? Jopp. Pumps & Hoses Pack ist ein richtig cooles DLC. Schäfe, Schäfe. Bauten kann man sich der Stab etwas nach links. Könnte daran liegen, dass der Reifen weg ist. Silvio, moin. So. Achso, ich muss ja jetzt... Ah, ich muss ja jetzt Hexler fahren, ne? Was macht der denn da? Jürgen, neun Monate. Vielen Dank, Jürgen. Für neun Monate. So. Wir machen einen Wechsel. Finn kann sich jetzt gleich erstmal bei mir melden, warum er da so einen Quatsch macht. Und jetzt, Leute. Großer Wechsel. Alle raus hier. Alle raus hier. Ich muss nur gucken. Ein paar sind gerade erst reingekommen. Ich glaube, das waren die. So, was sagten die Umfragen? Was soll ich fahren? Was soll ich fahren? Alter. 44% sind für Klaas. 36% für Fenn und gerade mal 19% für Krone. Okay. Ja gut, fahren mal Klaas. Dann fahren wir Klaas. Gut, dass man zurückspulen kann. Nein, nicht zurückspulen. Dann fahren wir Klaas. Ich muss den Klaas, Hexler. Ihr habt es euch gewünscht. Wir machen es. Natürlich, Leute. Dafür sind die Umfragen da. Henni, moin. So, ich bräuchte einmal den Klaas, Hexler. Wo ist denn der Klaas, Hexler? Ich würde sagen, der Kornfield, der kriegt jetzt mal Timeout. So, ich gucke den Stream aus dem Urlaub. Das ist auch gut. Das ist eine gute Beschäftigung. Ich bin im Urlaub, aber ich gucke deinen Stream. So muss das sein. Okay, Leute. Dann fahren wir Klaas. Es ist übrigens jetzt noch 40 Minuten. Dann gehen wir erst mal schlafen. Dann machen wir es nämlich wieder zum Tag hier. Sam Howski, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich weiß, das darf man nicht, aber ich will jetzt gerade mal hier runterfahren. Roll, der hat geantwortet. Wer hat geantwortet? Henni, wer hat geantwortet? Hatte ich gerade einen Superstar angerufen? Ey, ich will auch. Hi, bin auch wieder da. Kennst du dich noch? Hallo, Tuning King. Klar, du fährst ein fett getuntes Auto. Aber ich weiß nicht welches. Ich? Äh. Hä? Hä? Hier. Hatte Angst vor meinem bösen Finger. Jürgen, haut ein Fünfer raus. Dankeschön, Jürgen. Danke, danke, danke. Vielen Dank für deinen 5 Euro Support. Dankeschön. Hat noch kein Streamer bei mir gemacht. Okay, Henni. Also, wenn ich dafür kein Abo verdient habe, dann weiß ich auch nicht. Also, Henni, bei dir, bei mir darfst du dich dran gewöhnen. Ich werde dich immer grüßen, wenn du kommst. Kein Problem, mein Freund. Dafür bin ich da. So, klar, ich fahre den PG3000. Boah. Ey, boah, ist das fett, Mann, ey. Walla, Walla, ey. Ach, macht das doch Spaß. Äh, was denn? Wie heißt das? Server, Alex, Ausrufezeichen mitspielen. Äh, wo muss ich denn jetzt mal hin? Ich bin ja irgendwo da rechts, ne? Komm, wir fahren mal zu Feld 60. Das hat bestimmt noch keiner gemacht, weil es so am Arsch der Welt ist. Joel, moin. Was war das eben? Nix. Das war doch gar nix. Ich fahre mal zu Feld 60. So ein bisschen Funken aus Jux. Das wäre geil hier im LS. So Funkgerät-Mod. Sag mal, ey. Sockenbro. Ich habe gleich kein Geld mehr, wenn du so weitermachst. Was machst du da? Patekart, einen bösen Finger. Hat ich? Nee. Das hier ist Feld 60. Kann man das häckseln? Wie soll ich denn da hinkommen? Okay, ich stelle mal da unten mein Schneidwerk ab. Komm einfach nicht in die BGA. Okay, ich komme in die BGA gleich. Ja, kein Problem. Er hat ja darum gebeten, dass ich in die BGA komme, ne? So, ich muss doch gucken, ob ich das hier häckseln kann. Aber irgendwie soll das hier funktionieren mit dem Feld. Ich lasse extra mein Schneidwerkzwang hier vorne stehen. Da kann auch nichts passieren. Hallo, Elias. Ja, ihr habt euch ja gewünscht, dass ich Hexter fahre. Jetzt müsst ihr auch mit den Konsequenzen nehmen, dass ich hier Hexter fahre. Vorsicht! Überbreite ist unterwegs. Kann ich mal kurz hier durch? Dankeschön. Dankeschön. Einfach kurz aufblub, dann war es wieder weg. Ja, hat blub gemacht und weg war es. So. Einmal die lange Uschi rausfahren hier. So, zack. Zack. So, ihr habt, ihr meintet ja, könntest du mal Hexter fahren? Jetzt fahre ich das auch. Eigentlich ist es geil, Hexter zu fahren. Also ich bin ganz ehrlich, ich mache das eigentlich sehr, sehr gerne. Was mir fehlt im LS ist eine Rohrkamera. Weil ich kann ja hier im Innenraum nicht sehen. In Real Life seht ihr ja da oben rechts diesen Bildschirm. Das ist eigentlich die Rohrkamera. Die funktioniert natürlich im LS leider nicht. Du kannst also Schildenstellen und bekommst ein paar Millionen. Ja klar, ist die Subventionierung. Vater Staat zahlt, weiß ich. Haben wir aber nicht. Nein. Welchen Webber würdest du mir empfehlen für den 22er? Mittelgroße Felder. Mittelgroße, ja, Allstream-Farm. Finde ich persönlich eigentlich empfehlenswert. Hat Mittelgroße Felder. Ja, vor allem wenn wir auf der Leitstelle viel mit der Funk üben. Und dann da Funksprüche reinkommen von anderen Leitstellen, die nur scheiße labern. Jo, rück mal einen Schlauch über. Welchen? Den in meiner Hose oder den im Feuerwehrauto drin? Pff. Ich bin weg. Trucker Tim, moin. Schön, dass du da bist. So, da ist Flo. Ich muss ja jetzt gucken, wen ich hier befülle. Während wir hier Gras anwechselnd sind. Wie gesagt, ich fahre jetzt gerade zum ersten Mal Häcksler. Aber Flo, das wird jetzt hier... Oh, jetzt fährt der links neben mir. Ja, gut. Ja, komm. Dann fahren wir einfach jetzt hier mitten durch. Es steht nicht zu viel, wie so ein Schild mitten im Silo. Was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, PG ist high. Was? Okay, das ist jetzt schon grenzwertig. Wenn ich... Wenn ich nicht wüsste, wie er es meint, würde ich ihm eigentlich einen Permaman geben. Ich halte von Drogen absolut gar nichts. Ich bin einfach nur gut gelaunt, Leute. Das nennt man gut gelaunt live auf YouTube. Und was sagt ihr dazu? 240 Zuschauer am Start. Was haben wir an Likes? 280 Daumen. Wir haben schon 50 Abos gemacht. Das kann doch nur gut sein. Ja, gut. Und ich habe sturmfreie Bude. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so. Das heißt, du musst mal dringend in die BGA. Ja, da werde ich auch gleich mal dringend hinfahren. Und wenn ich nur mal kurz Pipi machen gehe. BGA ist das einzige... Da gibt es die einzigste Toilette. Das ist unser Problem, was wir haben. So. Schade, dass heute die Mitgliedschaft nicht angezeigt wird. Ich denke, Daniel, Stefan hat auch eine Mitgliedschaft draus. Dann funktioniert nämlich der Zeller da oben nicht. Aber ich weiß noch nicht, warum. Am besten, Flo, fährst du jetzt über die Straße. So ein Stückchen. Ich habe auch sturmfrei gebudelt. Das ist gut. Nein, Sockenbro, ich frage mich gar nicht, was du tust. Nein. Nein. Wie kommst du denn auf sowas? Ich glaube eher, du setzt einen Baum in die BGA und machst ihn dann wieder weg. Dann sagst du, guck mal, ich habe einen Baum gepflanzt. Ich weiß nicht so ganz, was du machst. Hier, Flo, das sind Büsche, ne? Da kann man nicht durchfahren. Man sollte über die Straße fahren. Das wäre vielleicht ganz gut. Realismus be like, ne? Was, der soll aufräumen? Das ist auch gut. Ja, ja, Reform, alles gut. Nein, also Drogen, auf gar keinen Fall. Noch nie. Ich habe nicht mal geraucht in meinem Leben. Also, die normale Zigarette. Ich will sie jetzt auch noch nie gemacht. Zockerbro, jetzt ernsthaft. Es wäre echt cool, wenn du damit aufhören könntest, weil dieses Gepiepe nervt mich ein bisschen. Ich weiß nicht, was du machst, aber es wäre echt cool, wenn du damit jetzt fertig bist. So, wo ist mein Abfahrer? Jetzt fährt der schon wieder rechts von mir. Fahr doch links von mir. Ich muss doch hier weg, man. Ich versuche, die Wände frei zu machen. Welche Wände? Reiß das Ding einfach ab. Kannst du mich bitte anrufen, Nico? Da ist er doch. Danke, Stefan. Siebter Monat. Dankeschön. Danke, danke, danke. Schnupfen. Was? Schnupfen? Ne, ich bin gesund. Vielen Dank. Siebter Monat, Danke, Stefan. Das bedeutet bald für dich silbernes... Ne, bronzfarbenes Grünchen hast du schon, ne? Bald bedeutet silbernes Grünchen. Ab dem zwölften Monat gibt es das silberne Grünchen. Und ab dem 24. Monat sogar das goldene. Ah, ah. Das ist doch geil, oder? Hab mir gerade Pumps in die Hose gekauft. Sehr geil, Merma. Denkt nochmal dran, Leute. Für die, die noch das Pack nicht besitzen, sich es aber kaufen wollen, schaut mal in die Videobeschreibung. Ihr findet den Unterstützer-Link an alle PC-Zocker. Ich würde mich sehr drüber freuen und vielen Dank an die, die es nutzen. Letzter Kauf war vorgestern. Vorgestern Abend. Da ist es passiert, da hat sich wieder einer über meinen Link das Pumps & Hose-Pack gekauft. Vielen Dank. Hm? Alles klar, Moritz, vielleicht hast du ja später auch Lust, mal mitzuzocken. Bist immer gerne auf dem Server willkommen. Ah, einfach so OBS, die habe ich dabei gebaut. Hallo Nico, grüße dich. Ach, Schnupftabak meinst du, Lars? Nein. Niemals, Leute. Das ist nichts für mich. Keine Drogen. Okay, Alkohol ist ja quasi auch eine Droge, aber Alkohol in Maßen ist einfach nur genießen. Kein Schnupftabak. Keine Spritzen. Nichts davon, Leute. Auch, da will ich auch nie was von wissen. Wie muss man das einrichten? Mehr mal, wie muss man was einrichten? Ab Pumps & Hoses. Ja, einfach downloaden. Und dann kommt das automatisch auf den, also es wird deinem Spiel überspielt quasi. Warum ist so lange nichts gekommen? Tuning ging aus gesundheitlichen Gründen, war es nicht möglich. Aber ich bin ja wieder da. Und schön, dass du auch immer noch mit dabei bist. Machen wir eine Umfrage mit Fendt und Deutz und Klaas. Ja, aber wofür? Wir hatten ja gerade nur die Umfrage, wegen welchen Häcksler jetzt fahren. Und jetzt habt ihr euch ja dazu entschieden. Es heißt, wir vor live, auch wenn du das meinetwegen lustig meinst. Erst einmal, du repräsentierst hier einen YouTuber. Du machst quasi Werbung für ihn. Von mir aus, ja. Und zweitens, gehört sowas nicht in einen YouTube-Chat. Servus, Dr. Schmidli. Moin. Grüß dich. Kannst du nachher Steier fahren? Kann ich machen, klar. Bald bekomme ich eine goldene Krone. Aber von mir nett. Von mir nett. Ne, ne, ne. Wenn man das über deinen Link kauft, kann man dich unterstützen. Genau, MK. Leute, Creator-Code P-Gioco einsetzen. Also P-Gioco. Zusammengeschrieben, alles groß. Ohne das Minus. Einfach P-Gioco. Damit könnt ihr mich unterstützen. Oder einfach im Link, äh, Entschuldigung, im Chat, in der Chatbeschreibung, also in der Videobeschreibung, meine Links nutzen. Da kommt ihr direkt auf die Seite und ist auch direkt der Creator-Code mit angegeben. Dankeschön, Tuning-King. Danke, danke. Alex, das ist die Allstream-Farm. Man, scheiße, wieder das Projekt Hautbello. Oh, muss ich mal gucken. Nico, ich hab dich schon gegrüßt. Schön, dass du da bist trotzdem. Danke, danke fürs Einschalten. So, jetzt guck mal, jetzt hier schön die Bahn fahren. Ah ja, Hexler-Profi unterwegs hier, sag ich nur. Ich nutze alles an Gras, was nur geht. Das muss alles weg hier. Sonst, wir verschenken ja quasi Geld, ne? Die BGA muss voll werden. Christian, moin. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen in meinem Livestream. Dankeschön. 42 Abos noch, Leute. 42 realistische, bitte. Naja, also keine Zweitkanäle machen oder so. Reform, keine Fremdwerbung. Dankeschön. Andy, sehr schnell reagiert. Nicht, weil ich konnte es zu Ende lesen. Ähm, Road to 48600 heißt es heute, ne? Freunde, vielen, vielen, vielen Dank an die, die mit dabei sind und auch hier schon abonniert haben. Der Creator gehört sich für mich nach einer Spaghetti-Marke an. Siehst du, ich bin bekannt. Ich bin schon wie eine Spaghetti-Marke. Ist morgen ein Guten-Morgen-Stream? Nein. Guten-Morgen-Streams kommen momentan erstmal nicht, Leute. Das hat einfach damit zu tun, was die Arbeit angeht. Ich brauche meinen Schlaf. Das ist wirklich so, Leute. Es ist verdammt anstrengend momentan. Und ich bin froh, dass ich ausschlafen kann. Heute haben wir bis... Bis halb elf geknackt, Leute. Guten Abend, Nils. Grüße dich. Weißt du, wer nicht Boot ist? Ne, nicht Boot kenne ich nicht. Ciao, Andy. Wie, schon weg? Na toll, jetzt bin ich schlecht gelaunt. Jetzt habe ich keinen Bock mehr hier. Wie, Andy, du bist schon wieder weg hier. Du bist... Warte, du kannst erst erschienen hier. Das geht auch mal ja nicht, dass du schon wieder weg bist. Das ist mir egal, Cornfield. Das gibt mir eigentlich nur das Gefühl, dass du nur hier bist, weil du was gewinnen möchtest. Und das habe ich alles andere als gern. Ihr sollt natürlich mit dabei sein, Leute, weil ihr auch Bock auf den Stream habt. Aber ja, wir werden gleich noch ein weiteres Pumps & Hoses Pack im Wert von 17,99 auf meine Kappe raushauen. Für die Community. Für euch. Hab gestern einen Freund von mir in meinem Auto fahren lassen. Was macht er? Er fährt gegen die Laterne mit dem Heck. Deswegen niemals die Freunde ans Steuer des teuren Fort Siestern lassen. Machst du Nachtschichten? Äh, wie, wo Nachtschichten? Was meinst du mit Nachtschichten? Was kann man gewinnen und wie? Dr. Schmier, einfach aktiv im Chat mit dabei sein. Ich verlose heute Pumps & Hoses Packs. Die Erweiterung von Creative Mesh, der nicht Bestandteil des Season Passes, sondern sich selbst kaufen muss. Hau ich hier heute auf euren Nacken. Wie geht's deinem Hund? Äh, ich glaub, die liegt, weiß Gott wo und ist am Knacken. Also sie war bei mir im Zimmer und dann ist sie heimlich wieder abgehauen. Ich hab keine Ahnung, wo sie ist. Weiß ich nicht. Ich spiele hauptsächlich mit dem OC. Lohnt sich LS2 auf PS4 Standard? Äh, auf PC. Ah, du spielst hauptsächlich mit dem PC. Also, René, ich kann dir nur die gute Empfehlung geben. Wenn du PC-Zocker bist, bleib beim PC. Dann bleib beim PC. Ich spiele LS22 auch jetzt neuerdings auf PC. Davor war ich Konsolen-Zocker. Dadurch, dass aber Crossplay dazugekommen ist, bin ich komplett auf dem PC gewechselt. Also ich hab LS22 gar nicht mehr für die Playstation gekauft. Ich hab LS15, 17 und 19 mir für die Playstation 4 gekauft. Beziehungsweise LS19 hab ich ja dann schon... Ah ne, hab ich nicht von Giants geschenkt bekommen. Die konnten das nicht, das musste ich mir selber kaufen. Äh, das hatte ich nur für den PC geschenkt bekommen. Aber ich bin jetzt auf PC gewechselt. Durch Crossplay kann ja jeder mit jedem spielen. Und ich find einfach PC besser. Bessere Grafik, besseres Gameplay. Ich kann mich besser umsehen. Ja. Also, pfff. Bessere Mods. Ich meinte, ob du auf der Arbeit Nachtschichten schiebst. Ne, also von der Arbeit her Nachtschichten super selten. Hier und da kommt's schon mal vor, aber normalerweise eigentlich super selten. Äh, Nils. Mein Hund heißt hier auf YouTube, mein Edelfix. Äh, Zockerleon, moin. Gehe ich einfach aus ganz normalen Gründen nicht bekannt. Genauso wie, dass ich nicht erzähle, wie meine Frau heißt, wie alt meine Frau ist, wie wir aussehen, wo ich wohne. Alles real life. Und genauso gehört mein Hund nicht ins Internet. Alex, Ausrufezeichen mitspielen. Falsche Suchbegriffe, wenn du nicht findest. Gibt's das Pump and Hose auch auf PC, auf der CD? Ich meine, es gibt's auch auf CD, ja. Bin ich mir aber leider nicht ganz sicher. Aber ich meine, das gibt's auch als, als Packung so. Nein, Nico. Nico, das hier ist kein, wir grüßen alle Stream. Ich hab's ja schon. Du hast deinen Namen gehört. Du darfst dich gut fühlen. Ich hab deinen Namen genannt. Genau, wenn du die Wahl, MK, zwischen PC und Konsole hättest, nimm PC. So, seh ich das. Ja, ne, eigentlich gibt der Hexerfahrer an, wo lang gefahren wird, ne? Was ist denn mit diesem Kack-Silo los? Eh, immer noch voll. Ach, so ein Kack. Ja, dann müssen wir das halt absperren. Dann können wir das nicht befüllen. Ich wusste, Andy, dass du noch nicht gegangen bist. Du kannst dich einfach nicht von mir lösen. Äh, WTF? Was ist los, Schmidli? Guten Abend, Elite-Krieger. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wo ist er? Da ist er. So, naja, Andy, du musst die ausblenden, nicht einblenden. Die will keiner sehen hier. Ich kann mal in die Außenansicht gehen, aber ich muss sagen, läuft gut, ne? Es läuft auf jeden Fall gut hier mit dem Hexeln. Ein Feld habe ich gleich fertig. Ich werde aber auch gleich wieder in den Traktor gehen. Also, wenn wir dann gleich den nächsten Wechsel machen, dann geht es auch wieder rein in den Traktor. Leute, bringt die Jukebox zum Laufen. Wenn ihr abonniert, denkt an Kanal auf öffentlich stellen. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Und wie gesagt, grundsätzlich darf jeder natürlich mitspielen. Das ist gar kein Problem. Aber da sieht man ja doch, wie viele das Pumps & Hoses Pack haben. Weil der Server ist, glaube ich, voll. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut sogar. Aber da hätte ich gedacht, dass doch so viele dieses DLC besitzen oder sich halt gekauft haben. Also, mega, mega geil an euch, Leute. Also, schön, dass ihr da seid. Janik war am besten kippen. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich jetzt überhaupt als nächstes hinfahre. Schick mal mal das her, ich fixe das dann. Ja, ist okay. Also, müssen wir die BGA jetzt zumahnen. Die eine Box. Dann setzen wir da am besten, ähm, setzen wir da am besten die Pöller davor. Dr. Schmied, wir sind live seit zwei Stunden schon? Alter Verwalter. Ja, Andy, alles gut. Wir sind schon zwei Stunden live, Leute. Das ist doch nicht den hier ernst. Wo ist die Zeit hin? Jetzt mal ohne Quatsch, Leute. Wir sind schon zwei Stunden unterwegs. Alter Verwalter. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Kefko, moin. Wir sind auf der Outdoor-Farm unterwegs. Wo fahre ich denn jetzt mal hin? Ich kann ja rein theoretisch da hochfahren. Da sind die anderen Häcksler. 70 Minuten, Max, dann hast du irgendwas verpasst. Es ist 19 Uhr 21. In neun Minuten haben wir 120 Minuten voll. Aber guck mal. Ich wollte ja eigentlich Feld 3 machen. Dann fahre ich jetzt nochmal da hochfahren. Dann muss ich da hochfahren. Wo muss ich denn da lang? Wie, komme ich da nur über den Hof hin? Hier ist wahrscheinlich keine Verbindungsstraße, ne? Und hier offiziell auch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hier hoch auf unseren Hof. Am anderen Ende vom Hof wieder da hoch. Und dann hier links. Und dann kommen wir da auf Feld 3. Okay. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Navi, man bringe mich bitte zu Feld Nummer 3. Das war noch Zeiten im LS 13, als ein Elch-Lkw, genau. Ein Milch-Lkw, die Milch abpumpen kam. Warum haben die das eigentlich rausgenommen? Das war doch eigentlich eine geile Sache, oder? Uns geht's gut, Kerstin. Danke der Nachfrage. Wie geht's euch? Das war doch eigentlich immer eine geile Kiste. Also, ich hab's nie erlebt, aber ich hab's halt immer von anderen gesagt bekommen. Wenn der Milch-Lkw vorbeikam, um die Milch abzuholen. Arion, moin. Also, schade, dass das nicht immer mit dabei ist, ne? Ne, hier muss ich nicht lang. Ich muss irgendwo hier links. Im Elfer, das war auch geil. Im Elfer. Wie gesagt, da wusste ich nicht mal, dass es sowas gibt. Also, ich wusste seit dem LS 15, dass es sowas gibt. Zocken mit Benhamin. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Aber heute heißt es Zocken mit Pijoko. Heute ist nicht Zocken mit Benhamin. Nein, nein, nein. Da steht übrigens noch unser Klaas. Warum der da steht, weiß ich auch nicht. Aber dann kann ich doch auch hier lang, oder? Bist du ein echt Bauer? Nein. Warum steht hier ein Klaas so quer? Der hat ja auch hier das Ferse quer. Siehst du mehr, ne? Ich bin mit LS aufgewachsen. Ach so. Ach, die haben ja schon angefangen. Der hat sich auch gedacht, ja, ich fange mal an zu häckseln. Aber dann hatte er wohl keine Lust mehr, ne? Hier fällt vier fertig zu machen. Auch gut. Hatten wir im Häckseln angefangen und dann einfach mittendrin aufgehört. Dann mache ich das nicht mal fertig und hin. Kein Problem. Bis gleich. Eckkoppel mal dran. Ich kann nicht mitzocken, ob das neue DLC nicht alles kann. Dann gönnen. 1799 oder hier im Stream. Auch die Möglichkeit ist zu gewinnen. So. Hoffentlich bleibt der Schneidzweckswagen da, wo er ist. Dass dem jetzt hier keiner umfährt. So. So. Dankeschön, Reform. Danke, danke. Schön, dass es dir gefällt. Das freut mich. Das freut mich. Das freut mich auf jeden Fall. Das freut mich sehr. Ich habe den 9er zu Weihnachten bekommen. Seitdem habe ich alle Teile außer Handy gespielt. Ja, Handy-Version habe ich auch. Den 20er hatte ich auf dem Handy gespielt. War eigentlich ganz cool. Also. Muss ich echt sagen. Ich fand es okay. Also für eine Handy-Version hat es schon Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Muss ich jetzt mal so sagen. Ich weiß nicht, wie das die andere gesehen haben. Aber mir hat es immer eigentlich viel Spaß gemacht. Auch wenn man gedacht hat. So, ja. Handy. Oder Tablet. Aber irgendwie war es geil. 300 Däumels. Dankeschön. Die hat BV war doch klar. Dankeschön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hier überall ein bisschen was stehen lassen. Das ist aber doch jetzt Feld 4, ne? Das ist Feld 4. Feld 3 kommt gleich noch. Das ist nämlich nochmal ein bisschen größer. Mir passt auch wieder auf, dass das läuft. Was auch immer laufen soll. Du darfst aufpassen. Ja. So, weiter geht's. Ich komme euch wieder. Bis gleich. Jo, klar, Kerstin. Wann kommt das nächste DLC zum Win? Gar nicht. Ne, so sind wir mit dem Handy irgendwie komisch. Hm. Boah, okay. Okay, okay, okay. Also, ich sage es euch so, Leute. Je öfters ihr fragt, dass es länger dauert. Das ist wie bei allem anderen. Wie, das ist wie mit dem Wechsel. Das finde ich immer ein bisschen schade. Wenn es was zu gewinnen gibt, dann sind manche so ungeduldig, weil die eigentlich nur das gewinnen wollen, sonst hätten sie schon längst wieder abgeschaltet. Ich möchte einfach nur mal wieder was zurückgeben, Leute. Ich habe 2.7 das erste LS gezockt. Also den LS 0.8, ne? Das müsste ja dann der LS 0.8 sein, ne? Alles klar, Reformen. Viel Spaß. Viel Spaß beim Daddeln. LS 19. Hau raus. Hau rein. Bis zum nächsten Stream. Danke fürs Zuschauen. Schon geil, was hier los ist. Auf jeden Fall, Leute. Dauerhaft um die 230, 240 Zuschauer. Sagt mir natürlich wieder selbstverständlich, dass es euch gefällt, ne? Okay, der ist hier noch am Befüllen. Ich muss mal kurz hier gucken, was mir hier so gerade abgeht. Ähm, Mr. Thaler im Wunderschönen. Schön, dass auch wieder mit dabei bist. Wie geht's dir? Herzlich willkommen im Livestream. Mach alles FIFA, 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 FIFA. Das weiß ich so genau gar nicht. Carsten, was denn? Achso. Ja, aber LS 0.8 war der erste. Vorher gab's keinen. Der, der erschien ja dann. Äh, Entschuldigung. Hat keiner gesehen. Äh, Fast, Fast Sim. Guten Abend. Moin. Grüße dich. Fast Sim. Der ist auch gut. Fast Sim. Er ist ein Fast Sim. Ja, Andy, so ungefähr. Also ich könnte froh sein, dass der Moritz gerade nicht da ist hier. Dann hätte er so viele Timeouts hier. Gibt es im LS 0.8 den Con of HW 80 Hänger? Äh, das weiß ich. Also wenn ich alle Mods auswendig kennen würde, dann wäre ich glaube ich hier Mod-Tester. Aber das weiß ich nicht. Mein SLS war der 14er und dann der 18er. Also ich habe 15, 17, 18 habe ich ausgelassen. Das war ja Handy. Ich habe aber 15, also LS 15, LS 17, 19, 20 und 22. Und seit dem 19er auch alle DLCs. Ich habe tatsächlich erst gestern wieder angefangen LS 22 zu spielen. Nachdem ich die Schnupfenwelle erwischt habe, habe vergessen, wie mühsam es sich war, einen Spielstand aufzubauen. Subventionierung. Aber auch nur, wenn man nicht realistisch spielen möchte. Ich nutze es ja so gut wie gar nicht, außer ich mache hier solche Events. Auf welchem Server spielt es? Auf meinem eigenen. Hallo Ben, moin, grüß dich. Ist er voll? Hä? Ja, Nick. Das wird dann wohl der S-Teil gewesen, dann hat er aber einen Riesenspaß gemacht. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Also ich muss ja sagen, ich habe nur im LS 15 angefangen. Wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich habe auf YouTube ein Video dazu gesehen und wollte es sofort haben. Habe es mir sofort gebraucht gekauft. Ich habe das damals gegen GTA eingetauscht. Ich hatte früher GTA, das habe ich aber durchgespielt. Und Multiplayer mochte ich sowieso nicht. Und habe es dann gegen GTA eingetauscht. Und war vom ersten Tag wirklich begeistert bis zum geht nicht mehr. Tuning King, gucken wir mal. Was ist dein Creator of German Pay? Pijoko. Also Pijoko. Groß und zusammen. Ohne das Minus. Ansonsten guck in die Videobeschreibung. Dort gibt es die Unterstützer-Links. Du kannst aber auch einfach gerne. Habe ich mein Stream Deck offen? Ja, habe ich. Du kannst auch einfach gerne auf diesen Link hier klicken. Ne, Moment, der nicht. Da, Partner-Link. Hier ist das Pumps & Hoses Pack. Das ist der Link für das Pumps & Hoses Pack. Wenn ihr Bock habt, einfach mal draufklicken. Da kommt ihr auf den Giants E-Store. Und da könnt ihr euch das dann sehr gerne kaufen. Kein Problem, Cedric. Happy Birthday. Alles, alles Gute. Genießt dein Bursteltag heute. Es sei dir auf jeden Fall wie könnt. KKN, was gibt's? Schön, dass du da bist. Der Aquarium-Mann ist da. Finn, was geht? Finn, mein Aquarium-Mann. Moin, grüße dich. Ich bin zu schnell für den 800er hier. Ich muss immer ein bisschen warten. Ah, ein bisschen mehr links. Genau, Yannick. Wunderbar. Das funktioniert hier. Achtung. Was hast du heute alles gemacht? Äh, Jogginghose angezogen und gechillt. Okay, ich werde natürlich mit meinem Hund spazieren. Hallo? Sag mal. Hat der hier soffen? Alter, warum zieht der plötzlich nach rechts? Er fährt die ganze Zeit geradeaus und von einem Tag... Ne, von einer Sekunde auf die anderen. Zack, nach rechts rüber. Alter Verwalter. Wo ist mein... Hat ja lang überlebt, mein Schneidwerkswagen. Warum liegt der denn jetzt da unten? Hast du eigentlich mittlerweile den 24-7-Server aufbauen können? Nein, leider nicht. Ich weiß, Schande über mein Haupt. Es tut mir leid. Aber nein, tatsächlich noch nicht geschafft. Es tut mir echt leid. So. Wir fahren jetzt zu drei. Ah! Ah! Danke. Das Gülle-DLC, Pumps & Hoses. Die BGA. Kann man Geld mit dem Methan und Strom machen? Mit Strom machst du Geld, ja. Methan wird unnötig über die Gasfackel verbrannt. Da passiert nichts. Ne? Dann ist die Gasfackel aktiviert. Das solltest du vermeiden. Deswegen setzt du so ein BGHWK, oder wie das heißt, hin. Und dann macht er aus Methan Elektrizität. Korrekt. So. Feld Nummer 3, Freunde. Sehr gut. Zack, zack, zack. Isst du Reiswaffen? Ne. Reiswaffen sind so gar nichts. BHKW. Ja, hab ich doch gesagt. BHKW. Danke, Leo. Ich zeig euch gleich unsere BGH. Justin, moin. Justin oder Bibi? Justin, Justin. Was geht? Leiser. Malo. Moin. Schön, dass du da bist. So. Moment. Ich sehe meine, das ist eine Tantatour nicht mehr, weil es schon so dunkel ist. So. Ja, KKN. Ob du jetzt da Geld bekommst, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber du kannst die Elektrizität auf jeden Fall nutzen. Blockheizkraftwerk, BHKW, Blockheizkraftwerk. Aha. Achso. Ja, Fachbriefe lernen mit Biccioco. So. Philippe Hauke. Einen wunderschönen Judenabend. Schön, dass du da bist. Achso, ich hab mein Lenkrad falsch angepackt. So. Jetzt geht's los. Du kannst mit Feld 4 die Rohrkamera einschalten. Mit F4. Nicht eher mit Alt-F4. Hallo Christian, moin. Willkommen im Stream. Schön, dass du mit dabei bist. Danke fürs Einschalten. Schön, dass du mit dabei bist. Dankeschön. So, Feld 3 ist eigentlich recht groß. Für die Autofarm finde ich das wirklich sehr schön groß gemacht hier. Schauen wir mal, dass wir das hier mal wegbekommen. Guten Abend, Philippe. Alles gut, wie geht's dir? Ich werde aber gleich auf jeden Fall auch mal wieder Abfahrer sein. Kann ich jetzt die ganze Zeit hier häxeln. Ist nicht wechseln. Ah, wechseln. Doch, Sebastian. Doch, hast recht. Ja, komm, machen wir noch so 2, 3, 4, 5 Minütchen. Dann machen wir auf jeden Fall nochmal einen Wechsel. Hast recht. Ja, halbe Stunde ist schon wieder rum. So schnell kann das gehen, Leute. Halbes Stündchen, zack, vorbei. Hätte ich nicht gedacht. Ach, nicht so schlimm. Hat sie mich nur gewonnen, dass ich den Server nicht gefunden habe. Die Idee ist auf jeden Fall da. Habe abonniert, bin gestern 10 Uhr und Christian, der PiBölf, der hat das Video nachgedrückt. Ja, das ist das Schöne. LS ist ein familienfreundliches Spiel. FSK ab 0. Heißt, es darf jeder spielen und es darf jeder auf meinem YouTube-Kanal gucken. Und das ist einfach das Gute. Naja, ich bin der Einzige, der LS 19 spielt. Nein, hier haben wir ja auch noch andere, die LS 19 spielen. Also, gerade ist auch einer gegangen. Der hatte dann auch gesagt, so, ich gehe jetzt noch was LS 19 spielen. Nicht jeder hat unbedingt vielleicht auch das Geld für den LS 22, ne? Florian, welcome back. Ich gucke die ganze Zeit auf mein Handy, ob meine Frau mir schon geschrieben hat. Mein Getränk ist auch leer. Ja, Leute, aber die 48.6, die müssen wir heute hier noch voll ballern. Die 48.600 müssen heute noch voll werden. Vorher möchte ich eigentlich nicht offline gehen. Ich würde mich sehr darüber freuen, Leute. 36 noch. Das ist eigentlich nicht viel, ne? 36 Abonnenten brauchen wir noch. Bei 220 Zuschauer ist es möglich, teilen, 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 sage ich nur. 24 Stunden streamen habe ich gehört. Rücken kaputt habe ich gehört. Kannst du gerne machen, Zoggenwo. Wir sind ja ein Team, wir sind ja Moderatorenfreunde und alles. Du kannst gerne den Streaming übernehmen. Muss nur vorbeikommen. PG, Bastian, herzlich willkommen. Oder ich mache einfach Bildschirmübertragung über Discord. Landwirtzwerkerfahrer, welcome back. Schön, dass du wieder da bist. Ich mache jetzt mal kurz hier, soll ich mal kurz Vorgewende machen? Oder willst du da weiterfahren? Ja, komm, fangen wir da weiter. So. Bin heute 22 Uhr und Felix, happy birthday. Alle werden sehr alt hier. Alter, Alter, ja. Alle werden sehr alt. Ich würde ja gerne LS22 über meine Hardware macht es nicht mit. Aber das ist natürlich doof. Leo, danke, aber bitte keine Fremdwerbung. Alles Gute. Ja, genau, alles Gute an die, die heute alle Geburtstag haben. Wie viele haben wir heute Geburtstag? Hier, ich, ich. Ach ja, ich auch. Ja, ich bin uns auch heute. Es sei euch gegönnt, Leute. Wo muss das sein? Also dafür, dass hier verdammt viele Abos reinkommen, haben verdammt wenige Kanabe veröffentlicht. Also sehr viele private Abos hier. Aber trotzdem, mega geil, Leute. Mega, mega geil. Ich hatte letztes Mal Fabian, alles Gute nach, dreckig. Das kann man auch noch eine Woche später sagen. Sehe ich als noch positiv an. Eine Woche später kann man ruhig noch alles Gute nach, dreckig sagen, ne? Ja, stimmt. Ich habe ja meinen Geburtstag vergessen. Ja, deswegen. Das kann ja schon mal passieren. Wenn man zum Beispiel keine Geschenke mehr bekommt, dann vergisst man das schon mal gerne, ne? Also ich muss sagen, ich finde die, die, äh, die Hakenanhänger hier mit Absatzskipper ganz cool. Oder Absatzcontainer. Aber die haben einen scheiß Trigger wohl. Wie findest du die neuen Blinklichter von John Deere? Die LED-Blitzer, schrecklich. Die siehst du doch gar nicht. Also doch, in real life sollen die wohl richtig hell sein. Aber hier im Spiel fallen die gar nicht auf. Ich hatte am 26. Alles Gute nach, dreckig. Kann man auch noch drei Monate später sagen. Ist gar kein Problem. Natürlich. Oder zwei Monate später. Komm, das sind sogar nur zwei Monate. Ne, also diese LED-Blitzer in den neuen John Deere-Traktoren. Die sind klein und fein, ne? Also in real life sind die wohl wirklich richtig hell. Aber ich find sie hier im Spiel, sie fallen nicht auf. Und ich bin ein großer Fan von den Umleuchten. Ich hab die auch immer an. Auch wenn man sagt, ja ne, auf dem Feld macht man die aber aus. Ja, ne, bei mir ist Safety first. Streamst du auch wieder mal ETS? Ja, hab ich vor. Ähm, spätestens haben wir einen SCS. Ähm. Den MN bringt. So, Sockenbro schuldet mir einen neuen Häcksler. Hallo Albert. Alles bestens. Wie geht's dir? Ah. Ah, schön. Ah. Ja, der Rücken fängt an. Aber ich hab ne Wärmflasche dabei. So, was ist jetzt mit dir Sockenbro? Hat der keine Lust mehr? Du hast am 7. Januar. Hat das auch schon bald? Am 28. Ja, Happy Birthday. Alles gute Nachträge, Schwiedi. Das sind zwar dreieinhalb Monate, aber da kann man auch noch alles Gute wünschen. Kann man auf PS4 mitspielen? Ja, Paul. Jeder kann nicht spielen. Brauchst nur das Pumps & Hoses Pack. Aber da es das ja für alle Plattformen gibt, sollte das ja grundsätzlich, denke ich mal, kein Problem sein. Oder? Ich kenne da so wen man arbeitet, dann macht man die Rundumleuchten an. Ach, wenn man arbeitet? Ja. Das kommt immer drauf an, wo du unterwegs bist, ne? Aber ich bin grundsätzlich immer der Meinung, Rundumleuchten müssen an sein. So, wir fahren jetzt Spuren. Ich hab in drei Monaten geboren. Das ist auch schon bald, Thomas. Man darf nur nicht vorneweg gratulieren, ne? Kann man das Safecam zum Donut bekommen, da ich die BGA einfach mega finde, wie du sie gebaut hast? Grundsätzlich tue ich mich da ein bisschen schwer mit, meine Safegames rauszurücken. Hat nix damit zu tun, dass ich euch nicht mag. Paul, das ist die Ortsman Farm. Hat nix damit zu tun, dass ich euch nicht mag. Aber irgendwie, das ist wie das Safegame von dem ersten Livestream, wo ich die BGA gebaut habe. Auf diese BGA bin ich so stolz. Aber, ach. Ich weiß nicht, ob ich deswegen mein Safegame rausrücken möchte. Ist so eine Sache. So, bist du nicht langsam mal voll Sockenbro? Er ist voll. Nächster. Zack, Marius. Erstmal hinten reingeknallt. Lohnt sich das DLC nur für die Biogasanlage? Also, wenn es dir darum geht, nur die Biogasanlage zu bauen, ja. Es sind viele, viele Möglichkeiten. Und diese Gülleseparierung und alles. Das ist halt was ganz anderes. So, wir müssen jetzt einmal komplett drehen, weil ich hab den Marius neben mir. Und schaut mal, der hat den Anhänger mit diesem Überwurfschutz. Also, ich glaub, das heißt Überwurfschutz oder wie das heißt. Womit man eigentlich schön reinhexen kann, ne? Wenn die Informationen stimmen, soll dem MN bald ein Anhänger zu kommen. Ja, was zumindest, wo sie auf jeden Fall mit dran sind, ist ja tatsächlich der MRN TGX 2021 bzw. 2022. Also, das ganz neue Modell, ne? 13. August, Philippe, happy birthday, alles Gute, nachträglich. Sind da DLCs dabei, die was kosten? Nur das Pamsenhauses-Pack. Ich werde aber auch gleich nochmal eins raushauen an euch, Leute. Hier und da immer wieder meine Verlosung. Ihr müsst dann einfach nur, wenn ihr die Gewinner seid, mich anschreiben. Und dann könnt ihr das Pamsenhauses-DLC gewinnen. 17,99 auf meinen Nacken, sag ich nur. Wie geht's, Arjen? Gut, gut. Wie geht's dir? Ich hab jetzt grad mal, wie gesagt, die Spur gewechselt, damit der Marius hier ordentlich abfahren kann. Also, damit sein Anhänger, den er hat, auch wirklich Sinn macht. Deswegen muss ich jetzt die Bahn hier links, rechts, hoch und runter fahren. Oh, Erja, 31.5. Das ist schon lange her, ne? Aber natürlich auch dir alles Gute, nachträglich. Also, ich seh das nicht so streng, was das nachträgliche Gratulieren angeht. Da kann man sich auch mal einen Spaß draus machen, ne? So, noch gut. So langsam, bemerk ich's halt wieder im Rücken. Aber ansonsten, soweit, alles okay. Lorenz, servus, moin, grüße dich. Okay, erster Dritte, das ist schon wirklich lange her. So, ich hatte auch am ersten Dritten. Ne, echt jetzt, Landwirtzuckerfahrer, du hast am gleichen Tag wieder fast, Sim. Hast du nen Plan, wie lange du noch streamst? Dr. Spidi, was meinst du, wie lange sollte ich denn noch machen? Was ist denn so dein Wunschdenken? Dein Wunschdenken ist wahrscheinlich 24 Stunden Stream, ne? Da muss ich dich dann leider enttäuschen, das geht leider nicht. So, jetzt muss der Simon aber mal weiterfahren. Sonst wird das hier nix. Schweine Anton, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir machen natürlich jetzt erstmal den Marius voll, ne? Einer nach dem anderen. Wie gesagt, Paul, Pumps and Hoses Pack. Habe ich ja gerade erzählt, dass das einzige Pack DLC was kostet. 17,99, es lohnt sich aber auf jeden Fall. Nein, gar nicht, 42 Stunden geht das. Also ich kenne ja, Trits-Streamer und so, die machen ja so 48 Stunden Streams. Aber die machen das ja auch mit Schlafen gehen und allem, ne? Also die bleiben zwar live, die schalten dann auf einem Sleeping oder Just Chatting und dann gehen die schlafen und schreiben in den Stream rein, wann sie wieder aufstehen, also wann sie einen Wecker gestellt haben und so. Sowas gibt es ja tatsächlich. Und die machen dann 48 Stunden Streams. Die halten das natürlich dann auch aus, ne? Wenn du ganz normal schlafen gehst und kochst und isst und so, das schaffen die natürlich dann, ne? Also ich habe, ich selber habe 24 Stunden noch nie geschafft. Ich habe es, ähm, zweimal versucht. Es geht aber leider nicht. Das Pack lohnt sich. Ich habe gerade eine neue BGA gebaut. So geil, geil, oder? Steigerbaum. Einfach nur mega geil mit den BGAs. Also wie gesagt, 24 Stunden, ich habe zwei Stück mal versucht. Macht mein Körper nicht mit. Erster Stream waren 17 Stunden und zweiter Stream sogar nur 15. glaube ich. Weil an dem Abend musste ich mich tatsächlich übergeben, weil ich was Falsches gegessen habe. Das tut mir auch echt immer noch leid. Und seitdem habe ich das halt auf 2x12 umgebaut. Also ich habe ja für den Release des LS22, ich durfte den ja vier Tage vorher schon präsentieren, habe ich einen 2x12-Stunden-Stream gemacht. Ich war an einem Samstag, ne? Am Dienstag war der Release. Ich war an dem Samstag davor 12 Stunden live. Dann habe ich 12 Stunden Pause gemacht. Also ich bin schlafen gegangen, habe gegessen und alles. Und bin dann am... Ne, Entschuldigung. Ich war ja von 10 bis 22 Uhr live. Oder war das von 8 bis 22 Uhr? Lass mich mal kurz überlegen. Ne, von 8 bis 18... Äh, von 8 bis 20 Uhr war ich live. Dann bin ich offline gegangen, habe zu Abend gegessen, bin duschen gegangen, habe mir da vorne noch einen Film geguckt. Dann sind wir pennen gegangen. Bis Sonntag früh. Bin dann um 8 wieder live gekommen. Wieder bis 20 Uhr abends. Und habe das dann quasi ein 2x12-Stunden-Stream gemacht. Also war ich eigentlich auch 24 Stunden live mit einer 12-stündigen Pause. Das kriegt mein Körper hin. Nur jetzt momentan nicht mehr. Aber vorher ja. Gaming Alex, Servus, Moin. Das hat er tatsächlich hinbekommen. Und da hatte ich ja auch 200.000 Zuschauer. Also klar. Der Stream an sich hat mich auch mega fit gehalten. Also ich konnte gar nicht an Schmerzen oder so denken. Weil wir hatten über 2600 Zuschauer beim zweiten Teil. Das war schon echt geil. Hallo Sonja. Äh, je dürr. Mach ich. Wir machen in 5 Minuten einen Wechsel. Und dann gehe ich wieder auf den Traktor. Also Carlo und Simon haben sich auf jeden Fall lieb. Ich glaube der Carlo war aber vor dem Simon da. Der fährt nämlich glaube ich dem Wasserwalter schon ein bisschen länger hinterher. Oder war... Wer hat sich denn... Hat der Carlo sich vorgedrängelt? Chat. Also Chat. Ingame Chat. Wer von beiden hat sich vorgedrängelt? Sven, guten Abend. Schön, dass du da bist. Das habe ich jetzt nicht so ganz mitbekommen. Wer von beiden hat sich vorgedrängelt? Ja, solche Leute brauche ich eh nicht auf dem Server. Die nur so Flausen im Kopf haben. Landwirt, Servus. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Da bin ich knallert, Leute. Gibt es direkt Permawand. Hallo Sven. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Simon war doch eben Kippen. Nee, das war... Das war, ähm... Ah, wie ist er denn jetzt? Ich habe den Namen vergessen. DDR Vogt. Moin, grüß dich. Cool, Hans. Jetzt willkommen. Warst du schon... Oh, oh, oh. Warst du schon mal am Nürburgring? Für mich geht es morgen hin. Rennen am Nürburgring. Nürburgring. War da nicht mal die Formel 1? Hi Justin. Moin. Schön, dass du da bist. Guten Abend, Benjamin. Einen wunderschönen... Kannst du bitte einen Steyr fahren? Äh... Ja. Oder? Könnte ich tun. DDR Vogt. Ich spiele auf PC, aber mit Crossplay. Das heißt, jeder kann mitspielen. Hi Justin. Moin. So. Moment. Ich muss mal kurz Permawand verteilen. Äh... Sico kann sich gerne bei mir melden. Permawand ist mir erst mal raus für Querfeld. Querfeldeinfahrten. Querfeldeinfahrten sind bei mir gar nicht gern gesehen. Also es könnte sein, dass ich morgen tatsächlich schon wieder live bin. Meine Frau würde gerne in ihrem Hobby nachgehen. Die hatte mich nämlich schon gefragt. Ähm... Ich meine nämlich auch, dass der Simon vorher da war. Also Carlo. Benehmen oder Permawand? Warum hexest du ohne Siliermittel? Wir haben nicht genug Geld dafür, Landwirt. Ich kann mir kein Siliermittel leisten. Mein Lehrer ist beim Ironman-Rennen. Boah, geil. Krass. Respekt. Ironman. Das ist krass. Was da abgeht. Heide wird's ja. Können wir mir aber glauben. So. Wann machen wir... Wechseln wir mal um 19.50 Uhr. Und dann kann ich gerne, sag mal, Steier fahren. Können gerne dann in den Steier reingehen. Hab ja jetzt schon 1, 2, 3 Felder gehäckselt. Bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen. Für einen Wechsel drei Felder. 331 Däumels. Dankeschön. Ist das eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, ob meine Frau erst um 22 Uhr oder so nach Hause kommt. Ja, Dorf Depp ist okay. Permabann geht wieder raus. Ich muss das leider so machen, Dorf Depp, damit ihr euch, damit ihr das versteht. Weißt du? Also bitte keine Gewehrfeld-Einfahrten. Ich brauche hier absolut keine Katastrophen, Leute. Wir versuchen das hier realistisch zu machen. Danke dafür. Best of Energy. Einen wunderschönen... Guten Abend. Schön, dass du da bist. Hier, den würde ich eigentlich gerne mal fahren. Ist das zufällig, der Steier? Da habe ich nämlich extra diese schönen Anhänger gekauft. Das ist der doch. Jawohl, das ist der. Geil. Da habe ich extra so zwei schöne Drehschirmel gekauft. Marco, guten Abend. Schieb mal bitte mit dem Klaas. Das können wir da mal machen, Florian. Wenn wir gleich in die BGA fahren, zum Kippen. Dann kann ich das gerne mal machen. Sag mal, hast du nicht mal langsam Hunger? Ich habe schon zu Abend gegessen. Ich habe schon zu Abend gegessen, bevor ich live gekommen bin. Ich möchte nochmal Danke sagen an PhilArmy, German, LP, an den lieben Jürgen und den LS-Gammer sowie SpaceMonkey. Vielen, vielen Dank für euren Kanal-Support. Sag mal, hast du... Das hatte ich schon. Das hatte ich auch schon. Oh man, nichts mit Essen sagen, sonst habe ich Hunger. Burger, Hähnchenschnitzel, Pommes, Kroketten, Brokkoli. Isst dein Brokkoli. Der ist gesund. Warum heißt das LU Neumann? Ja, wir sind das LU Neumann. Wir können es halt. Ich habe schon Hunger. Also ich... Nein, du gehst jetzt nicht essen. Ab zu Burger King. Kocht lieber selber, ist gesünder. Die Abfahrer können auch noch etwas üben. Naja, ich übertreibe privat leider mit Realismus. Justin, du bist gern bei mir willkommen. Realismus im Spiel immer wieder gern. Ich muss mir ja gleich mal einen Schokoriegel gönnen. Ich bestelle mir gleich eine Pizza. Meine Verlobte ist heute Abend nicht da. Ach, so läuft das Steigerbaum. Kaum ist die Frau aus dem Haus. Zack. Pizza bestellen. Kann man Moderator werden? Nein, Schmiedi, mein Team ist voll. Dankeschön. Jeder, der was mit Essen sagt, bekommt 300 Sekunden. Brokkoli. Blumenkugel. Wie findest du die Scania-Schnauzer? Was sind denn die Scania-Schnauzer? Hallo, Mayus. Ich habe meinen Namen geändert, denn eigentlich Maria, kennst du mich noch? Die Maria, wo ich immer Spickzettel geschrieben habe. Was ich alles so gemacht habe. Oder welche, Maria? Florian hat es da unten gemundet. Oh, Lasagne. Freiwild, guten Abend. Schön, dass du da bist. Eweco, bist ja richtig nett hier. Currywurst. Pizza, Lasagne. Also ich habe heute Chickenburger gegessen, falls ihr es wissen wolltet. Ich habe auch noch nicht gegessen. Redet mich nicht so viel über Essen. Jetzt bin ich mal dran heute. Ich weiß noch, meine Livestreams. Immer wieder seid ihr mich am ärgern, was ihr so alles Tolles esst. Und ich bin am Verhungern. Heute bin ich mal dran. Heute gibt es bei mir leckere Bohnensuppe mit Würstchen. Siehst du schon, ist der Hunger vorbei. Bohnensuppe mit Würstchen. Heidewitzka. Was ist passiert, Thomas? Hast du mir zu viel gespendet, sodass du dir nicht mehr ordentliches Essen kaufen kannst? Ich gebe dir das Geld wieder. Gar kein Problem. Nur Spaß. Keine Ahnung, Leo. Weiß ich nicht. Also ich komme jetzt in den Schokoriegel. Und ich muss mir noch was zu trinken holen. Ich habe hier meinen wunderschönen Mini-Kühlschrank stehen. Ich komme da direkt dran. Chicken Burger. Chicken Burger sind geil, ne? Wenn du mal möchtest, können wir auch mal privat zusammenzocken. Weiß aber nicht, ob das okay ist, dass manche andere denen nicht so gefallen wird. Du kannst gerne bei mir mitspielen. Aber ich spiele privat nicht. Also wenn ich spiele, dann bin ich gleichzeitig auch live. So, Freunde der guten Unterhaltung. Ich packe mir noch mein Schneidwerk. Simon, du kannst gerne Kippen fahren. Ich packe mir jetzt mein Schneidwerk. Und dann werden wir einen Wechsel machen, meine lieben Freunde. Ich schwinge mich dann in diesen wunderschönen Steier. So, ja, ich glaube, Carlo wollte mir einen Schneidwerkswagen wegnehmen. War wohl nix. Satz mit X war wohl nix, ne? So. Multifilter macht einem viel mehr Spaß. Ja, das ist auch so. So, mal eine rein theoretische Frage. Könnte ich mich in eine Ecke stellen und dann essen? Ja, klar. Zuckerbro, du bist Mod? Natürlich. Du darfst das. Andere müsste ich dann leider rausschmeißen. Aber Zuckerbro ist hier mit der Aufpasser auf dem Server. Deswegen geht der mal kurz essen und ist gleich wieder für euch da. Ach, ist die Datenschale. Was ist denn hier schon wieder passiert? Guckt mal, auch hier. Irgendeiner hat immer angefangen, die Felder zu ächseln. Und einfach zwischendurch aufgehört. Vierfache Cheeseburger. Geil. 1,3 Kilo. Fleisch. Gib dir Fleisch. 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 Hier, Feld 20 auch. Mittendrin angefangen und aufgehört. Ach, guck mal. Die haben sich alle zur BGA runtergelümmelt. Was sind das hier für Lümmels? Aber guck mal, während die drei zweieinhalb Felder gemacht haben, habe ich eins, zwei, zweieinhalb. Also, ich habe zweieinhalb alleine und die haben zweieinhalb zusammen. Irgendwas ist da falsch, ne? Ich würde sagen, wenn wir jetzt den Wechsel machen oder nix reinjoinnt. Wir werden uns mal hier rüberarbeiten. Also, mal zu Feld 20 rüberfahren und dann hier 24, 25, 26, 27. Dann machen wir erstmal hier die 20 bis 29 fertig. Für der, der dann in den Hexer reingeht. So, Freunde. Let's go. Wir machen ein... Äh. Also, ihr könnt im Server joinen. Ich muss gar keinen Wechsel machen. Ihr habt Glück. Ihr dürft alle auf dem Server bleiben. Wir müssen gar keinen Wechsel machen, weil der Server ist nicht voll. Leute, joint im Server, freie Wahl. Ich gehe mal wieder auf meinen Nightbot und werde das nächste Pumps & Hoses Pack raushauen für euch. Ihr dürft dann natürlich auch gerne die Plattform selber aussuchen und ich kaufe es dann einfach. Wenn es natürlich auf Konsole ist, dann überweise ich euch Geld. Am besten natürlich Paypal. So, joint im Server. Jetzt dürfen auch die reinjoinen, die schon mitgespielt haben. Wir fahren jetzt erst einmal schlafen. Also, hier im Spiel schlafen. Und werden auf 9 Uhr vorspulen. Und dann werden wir schön am helligsten Tage einmal weitermachen. Wir fahren jetzt hier den Steier CVT 61, 65. Ja, Fanpower. Das geht. Der ist heute lackiert in so einem dunkelgrau-schwarz mit schwarzen Felgen. Innenraum sehr, sehr schön. Einmal den Motorstart. Wir haben hier auch die Türöffnung und das Heckfenster, was wir auf und zu machen können. Ja. Also, wie gesagt, wir machen gar keinen Serverwechsel. Ihr könnt alle auf dem Server bleiben und andere können noch joinen. So, Freunde. Lass uns mal was zu trinken gönnen. Ich hätte jetzt gerade einen Spezi. Jetzt gönne ich mir erstmal einen Schokoriegel. Agrar-Team. Guten Abend. Und ich gönne mir eine Orangenlimonade. Einen wunderschönen guten Abend, Agrar-Team. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Oh, ich habe eine WhatsApp. Jetzt sag bitte nicht, sie kommt schon. Der Steier ist ja cool. Wo gibt's denn zum Download? Mottab. Mottab. Steier CVT. Zum Wohle. Ja. Prost. Ich will auch einen Riegel. Das ist mein letzter. Weißt du, wer Nightbot ist? Der Saga Nightbot ist ein programmierter Bot, den ihr für eure Streams nutzen könnt. Prost, Leute. Prost, Männer. Prost, meine Damen. Jeder ist hier willkommen. Auf euch. Boah. Wenn man so viel sabbelt, ist aber auch echt der Hals sehr schnell trocken. Wie findest du die Haut-Bello-Map? Also als Standard-Map finde ich sie okay. Als Standard-Map, sag ich es mal so. Sie ist ja Standard im Spiel mit drin. Ist sie okay. Okay, ich bin mal auf die neue Map jetzt gespannt. Ich glaub, Nabo und so ist noch gar nicht bekannt, ne? Mit der Platino-Expansion kommt ja auch eine neue Map. Äh, Zockenbro, was kaufst du da wieder? Äh, was hat man jetzt gesagt? Wir fahren rüber, ne? Kann ich doch hier rechts... Geil, ich fahre jetzt so eine schöne Kombi. Die habe ich mir extra gebaut. Äh, Pfeffer, eine Orangen-Limonade. Diese Kombi habe ich mir extra gebaut. Ne, da kannst du ja sogar die Dachfarm melden. Das ist so ein schönes Navy-Grün. Oliv... Oliv-Grün, um ganz genau zu sein. Alter, was ist denn hier passiert? Och, Leute. Guckt mal, was hier... Oh, mein Gott. Was machen die hier? Das darf echt keiner sehen hier, ne? Ei, 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 ei. So, Freunde. Wer hat Bock aufs Pumps & Hosen-Pack? Ich, ja, ne? Wir verlosen das jetzt. Ich werde jetzt erstmal schlafen gehen. Und dann hauen wir das raus. Und dann geht's weiter mit dem Häckseln. Grüße gehen raus an 250 Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Schöne Kombi, die ich hier habe. Also wirklich. Ich finde die Kombi sehr, sehr schön. Sind zwei Drehschimmel. Kann man schön mit auf der Orangen-Farm fahren. Ist übrigens auch unsere offizielle Map, ne? Nochmal die Info an euch. Das ist jetzt hier nicht irgendwas Gecheateres. Das ist unsere offizielle The All-Screen-Farm. Wollte ich euch nur nochmal mitteilen. So, ich lasse ihn kurz mal hierhin stellen. Und dann einmal kurz die Zeit vorspulen. Weißt du, ob alle DLCs, die bis jetzt gekommen sind, in der Platinum Edition enthalten sind? Nein. Tom, in der Platinum Edition ist das Hauptspiel, also der LS22. Und das Platinum enthalten. Also die Zusatzgeräte über Volvo etc. Alle anderen DLCs müsst du dir separat kaufen. PG, du schenkst es mir. Haben wir doch vor dem Screen so ausgemacht. Ja, klar. Steht hier. Ich schenke euch alles auf meiner Stirn. Ich glaube schon, ne? Nico, servus. Schön, dass du da bist. Ich schaue dir schon seit zwei Jahren. Martin, vielen, vielen Dank. Achso. Sockenbro. Ich muss dich gerade leider rausschmeißen. Ich hoffe, er nimmt mir das nicht böse. Weil er kann die Zeit nicht annehmen. Er ist ja gerade essen. Ich mache dem einfach gleich eine Server wieder frei. Christian, grüß dich. Was war dann erst erlässt in der Reihe? Der LS15 Florian für PS4. LS15 PS4, LS17 PS4, LS19 PC und PS4 LS22 PC. Und natürlich LS20 mobile Version. Habe ich von Giants zu Präsentationszwecken geschenkt bekommen. Sag mal, hätte man hier nicht schönes Wetter haben können? Ich wollte jetzt eigentlich im strahlenden Sonnenschein hier weiter Gras häxeln. Jetzt, jetzt ist hier bewölkt. Egal, dann sieht man hier rundum leuchtet ein bisschen mehr. So. Okay, Freunde. Ihr habt Bock aufs Pumps & Hoses DLC. Ich habe Bock für euch Geld auf den Kopf zu hauen. Ich sollte aber diese eine da, diese Chat da deaktivieren. Okay, wir haben 50 aktive Schreiber. Wir haben 250 Zuschauer. 50 davon sind aktiv am Schreiben. Okay. Leute, let's go. Der nächste Gewinner für das Pumps & Hoses Pack ist... Kenne ich Agrarteam Erzgebirge. Glückwunsch. Happy Birthday. Nee, nee, nicht doch. Ist ja quasi wie Geburtstag, ne? Gleich kommt das nächste. Keine Sorge, Leute. War nicht das letzte. Jonas, moin. Agrarteam Erzgebirge. Bist du da? Ich habe ja nur gefragt, das war am 19 auch so. Was war am 19 auch so? Fortnite Bro, moin. Hallo Piggy, Klaas und John Deere. Was gibt es hier das Beste für dich? Let's go. Auf die Räume. 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 Wenn er nicht gewonnen hat, äh, wenn er sich nicht meldet, geht es an den nächsten weiter. Let's go, Leute. 30 Abos noch. Lennert, moin. So. Agrarteam Erzgebirge. Bist du da? Hab gut geparkt. Weil ja, ich muss dich leider rausschmeißen, weil wir schlafen gehen mussten. Ach, du warst das. Okay. Weil er jetzt nicht da ist, werde ich das Pack weiterverlosen. Fünf Minuten hat er aber Zeit, sich zu melden. Oh, lecker. Ich werde zwar dick, aber lecker. So. Wie sieht's denn hier aus? Wir sind fleißig am Häckseln. Hier war doch grad noch ein Häckserfahrer. Oberfranken-Agravidus. Moin. Dusel, wir spielen Erzgebirge. Zeigst du dich irgendwann? Nein. Hier war doch grad noch ein Häckser. Ah, der ist vor mir. Okay. Weißt du, wie die neue Map in dem DLC aussieht? Nein, leider nicht. Ich glaub, man kennt ja nicht mal den Namen bis jetzt, ne? Also, viel ist da noch nicht bekannt. Ah, der Jan ist da. Okay, Jan. Ich komme zu dir. Allerdings nehme ich die offizielle Feldeinfahrt. Und nicht einfach quer Feld hier. Warst du schon in der BGA? Nee. Breaking. Grüße dich. Alter, die Kombi sieht so geil aus. Doppeldrehschemel. Das hat einfach mal was. Ich find, das sieht so geil aus. Oh, das ist eine gute Frage, Kirsten. Das ist eine gute Umfrage. Wir glauben ja an die Community. Umfrage. Und zwar schaffen wir, schaffen wir bis, was haben wir denn jetzt? Äh, 20 Uhr 2. Schaffen wir bis 20 Uhr 45 die 48.999 Abos? Ja. Ja. Hab abonniert. Oder. Nee. Dich mag ich nicht. Kann ich mit leben. Kann ich mit leben. Da kann ich natürlich mit leben, Leute, wer das antippt. Und das war natürlich ein Witz. 600 Abos, nicht 999. So, anscheinend ist der Gewinner. Und zwar, äh, wie hieß er jetzt? Agrar, bla 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 Videos. Anscheinend ist er nicht da. So, Leute. Beide Klappen öffnen. So, geile Kombi. Ich zeig euch die gleich nochmal in Ruhe, wenn ich in der BGA bin. Kannst du sehen, wer wo abstimmt? Ja. Also, wer mich dann nicht mag. Nein, ich seh das nicht. Agrar Team Erzgebirge. Bist du da? Ja, ansonsten geht das DLC um 20.05 Uhr an einen anderen. Frank Simulator, guten Abend. Das ist doch doof. Was ist doof? Kannst du mal PG im John Deere machen? Wer ist denn PG im John Deere? Ich kenne nur PG im Karton. Pichoco? Im Karton. Dominator, dankeschön. Gut, besser ist. Hab mich vertippt. Ja, du mich auch. Mein Lieblingsbordok. Jo, neu. John Deere 7R sowie Klaas Axion 900er. Ich hab dich nicht abonniert. Okay, danke. Süß ab jetzt jeden Tag. Nein? Bin ich jetzt plötzlich YouTuber geworden? Influencer? Oder darf ich das immer noch als mein Hobby ausüben? Dragonheart, guten Abend. Schön, dass du einschaltest. Dankeschön. Ich möchte es für den 19er haben. Philippe, das Bams und Hoses DLC gibt es nicht für den LS19. Dorf oder Stadt Dussel? Dorf. Ganz klar Dorf. In der Stadt wären jetzt schon die Nachbarn hier oben irgendwo ein bisschen so laut. Kannst du mal bitte was leiser sein? Auf dem Dorf juckt das keinen. Fan, Fan freut mich. Dankeschön. Lorenz, grüße dich. Fährst du gerade aus, Jan? Ja, ne? Okay. Ja, ja. Komm, ich komm mit. Ist gut. Wir können hier ruhig über das Feld drüber wegfahren. Ist hier die krosse Krabbe? Wie heißt der Server? German LP? Ausrufezeichen mitspielen? Sorry. Bald kannst du, by the way, mit Valtras fahren. Ja, meinst du, der kommt durch? Dein Valtra aus dem Mod Hub? Fortnite Bro, einfach aktiv sein. Dorfkinder. Dorfkinder. Können wir gleich auch eine Umfrage zu machen. Und es geht weiter. Münz, Leonard, Leonard. Dankeschön fürs Abo. Der von die PC. Allerdings mit Crossbay. Danke, danke, danke. Bin am Donnerstag mit John Deere 6530 bei MySex fahren. Nice. Sehr geil. Okay, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier einmal rumfahre. Ja, ich fahre halt Doppeldrehschemel. Das ist so nur, ja, so ein kleines Problem, ne? Doppeldrehschemel zu fahren. Hollywood Farm, ich habe eine RTX 2070 Super. Dankeschön, Fanfan. Wünsche ich dir auch alles, alles Gute. Ist hier jemand Profi in Emulatoren? Na, Emulatoren schon mal nicht. Alter, was hat der hier zu kämpfen? Warte, Jan! Ich kann nicht so schnell. Ich kann nicht so schnell. Moment! Was, wir wollen? Franz, dir einfach nur Server beitreten wollen. Dann wird dir angezeigt, was du brauchst. Sollte diese Woche wohl kommen, wie es aussieht. Ah, okay. Ich bin gespannt, ob es so sein wird. So, erster Hänger voll. Zack, Klappe zu. Wird das DLC was kosten? Platinum, wenn du den Season Pass besitzt? Nein. Solltest du ihn nicht besitzen? Ja. Schaffen wir dieses Jahr noch die 49.000? Kerstin, ich hoffe doch, dass wir dieses Jahr noch die 50.000 schaffen. Streamst du über ein oder zwei PCs? Ich habe einen PC. Ich bin kein Bonze. Wie viele Hexen sind im Einsatz? Drei. Hallo, Josi. Mir geht es gut. Wie geht es dir? Alles Dorfkinder hier, ne? Weißt du, wann die L-Abbau auf 22 kommt? Gar nicht. Wir haben 20 über 6 Gewinner. Okay, Leute. Das Pumps & Hoses Pack wird weiter verlost. Ich werde, sobald mein Hänger hier voll ist, den nächsten glücklichen Gewinner ziehen. Da sich der letzte Gewinner leider nicht gemeldet hat. Das ist natürlich immer ein Nachteil. Wenn man, ähm, auf dem Server ist und dann das Gewinnspiel kommt und dann nicht da ist. Warte mal kurz, Jan. Einen Moment. Ich mache mal kurz Trick 17 hier. Einen Moment. So, er hat sich leider nicht gemeldet. So. Hola, Justin. Willkommen. Warst du schon auf einem Hexel? Ja, Florian. Wir haben gerade einen ganzen Wechsel lang nur gehäckselt. Ich will die L-Abbau. Ja, die kommt aber leider nicht. Ich würde auch gerne die Chaos-Bach wieder spielen. Aber die kommt leider nicht. Entschuldigung. Ich fahre manchmal ein bisschen nah dran. Oberfranken Agrar. Moin. Welcome back. Tut mir leid, Jan. Ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen nah bei dir dran. Sorry, sorry. Geiler Stream. Phil Army. Vielen Dank. Schön, dass es dir gefällt. Danke auch schön für deinen geilen Support, den du heute hier raushaust. Ich muss ja mal ein bisschen aufwarten. Ich habe halt Doppeldrehschirme deswegen. Muss ich ein bisschen weiter weg vom Hexler fahren und sehe den halt nicht so gut, wo er gerade am Langfahren ist. Was? Mir läuft gerade wieder zum Dütz. Dass du Dünsch ist oder was? Bei mir flackern die Bäume. Wie kann man das beheben? Die Bäume flackern? Single sowie Multiplayer? Das Platinum Expansion. Ähm. Ich habe einen Preis jetzt nicht im Kopf. 1999? Also was auf jeden Fall sein wird. Du kriegst bis zum 14. November 5% Rabatt, wenn du es über den Giant Store kaufst und du kriegst noch eine Unterstützung für mich, wenn du es noch über meinen Link kaufst. Also es kostet dich ja dann keinen Cent mehr. Kriegst dann sogar noch 5%. Hör, was ist denn nun los? Wieso? Was soll sein? Ich habe hier einfach nur ein Problem, dass ich nicht so gut fahren kann. Danke für den Schrei gerade. Jetzt bin ich fast taub um den Kopf. Was? Entschuldigung. Entschuldigung. Verklag mich doch nicht hier direkt. Was ist denn das für ein Träger? Das ist ein Steyr. Okay. Platinum Expansion. Platinum. Mach ich, Leo? Mach ich. Wenn ich gleich in der BGA bin, zeige ich es euch. Ja. Ich habe gerade gemerkt, dass ich gekriegt wurde. Weißt du aber warum? Habe ich doch gerade gesagt. Aber wir sind schlafen gegangen. Und da du nicht da warst, musste ich dich leider kicken, damit wir die Nacht vorspüren konnten. Hallo, fresh out the box. Yo, moin. Was geht? Schön, dass du da bist. Geile Kombi. Also wirklich. Der Steyr, ja, ist grenzwertig. Ist ein 61,65. Also auch nicht die größte Maschine. Aber er macht seinen Job. Und zwar fährt er. Dussel, nee. In Real Life bin ich in der Landwirtschaft nicht tätig. Also ich finde es mega geil. Aber ich zeige ihn euch jetzt gleich in der BGA. Da bin ich nämlich jetzt auf dem Weg hin. LNS, moin, grüß dich. Wenn ich mir heute den Season Pass kaufe, bekomme ich dann noch alle DLCs. Ja, Bananenesser. Wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Season Pass kaufst, gerne über meinen Unterstützer-Link, dann kriegst du alle DLCs, die schon erschienen sind, kostenlos. Und natürlich das DLC, was noch erscheint, auch kostenlos. Also alles, was schon da ist, kostenlos, plus alles, was neu ist. Ich meine, ob du schon auf einem echten Häcksler warst? Nein, noch nie. Also ich saß, ich saß mal vor gut 16 Jahren auf einem alten Case. Den durfte ich dann auch mal fahren. Das war's. Hi Paul, guten Abend. Schön, dass die da sind. Wie geht es Ihnen? Wird es einen Season Pass Year 2 geben? Anscheinend schon Lego, weil, also es ist noch nichts Offizielles bestätigt. Aber, warum heißt der Season Pass Year 1? Ja, weil es doch höchstwahrscheinlich ein Year 2 geben wird mit neuen DLCs. Ich kann mir halt vorstellen, warum das so gemacht wurde, ist, dass es in der nächsten Zeit keinen neuen LS geben wird, sondern erstmal DLCs für den 22er. Ja Justin, den Season Pass gibt es im PlayStation Store. Also in deinem Fall, PlayStation Store. Yo Moritz, back in the hood, willkommen. Ich muss bald schlafen gehen. Echt? Wie spielt Hammer denn? Oh, Viertel nach zehn. Paul, jeder darf mit spielen, ja. Ob ich YouTube beruflich mache? Nee, Dussel, YouTube, also dieser Kanal hier, das ist alles für mich ein Hobby. Ich habe einen ganz normalen Job, ich muss mir meine Brötchen so verdienen, von YouTube könnte ich, glaube ich, gar nicht leben. Und YouTube ist einfach für mich ein Hobby, was mir verdammt viel Spaß macht. Auf PS5 gibt es einen Server nicht. Doch, Steffen, hier, auch auf PS5 gibt es den. Drohnenpilot, guten Abend. Vorsicht. Gibt es die Anhänger auch für PS4? Ja, sonst könnte ich ja nicht mit Crossplay spielen. Auch PS4. Wie war dein Tag? Entspannt. So, sobald ich jetzt in der BGA bin, haue ich das Pumps & Hoses Pack raus. Ja, jetzt gibt es ihn. Okay, gut. Ja, und dein Hobby macht, machst du auch Spaß? Genau, es macht, ach, macht euch Spaß. Ja, mir macht es aber auch Spaß. Ich möchte auch, dass YouTube mein Hobby bleibt. Also, ich habe mir nicht vorgenommen, irgendwann mal meinen Job hinzuschmeißen und nur noch YouTube zu machen. Absolut gar nicht. Das würde auch, glaube ich, meine Frau nicht unterstützen. Die unterstützt sich zwar in dem Sinne, was hier YouTube angeht. Also, ich darf zocken. Ich kann hier machen, was ich will. Sie lässt mich. Sie lässt mich mein Hobby ausüben. Aber wenn ich ja sagen würde, so, Schatz, ich mache jetzt hier Kündigung vom Job und werde Influencer, YouTuber, wird die sagen, vergiss es. Und dann bin ich mir ganz sicher, ich habe das auch mal so aus Spaß angesprochen. Da hat die auch schon so... Nee, also auf keinen Fall, Leute. YouTube bleibt mein Hobby. Aber, dennoch ist mein Ziel auf YouTube 100.000 Abonnenten. 100.000, das ist so mein absolutes Ziel. Ich will diesen silbernen Play-Button hier an meiner Wand hängen haben. Mehr, mehr habe ich mir erstmal nicht vorgenommen. Das wäre einfach nur zu krass. Janik, ewige 29. Das ist wirklich, das wäre einfach nur zu krass. Ich verfolge den Kanal schon länger, weiß ich. Paul, bist ja auch Kanalmitglied. Strohhut ist, glaube ich, erster oder zweiter Monat aber noch, ne? Noch ziemlich am Anfang. Aber vielen, vielen Dank, vor allem die seine Mitgliedschaft. Oder noch mehr, ja, Kerstin, kann natürlich auch passieren, dass wir über 100.000 kommen. Aber 100.000, das ist schon ein krasses Ziel, denke ich mal. Jetzt sind es erstmal die 50.000 für dieses Jahr. Henni, vielen Dank. Aber so ein Play-Button, das wäre schon geil, ne? Maijus, ich weiß nicht, wer es ist, aber bitte keine Fremdwerbung. Dankeschön. Dussel, nach wie vor der Landwirtschaftssimulator 22, korrekt. So, wir sind jetzt in der BGA. Da ist ja irgendwas passiert, habe ich mitbekommen. Ich weiß zwar nicht, was passiert ist, aber irgendwas ist hier wohl passiert. Ich hoffe, sie lebt noch, die BGA. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, was der hier gemacht hat. Okay, noch sieht alles normal aus. Ja, Max, einfach mal auf dem Kanal vorbeigucken. Ach so. Ah, gesperrt wegen... Ja, moin! Ja, moin! Ja, moin! Ja, moin! Gesperrt wegen Baumbewuchs. Ja, okay. Ja, okay. Kann man mal machen. Aber was ja mal gar nicht geht, ist ja das hier. Nennst du das hier schön? Das sieht für mich eher aus wie hingeklatscht und hingeschissen und nicht gekonnt hier. Das mache ich jetzt mal ordentlich hier. Aber geil. Eine BGA mit Baumbewuchs. Eine BGA mit Baumbewuchs, Leute. So muss das sein. Sehr geil. Eine BGA mit Baumbewuchs. Florian, danke schön für die Mitgliedschaft. 96. Herzlich willkommen. Vielen, vielen, vielen Dank. Andi, alles bestens. Geil. Ja, gesperrt wegen Baumbewuchs. Moment, er hat da was vergessen. Moment. Das geht doch so gar nicht. Bauer Herrmann war da und hat auch noch ein altes Häuschen dahingestellt. Jetzt sieht's geschlossen aus. Kann man mal machen, ne? Zu geil. Toll, dass mein Stahl jetzt da unten steht. So. Also wisst ihr Bescheid, ne? So, Freunde. Also, Pumps & Hoses geht jetzt aber raus an. An, 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 an. So, Moment. Aktive User. Alles klar. Das sind aber noch ein paar wenige. Da geht noch ein bisschen was. Ja, ja, ja. Äh, Moment. Der auf jeden Fall nicht. Mal schauen, ob's jetzt funktioniert. Die Verlosung läuft und Pumps & Hoses back. Nächstes geht an. Stefanie. Die hat auch gerade noch geschrieben. Stefanie, bist du da? Stefanie. So. Ja, also die Box ist leider geschlossen. Wir wissen nicht, was da passiert ist, aber da steht halt Gärung, Silage. Deswegen geht das leider nicht. So. Stefanie. Mein Glückwunsch. Ich hoffe natürlich, dass du LS22 besitzt, ne? Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Aber gleich, Leute, gleich schon das Nächste. Keine Sorge. Gleich schon das Nächste. Es ist nicht so, dass ich jetzt schon nichts mehr verlose. Heute haue ich richtig auf die Kacke. Da könnt ihr mir glauben. David, moin. AgrarTV. Herzlich Willkommen. So, jetzt muss ich erstmal hier gucken. 28 Mitgliedschaft. Oh, Paul. Dann bald zweiter Monat, ne? Dann gibt's bald, äh, das nächste Symbol für dich. Nevio, moin. Schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen. Livestream. So, jetzt muss ich erstmal hier rumkommen. Zu viel Geld, der Typ. Wer? Ich? Nee, ich bin ein armer Bengel. Servus, Simon. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen im Livestream. Äh, das passt nicht. Jenny, einfach mal mir auf Discord oder Instagram schreiben. Und dann geht der Code raus an dich. Du musst mir dann noch sagen, welche Plattform. Ja, und dann mein Glückwunsch. So, gleich das nächste, Leute. Ein wunderschönen guten Abend. Nahe, Gamer. Willkommen. Handy, mach's gut. Kann ich den Stream morgen noch nachschauen? Ja, der Stream geht auf meinen YouTube-Kanal online. Nach Stream-Ende geht das Ganze auch online. Alter, jetzt hat der hier Gras registriert. Das geht so nett. Kannst du mal kurz reinschieben? Ich fahre nochmal eine Runde. Könnt ihr mal kurz reinschieben? Ich fahre nochmal eine Runde hier. Leute, das ist, das ist der Untergang hier mit Drehschemel. Das könnt ihr mir glauben. Das ist echt ein Problem, hier mit dem Drehschemel rumzufahren. Das ist wirklich nicht so einfach. Ich muss halt hier so einmal rum und dann seitwärts auskippen. Ich habe nicht keine Lust, die Drehschemel abzukoppeln. Also, ich könnte es schon, aber nö. Vielen Dank, Leute. 5,78. Wir sind fast, gerade waren wir fast 300 Zuschauer. Also, das müsste immer weiter so gehen. Vielen, vielen Dank. Spielst du mit Controller? Ne, Dussel. Ich spiele mit Lenkrad. Lenkrad und Maus. Martin, willst du nicht vielleicht erstmal rausfahren? Okay, Martin will, dass ich abkippe. So, ich fahre jetzt mal ein Stückchen mehr. In die Box. Oh, oh. What? Alles okay, Dominik. Kein Problem. Alles gut. So, registriert er es jetzt als Silage? Ah, besser. Also als Gehäckselt, nicht als Silage. Sondern Gehäckselt. Ja, das sieht schon besser aus. Jetzt muss ich gucken. Ah ja, das geht schon besser. Ja, Leute, es ist gar nicht so einfach hier. Doppeldrehschemel. Ja, jetzt hat er wieder Gras. So, Moment. Jetzt muss ich wieder absetzen. Ich koppel ab. Komm, das geht wesentlich schneller, indem ich jetzt einfach hier kurz abkoppel. Ich halte den ganzen Betrieb hier auf. Ich koppel ab, Leute. Wir koppeln ab. Und setzen gleich beide Hänger wieder zusammen. Ja, ich weiß. Drehschemel ist so, ist so eine Sache für sich, ne? Da kann nicht jeder mit um. Aber es muss funktionieren. Also es ist wirklich so, Leute. Drehschemel ist nicht was für jeder Mann. Ich weiß schon, was ihr meint. Aber wir kriegen es hin. Silvertail! Ich fahr noch ne Runde? Okay. Noch ne Runde, noch ne Runde, Leute. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ich fahr noch ne Runde. Landwirtzocker fahre drei Stück. Aua! Ja, danke. Danke, Max. Das ist, wenn man es ganz schnell macht. Ich hab mich so schön hingestellt. Jetzt muss ich doch noch mal nachjustieren. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Leute, ist kein Problem. Drehschemel fahre ich persönlich eigentlich sehr, sehr gerne. Manchmal habe ich Tage, da kriege ich es auch wirklich sehr gut hin. Und manchmal habe ich Tage, da läuft das nicht so ganz. Aber heute läuft es. Niklas, moin. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Nein. Falsche Abkippseite. Hinten. Hinten. Alter. Hinten. Hinten. Wie kann man die nochmal ändern? Hinten. Uh. Hinten. Dankeschön. So. Wie lange bist du schon live? Äh. 2 Stunden und 51 Minuten. Blulus. Grüß dich. Moin, moin. Grüß dich gehen raus. So. Zack. Number one. Seht ihr, Leute? Jetzt einfach hier hingestellt. So. Der fährt noch zusammen. Zack. Zack. Ja, ich weiß. Das ist unrealistisch. Eigentlich dürfte ich jetzt nicht runterfahren. Wir haben aber pragmatische Hebungen. Die Zylinder sind so schwer, die gehen von alleine runter. So. Jetzt den dran. Hoppala. 2 mal U. Dann habe ich die Absitzseite, Kippseite hinten. So. Vorsicht, Martin. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Kommst du 29? Kann ich machen. Martin, fahr mal ein Stück vor. 29. Wo haben wir die denn? Ach, die ist da. Okay. 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 Er will nicht vorfahren. Gut. Dann muss ich noch mal neu ansetzen. Ich wollte eigentlich, dass er ein Stück vorfährt. Dann hätte ich nämlich genau neben ihn gepasst. So. Gebe ich jetzt da hin. Ähm. Pixelcraft. Herzlich willkommen. Wir spielen auf der Allstream-Farm. Ich gehe nun auf den LS22-Gamer. Macht das. Dankeschön fürs Zuschauen. Schön, dass du mit dabei warst. Ciao, ciao, Dussel. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, LS22-Gamer. Ciao, ciao, ciao. Ist das halt Open-Endstream? Ja, vorerst. Also, momentan habe ich noch Sturm frei. Keine Ahnung, wann meine Frau nach Hause kommt. Rücken. Ist noch ganz okay. Ich muss sagen, 260 Leute lenken mich eigentlich ganz gut ab. D-d-d-d-d-d. Und das vor allem auch. Silver Tank! Warum tanzen die Skelette nicht? Niklas, Ausrufezeichen mitspielen. Was soll ich, Mann? Okay, let's go. 20 Mal hinten schreien. Vielleicht bei 100 besser. Ich soll jetzt mal 20 Mal das hinten schreien. Das ist mein Herzensband für Silver Tank. Vielen Dank für deinen Support. Jetzt gehe ich aber erstmal kurz auf Tipee-Stream und gucke, warum die Skelette nicht am Tanzen sind. Manchmal habe ich das Gefühl, die mögen mich nicht hier. Ich habe da hier so schöne Einblendungen für jede Donation, für jedes Abo. Der Abo, Leute, geht auch. Super Chat geht auch. Kanal Mitgliedschaft geht auch. Boah, wenn ich das hier sehe. Hier. Top Donation. Feuerwehr Sascha. Platz 1. Dankeschön, Sascha. So, so. Und normalerweise kommen die tanzenden Skelette bei 1 Euro irgendwas, ne? Der funktioniert auch nicht mehr. Ei, 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 ei. Die Alertbox, glaube ich, die werde ich mal resetten müssen. So. More Options. Okay, wo ist das Bild dazu? Einen Moment. Ich wollte mal, ich will nur noch ganz kurz gucken. Tipee-Subs kommen so gut wie nie rein. Das ist also nicht wichtig. Tipee-Resubs ist auch nicht so wichtig. Sound, da ist es. So, da ist I Just Called To Say I Love You. Da ist der Dollar Song. Troll Song ist auch da. Ah, hier habe ich es. Hier habe ich. Hier ist zum Beispiel der tanzende Mannequin. Hat momentan nicht funktioniert. So, ein Moment. Wo habe ich den denn? Den müsste ich doch eigentlich... Nehmen wir den. Okay, gelöst. So, was haben wir hier? Ah, hier sind die tanzenden Skelette. Ah, ich glaube, weil ich die Datei, glaube ich, verschoben habe. Ich glaube, weil ich die Datei verschoben habe, mag er die nicht mehr. Ah, das kann natürlich gut sein. So, mal gucken, ob ich... Ich gucke jetzt einfach nur mal kurz, ob ich das finde. Wenn ich es nicht finde, dann ist es egal. Nur, wenn ich es jetzt wirklich direkt finde. Ja, ich glaube, ich habe die mal verschoben. Aber... Dann nehme ich einfach das tanzende Skelett. Das ist auch gut. Im Stream, Leute. Einfach mal kurz anpassen. Ist gar kein Problem, oder? Ich nehme jetzt einfach ein Halloween-Gift. Das geht auch. So, da ist jetzt ein Halloween-Gift mit drin. Wunderbar. Geht jetzt auch. Das funktioniert. Die Donation funktioniert auch. Ich habe so viele. Die 1-Euro-Donation, die geht auch nicht mehr. Da müsste ich aber sowieso... Da müsste ich sowieso mal eine neue Pfeil nehmen, weil die gefällt mir sowieso nicht mehr. Die ist nämlich schon veraltet. Bin auch gleich wieder im Chat da. Und dann geht auch der Stream sofort weiter. Ah, ich nehme Paperfrog. Das ist immer gut. So, 1-Euro-Donation ist auch geändert. Die Donation geht noch. Die Donation geht auch. Wunderbar. So. Absichern. Jetzt dürfte das auch wieder funktionieren. Ist immer gut, wenn man das im Stream macht. Dann kann man es auch nicht vergessen. Gut. Läuft wieder. So. Guten Abend, Erlässsspiele. Herzlich willkommen. Die Skelette sind weggelaufen. Das glaube ich manchmal auch hier. Schmieröl. Guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. So, ich wollte euch ja kurz mal meine Kombi hier zeigen. Also, Steyr CVT. 61,65. Ist so ein Grau-Schwarz. Schwarze Felgen dabei. Und wir haben die Agro-Liner. Richtig geiler Anhänger in Olivgrün. Also wirklich komplett Olivgrün. Man kann bei denen, ja, das Fargestell, die Rahmenfarbe und die Hauptfarbe einstellen. Und ich habe so ein richtig geiles Olivgrün gemacht. PG-55. Germ LP. Dankeschön. Ah ja, Moment. Jetzt muss ich hier noch Tipi-Stream neu starten. Ich hoffe, das geht. So, ein Moment. Hier muss ich kurz einmal Tipi-Stream. Germ LP. Ausrufezeichen mitspielen. Da hast du auf jeden Fall schon mal den Server-Name. Und dann musst du darauf achten, dass deine Suchbrinke für die richtigen sind. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Aber vielen Dank für deinen Euro. Und krass, dass du dafür vor allem auch einen Euro spendest in dem Sinne. Das ist mega geil von dir. So, einmal Tipi. Ich hoffe, das geht während des Streams. Ansonsten ist es auf jeden Fall im nächsten Stream so. Also, sehr, sehr geil. Hat der Tracker IC? Nee, natürlich nicht David. Sonst könnte ich kein Crossplay machen. Was heißt das für dich? Bauer oder Landwirt? Ähm. Oh, der lässt mich. Dankeschön. Ähm. Eigentlich beides. Ich finde, Bauer ist in dem Sinne doch eigentlich keine Beleidigung. Aber eigentlich, also für mich persönlich, klingt Landwirt angenehmer. Sage ich es mal so. Landwirt klingt, klingt ein bisschen angenehmer. Bauer klingt so ein bisschen so Klischee, sage ich mal. So ein bisschen runterwirkend, oder? Landwirt klingt so ein bisschen fachmännisch, ne? Ah. So, wir wollen auf Feld 29 fahren. Vielen Dank, Leute. Ihr seid der Wahnsinn. Macht euch bitte keine Zweitkerne, aber vielen, vielen Dank für die ganzen Abos, die hier reinkommen. Wir haben diesen Stream fast 100 Abos gemacht. Und da sagt nochmal einer, deine XXL-Streams sind scheiße. Immer nur Mais-Hexen, Gras-Hexen, GPS-Hexen. Immer nur XXL. Ja, aber es ist nun mal das Beliebteste auf meinem Kanal. Und ich mach's persönlich auch sehr sehr gerne. Es macht mir einfach viel Spaß. Dankeschön für 400 Daumen, Leute. Mega. Oh, Steigerbaum ist auch auf dem Server. Stimmt, Frau aus dem Haus. Pizza bestellen, der lässt zocken. Was will man mehr, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, Schaustellerboy hat auch noch abonniert. Dankeschön. Münz, Leonard, auch dir Dankeschön. So sieht es aus. XXL ist Hammer. Ja, für mich persönlich macht's mir immer am meisten Spaß. Ich häcksel mega gerne Mais. Und da ist es mir eigentlich schlatte, was andere sagen. Das ist einfach nur Neid, sag ich immer dazu. Ich soll doch das eigentlich machen, was ich für richtig halte, oder? Und worauf ich vor allem Lust habe. Egal, wie das andere sehen. Mir macht's verdammt viel Spaß. Felix, das weiß ich nicht. Mir geht's gut, Schmier, wie geht's dir? An sich ist Landwirt richtig, da es einfach gut ist. Bauer ist okay, kann man sagen, aber wird auch als Beleidigung gesehen. Zum Beispiel der dumme Bauer vom Dorfter. Ja. Ich weiß, wie du's meinst, Frau. Deswegen, ich find Landwirt auch angenehmer. Handcomment. Ich bin kurz ein Rauchen. Dominik, nein, hör auf zu Rauchen. Du bleibst jetzt hier. Handcomment, guten Abend, schön, dass du da bist. Schön, dass du mit dabei bist. Der Dominik, Leute, der Dominik soll jetzt keine Rauchen gehen. Dominik, wenn du jetzt eine Rauchen gehst, mach ich einen Stream aus. Kannst du mal glauben. Wir gewöhnen dir jetzt das Rauchen ab, sofort. Kannst du noch 7810 fahren, schau ich mal. So weit geht's mit dem Schmieröl, perfekt. Das freut mich, so muss es sein. So, jetzt einmal links. Ich glaub, Feld 29 hatte er gesagt, ne? Wo ist das? Warte mal, hier vorne ist Simon. Ach, der ist hier? Oh, nee, auf dieses Minifeld. Da ist doch noch der Tom am Fahren, da brauch ich doch gar nicht hinkommen. Da ist doch noch Tom, Sockenbo, da brauch ich doch gar nicht hinkommen. Was ist eigentlich mit der Ellerbach? Wird es vielleicht irgendwann nochmal kommen? Auch für die Konsole? Ellerbach ist für den LS 22 bisher nicht geplant. Na, German LP, also Server Name ist Feldbewohner, ne? Dann mit Passwort, volle Server und Crossplay. Wie geht's, Max? Gut, wie geht's dir? So, wo sind denn die anderen Häcksler? Ich weiß gar nicht, wo ich grad hinfahre. Florian, haut'n zwei Euro aus. Dankeschön dafür, Florian. Die sind da links, okay. Ach, da sind sie. Da war ich ja gerade noch. Und für deinen Rücken. Hey, Rücken, du hast grad zwei Euro bekommen. Hey, geil, dankeschön. Jetzt geht's mir gut. Vielen Dank, Florian, für deinen Support. LS zocken, dich schauen und meine Frau schaut zu und zockt auch noch LS. Andi, geil. Cool. Meine Frau hat auch mal LS mit uns gezockt. Zu geil, Leute, der Stream. Hallo Andi, moin, Klaas-Fahrer, moin. Das Problem ist, wenn meine Frau mitzocken würde, könnte ich nicht so viel labern, wie ich jetzt labern. Das wäre mir peinlich. Ich kann vor meiner Frau nicht so viel erzählen. Also, wenn jetzt meine Frau hinter mir stehen würde, ich könnte hier kein YouTube machen. Da, 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 nee. Das würde nicht funktionieren. Das kann ich einfach nicht. Ist nicht böse gemeint, aber es geht nicht. Irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Dann ist das sowieso... Luft anhalten. Alles klar, Stefanie, dankeschön. Stefanie hat gerade das nächste Pumps & Hoses Pack gewonnen, welch ich heute am Verlosen bin. Der Rücken freut sich, ja. Doch, der Ellerbach soll rausgehen, habe ich irgendwie auf der Gamescom gehört. Ich halte es für ein Gerücht. Also, ich weiß jetzt nichts davon. Ich weiß, die Ellerbach ist geil. Max, gute Besserung. Ich habe wieder richtig Bock auf die Chaosbach. Für uns war es ja die Chaosbach. Aber ja, was willst du machen, ne? So, sind die jetzt hier relativ... Wo ist der? Eins, zwei... Warte mal, da hinten ist noch ein Häcksler. Ich fahre mal da hinten. Da hinten ist der Krone Begix. Ich glaube, der hat keinen Abfahrer. Ne, warte mal, da bin ich. Ich glaube, die... Ich fahre mal kurz gucken. Weiß ich noch nicht. Spiel, schau mal mal. Wir schauen mal, wie lange wir noch machen. Ich hoffe, dass die Ellerbach nicht kommt und unbedingt... Dass die noch kommt. Und unbedingt für Konsole. Ich weiß, Ellerbach ist ein Mega-Map. Auf jeden Fall. Guten Abend, Gieselbrecht Agrar. Schön, dass du da bist. Ach, hier sind auch schon zwei Abfahrer. Okay. Klassfahrer, vielen Dank. Danke, 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 danke. Guten Abend, MB-Trag. Dankeschön fürs Abo. Willkommen. Die haben jetzt nicht so die Riesenhänger. Aber die brauchen mich nicht, ne. Die brauchen mich tatsächlich gerade nicht. Ich fahre mal wieder rüber. Ich denke mal, da werde ich eher gebraucht. Ich bin seit heute wieder negativ. Florian, perfekt. Gut überstanden, denke ich, oder? Das ist halt auch so eine Sache, Leute. Da müssen wir durch, ne. Was soll man machen? 29 Zockerball, da ist doch noch einer. Ich gucke jetzt einfach mal, was hier abgeht. Ich stelle mich mal hier mit dem Warnblinker hin. Wo gibt es denn die Ellerbach? Gibt es nicht. Nicht offiziell. Sie gibt es irgendwie in einer gecrackten, also gecrackte Version in dem Sinn, dass sie nicht offiziell ist, sondern von irgendeinem anderer. Ne. Oh mein Gott, jetzt habt ihr mitbekommen, dass ich gerade am Handy hänge. Ihr wisst von gar nichts. Ich muss kurz meine Farm machen. Deine Frau guckt sich auch heimisch mit, sodass du nicht mitkriegst. Ne, ne. Andi, also meine Frau hat sich mit ein paar Freundinnen getroffen. Die sind irgendwo was essen. Ich glaube nicht, dass die am Handy hängt. Ich habe ihr höchstens gesagt, sie sollte sich melden, wenn sie auf dem Weg zurück ist. Damit ich mich dann darauf einstellen kann, dass ich so langsam einfach mal offline gehe. Aber ansonsten, wie gesagt, haben wir momentan noch sturmfreie Bude. Und wir werden auch noch so lange machen, wie es entweder der Rücken mitmacht. Oder meine Frau tatsächlich schreibt so, Mäuselhasel, ich bin unterwegs. Mach das Ding aus. Aber das Schöne ist, heute ist ja auch erst Samstag. Morgen noch schön in Sonne gesessen. Wie gesagt, es könnte sein, dass ich morgen schon wieder live komme. Meine Frau wollte morgen gerne ihrem Hobby nachgehen. Hatte mich schon gefragt, ob sie das könne. Ich sagte, klar, kannst du das? Ich wollte dann mal gucken, ob ich eventuell live gehen kann. So, der nächste, Gieselbrecht Agrar. Vielen Dank fürs Abo. Ist mir eine Ehre. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Also, es ist nicht Twitch, es ist YouTube. Dankeschön. Super nett von dir. Schön, dass du mit dabei bist. Freue ich mich drüber. Spielst du Heyday? Nein. Wie kommt ihr denn da drauf? Ich block kein Heyday. Was ist das? Kann man das essen? Wir denken wieder nur an Essen hier, ne? Ja, ich muss halt kurz warten, bis die hier mal fertig mit dem Häckseln sind. Ich kann da gerade eh nichts machen. Zehn Stück, dann sind die 600 vor. Let's go, Freunde. Vielen Dank an all die, die hier abonnieren. Pferdchen, aufwachen. Esel, aufwachen. Alle hier am Schlafen. Ein paar Möhrchen geben. So, meine Häschen. Auch bitte aufwachen. Wach jetzt auf hier. Mann, Mann, Mann. Hab ab Montag 14 Tage Urlaub. Ja, geil, Thomas. Jetzt sei dir gegönnt, mein Freund. Einen schönen Urlaub wünsche ich dir. Kannst du mal auf einen anderen Bulldog wechseln? Äh, je, dear. Wir sind gerade mal einen Wechsel lang jetzt auf dem Steier. Ich bin gerade mal eine Tour mit dem Steier gefahren. So, meine Hundis. Oh, brauchen Speck. Speck, Speck für die Hundis. Wenn mein Hund auch mal nur Speck essen würde. Ich glaube, der wäre da dick und rund hier. Ey, was die hier alle verdrücken so am Tag. Und die Katzen brauchen Milch. Und mein kleiner Papagei, der braucht ein paar Sesamgörnchen. Was spielt der denn da? Ja, es ist kein Heyday. So, fertig. Fertig. So, wie sieht's aus? Wie sieht's hier aus? Braucht man das? Da war das. Kannst du auf die Acht kommen? Auf die Acht? Wo ist denn die Acht? Wo ist denn die Acht? Ach, da unten. Ähm. Wo ist denn das? Unterm Hof. Ja, komm ich hin? Es gibt doch schon die Elber für LS20. Nein. Wie sieht's denn mit dem Best of Halmas aus? So, Maios. Du denkst an die Halmas, ne? Halmas. Das war ein geiles Projekt auf jeden Fall. Dann kam leider Corona und hat alles durcheinander geworfen. Ich sag euch, wie es ist. Ich hatte jeden Freitagabend sturmfrei. Da ist meine Frau außer Haus gewesen. Dann kam Corona. Meine Frau nicht mehr außer Haus. Ich habe abends keine Zeit mehr, um Videoaufnahmen zu machen. Dadurch sind die Halmas leider gegen die Wand gefahren. Es tut mir echt leid. Könntest du mal mit dem Glas schieben? Florian, kann ich gleich gerne mal machen. Ich würde sagen, wenn ich das nächste Mal in der BGA bin, kann ich irgendwie gucken, dass ich das hinkriege. So, ich sollte rüber zur Acht fahren. Dann werden wir das jetzt mal tun. Und guck mal, Leute. Dafür, dass wir auf keinem DD-Server sind, muss ich echt sagen, läuft das hier sehr, sehr gut. Also ruckelfrei vor allem. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Es muss ruckelfrei sein. Dann macht es mir am meisten Spaß. Sky, immer schön geradeaus. Oh, wo fährt er? Ach, er fährt links die Abkürze. Ich fahr mal zur Acht. Da wurde ich jetzt hingerufen wohl, ja? Ich habe Funkgerät gerade. Ich habe gerade einen Funkspruch bekommen. Bitte zur Acht. Ja, aber guck mal hier. Hallo. Das wird hier so aber nichts. Ja. Das ist wieder gut hingestellt hier. Das müsste bitte mal weg. Weil sonst kann hier auch gleich der Verkehr nicht rollen. Guck mal auf die 26. Hier ist schon vorbereitet. Gülleverschlauchung. Hier wurde schon vorbereitet. Feld 26. Die Gülleverschlauchung. Wir müssen natürlich auch wieder güllen. Deswegen wurde hier schon mal vorbereitet. Enrico, gute Arbeit. Kann man spielen? Andreas. Ja, wir werden auch gleich nochmal durchwechseln. Sodass ihr sehr gerne joinen könnt. Die schicken dich von oben nach unten auf die Map. Ja, klar. Moinsen, God Hauer. Weißt du schon, wann das nächste Mal der Bausimulator streamst? Ähm. Ich denke mal im Laufe der kommenden Woche. Sind wir da ungefähr unterwegs. Teams wiederkehren. Maios, hast du dir echt die Halmers angeschaut? Geil. Äh. Danke. Danke. Ja, Simon, komme. Ja, Niklas. Du brauchst das Pumps & Hoses. Welches ich in diesem Stream auch am verlosen bin hier. Enrico, darf ich jetzt vor dich oder? Oder geht das nicht? Ich bin noch ein lebendiger Halmer. Ja, Moritz auf jeden Fall. Also die Videoaufnahmen waren früher unter anderem mit Moritz, mit Tim. Tim gibt es aber leider auf meinem Kanal nicht mehr. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Ähm. Daniel war als Bürgermeister mit dabei. Und eigentlich wollten wir auch Jasper mal mit einbinden. Aber dann, wie gesagt, kam leider alles so Corona-mäßig. Und dann war leider vorbei. So, ich mach schon mal die Hauben auf. Zack. Moin, Chris. Chris Toher. Chris. Heißt das nicht Christopher? Chris Toher. Schön, dass du da bist. Wie schreibt man auf PS4? Maximum, äh, gar nicht. PS4 musst du tatsächlich Ingame-Chat benutzen. Auf der PS4 kannst du kein, kein Chat, äh, kein, ja, Chatraum, Chat-Link, wie auch immer, Chat-Fenster. Entschuldigung, das hat mir gefehlt. Da kannst du leider kein Chat-Fenster öffnen. Markus, Servus, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo Toni, willkommen im Livestream. So, ich guck mal grad hier. Das funktioniert auf jeden Fall alles. Land wird just enjoynt im Server. Also, Server ist immer noch nicht voll. Schläuche vorbereiten, das sah eher aus wie gewendete Schläuche. Haben wir auch mal auf links gedreht, ne? Ich muss jetzt leider, äh, los. Schönen Stream noch. Tschö an alle, vielleicht bis morgen, wenn dein Stream ist. Moin, äh, ciao. Moin, Schmidi, genau. Ciao, Schmidi, mach's gut. Danke, dass du da warst. Hashtag NoHomo, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, weil BGA voll ist. Wie BGA ist voll? Ist die BGA voll? BGA ist doch noch nicht voll. Achso, Moment. Unser BGA ist voll? Die ist doch noch nicht voll. Andreas, das ist dir The Old Stream Farm. Ach, die BGA ist voll? Check ich. Gleich. Die ist echt voll, ihr seid der Wahnsinn. Stimmt, der zweite Bunker ist ja leider defekt. Ist ja ein Baum drin gewachsen. Ich hab Hunger, aber bin zu vorn, hier was zu machen. Ja, dann bleib im Stream, solange du hier nicht vom Fleisch fällst. Tom, läuft bei dir? Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Also, wer noch joinen möchte, ich glaube, auf dem Server ist noch frei. Also, ist noch Platz. Wer kommen möchte, kann das sehr gerne tun. Oder erscheinen. Na, hallo Finn, moin. Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Ist dein PC? Ja, ich hab ja keinen Hunger mehr. Der zweite Bunker ist verseucht, hat Pijoko angeleckt. Ja, meine Keime. Servus, Draghi. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Euch ist ein Baum im Silo gewachsen. Ja, ohne Scheiß jetzt, Tony. Zeigen wir dir gleich. Einfach so Bäumchen im Silo gewachsen. Keine Ahnung, ob das eine besondere Keimung oder so war. Aber es ist tatsächlich ein Bäumchen drin gewachsen. Leider. Muss man wirklich mal so sagen. Leider. Deswegen können wir leider den zweiten oder den ersten Bunker nicht nutzen. Dann haben wir in der BGA momentan nur einen aktiven Bunker. Aber okay. Ne, Maximilian, lass ruhig so. Alles okay. Ich gucke jetzt gleich mal, ob die auch wirklich voll ist. Kann natürlich auch sein, dass da noch ein bisschen Platz ist. Da war so ein Bekloppt, der hat sein Hütchen vergessen. Sein Hütchen. Das auch noch. So, Achtung. Vorsicht, wir machen ein bisschen Platz. Soll ich als Gärtankommen und das Silo fliegen? Das wäre nett, ja. So ein bisschen Gartenpflege. Da hätte ich nichts gegen. Okay, wir fahren hoch. Sehr gut. Simon, das ist gut. Doppeldrehschimmel. Kann nicht so gut auf den Stand drehen. Deswegen, das passt so. Wunderbar, Doppeldrehschimmel ist geil. So, hier wird schon wieder der Kotzcontainer abgesetzt. Also, wem es nicht gut geht, einmal reinkotzen bitte. Dankeschön. Vielleicht sitzt ja meine Frau auch im Restaurant mit ihren Freunden und die gucken gerade alle meinen Stream. Grüße an die Frauen. Hallo, Freddy. Moin. Wie bei der Werbung da. Da kam auch so ein Baum aus dem Beton. Echt? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Dann bin ich gleich da. 50 Euro. 50 Euro die Stunde für ein bisschen BGA-Pflege. Du musst doch nur das Bäumchen mal Hallo sagen, streicheln und ein bisschen gießen. 50 Euro. Okay, gut. Das dauert ja nur 5 Minuten. Bis du dann 50 Euro die Stunde hast, das dauert ja alle. Wir haben Crossplayer. Natürlich, Andreas. Ja, und sonst. Der Container ist fürs schnelle Bedürfnis groß und klein. Er war aber im Großen bitte nicht vergessen abzuziehen, ja? Man muss immer auf den Hexlerfahrer achten. Der bestimmt nämlich den Weg. Ich folge ihm wirklich auf Schritt und Tritt hier. So wie er fahren möchte, fahre ich auch. Also, mir ist das ganz, ganz wichtig, dass der Hexlerfahrer wirklich die Richtung vorgibt. Und ich ihm folge. Finde ich persönlich ganz wichtig. Jonas, moin. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. So, ich gehe schon mal auf meinen Party-Sound hier. Gleich gibt's richtig einen Party-Sound. Ich glaube, das Konfetti geht noch nicht. Das habe ich nämlich auch weggeswitcht. Das muss ich dann auch noch abändern. Aber der Party-Sound, der geht auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Konfetti-Kanone, die geht noch nicht. Hallo Max, moin. Bauabili hat schon das Häuschen da gebaut. Bauarbeiter, Bicocco, alias Bausimulator. Ja. Diese Wäsche, ich habe einen Logitech G29. Hallo Christoph, guten Abend. Genau, Andreas, Feldbewohner. Findest du auf allen Plattformen. Ich habe Crossplay aktiviert. Und dementsprechend natürlich auch nur Crossplay-Mods. Was halt wichtig ist, du musst dir die vollen Server einblenden. Und du musst dir die mit Passwort einblenden. Dann füllst du auch den Server. Weil wir haben ja ein Passwort drauf, damit nicht einfach jeder joinen kann. Ist ganz, ganz wichtig. Ich wollte eben nochmal die Green River spielen. Aber beim Spawn-Gebäude auf dem Hof weiß jemand, was zu tun ist. Beim Spawnen, Joinen. Ach, keine Gebäude. Dann fehlen dir die Mods. Die Green River hat, glaube ich, Mods, die du im Mod-Tap herunterladen musst, damit du die Map voll nutzen kannst. Musst du mal gucken. Steht im Regelfall in der Videobeschreibung. Da ist im Regelfall beschrieben, was du an Mods brauchst, um die Map im vollen Umfang nutzen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Geil, dass du wieder live bist. Ja, den ganzen Stream gucken. Jonas, vielen Dank. Ich habe gerade abonniert. Vielen Dank fürs Abo. Ja, viele haben den Kanal tatsächlich auf Privat stehen. Also wir machen viele Abos. Das ist echt krass. Aber leider nicht viele öffentliche. Weil viele ihn leider auf Privat stehen haben. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Tipee Stream kann das Abo nur einblenden, wenn der Kanal auf öffentlich steht. Das bedeutet, ihr zeigt anderen, wen ihr so abonniert habt. Das müsst ihr einstellen. Ey, mein Trink ist schon fast wieder leer hier. Let's go, Leute. Hashtag 3. Hashtag 3 in den Chat. 3 Abos noch. Vielen Dank. Das ist geil, Leute. Wir gehen Road to 50.000, sage ich nur. Und wenn dann in 2, 3 Jahren ein neuer LS kommt, was meint ihr, was dann los ist, wenn es ein Preview gibt? 5.000 Zuschauer. Das wäre doch mal was, ne? Hab einem Freund gesagt, er soll dich abonnieren. Dominator. Vielen Dank für deinen Support. Hashtag 2. Ihr seid viel zu langsam, Leute. Hashtag 2. Ihr seid viel zu langsam. Was macht der denn den ganzen Tag hier? Warte, ich komme. Ich bin auch zu langsam. Ich muss dir wieder Gas geben. Ja, 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 ja. Es läuft. Jawohl. 48.000. Das war jetzt zu schnell. Wer war jetzt der 600.000? Ne, alle nochmal bitte deabonnieren. Ihr wart mir zu schnell. Können wir das bitte ein bisschen langsamer machen? Ich komme doch gar nicht damit hinterher. Wer war jetzt der 600.000? Das geht so nicht. Könnt ihr bitte nochmal deabonnieren? Macht ihr bitte ganz langsam nochmal. Dominator hat es mir gesagt. Geil. Dominator, vielen, vielen Dank für deinen Support. Sehr geil von dir. So, wer weiß der 600.000? Das geht so schnell nicht. Wie kann man den Kanal auf öffentlich stellen? In den Einstellungen ist, glaube ich, unter Datenschutz zu finden. Mein, meine ich zumindest. Irgendwo Datenschutz, da kannst du einstellen. Abos, ne, Kanal öffentlich teilen oder sowas. Oder Abos öffentlich teilen. Vielen Dank, Leute, für 48.000 und 600. Wie viel Konfetti geht noch nicht. Hallo Tom, guten Abend. Ja, genau, Max. Max zählt schon mal rückwärts. Hashtag 400. 400 noch, dann sind die 49k drin. Boah, dann ist es nur 1.000. Dann ist es nur noch 1.000 da, Leute. Und dann haben wir 50.000. Schade, dass YouTube nicht auch bei 50.000 so einen Playbutton macht. Weil es gibt ja einen silbernen und einen goldenen. Warum machen die bei 50.000 nicht einfach einen bronzufarbenen? Das wäre doch geil, oder? Würde ich richtig geil finden. 50.000 Bronze, 100.000 Silber und 1.000.000 Gold. Hi Niklas, Servus. Ah, sehr geil, die Switch-Version, Florian. Sehr cool. Servus, FrankenTV. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, mega geil von euch, Leute. Also, ui, 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 ui. Vielen Dank. Ich sollte meinen Lenkrad mal wieder richtig anpacken. So, hinterer ist fast voll, vorderer ist voll, kann schon mal zu. Ich muss gleich erst mal putzen. Sockenbro, kannst du mal einen kleinen Kärscher in der BGA platzieren? Irgendwo in der Ecke. Ich würde dir den goldenen sogenannten... Golden werde ich nie schaffen. Also, ich glaube, mit einem Simulatoren-Kanal eine Million Abos zu machen... Ich glaube, dass... Das ist... Das ist sehr schwierig. Also, ich glaube, das... Nee. Kann ich... Das kann ich mir einfach leider momentan noch nicht vorstellen. Kennst du das Lied, der Zug hat keine Bremsen? Nee. Nee, sagt mir nicht. Jonas, sag einfach Pijoko. Die Fahrzeuge, wenn ich sauber mache, erst am Ende. Nee, zwischendurch muss mal kurz geputzt werden. Zwischendurch kann man mal ruhig kurz putzen. Also, wen es stört, dass sein Traktor so dreckig ist, ihr dürft gerne, wenn ihr in der BGA am Kippen seid, gerne mal putzen gehen. Xeon, welcome back! Na, alle Freunde schon da? Hast du mal allen von meinem Kanal erzählt. Ist ein Party-Lied. Achso. Nö, dann ist es unrelevant. Ich meine ja hier keine Party, ne? Wir sind ja hier die ganz Lieben. Okay, Landwirtzeug, aber das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber, puh. Also, erst mal 100. 100. Wow. Xeon, danke schön. Sehr, sehr geil von dir. Vielen Dank. Moin, moin, Max. Welcome back. Wo fährt er lang? Wo fährt er lang? Dreht er nochmal? Oder fahren wir direkt hier hoch? Er ist 6. Erfahre. Ich folge unauffällig. Hallo, Klaus. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Na, ich bin jetzt eh gleich voll. 83% haben wir. Vielen, vielen Dank, Leute. Geil. Wir haben die Umfrage. Warte mal, bis... Bis... Oha. Wir haben es ganz knapp verkackt. Wann haben wir die 600 gemacht? Vor... Vor vier Minuten? Also, das war um 47. Wir haben es... Wir haben es verkackt. Wir haben es verkackt. Wir haben es verkackt. Wir hatten Viertel vor neun die Umfrage für die 48.600. Und ich glaube, um 47 oder so haben wir die 600 gepackt. Verdammt! Ja, gut. Dann müssen wir jetzt leider offline gehen und den Kanal löschen. Dominik, grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, komm. Ich bin voll. Ey, ey. Komm. Reicht. Aber vielen Dank, Leute. 48.600. Megageil. So. 298 Stimmen. 11% haben echt geschrieben. Ne, dich mag ich nicht. Ja, okay. Kann ich mit leben. Kann ich mit leben. Mit 11%. Oh, sogar nur 10%. 10% von 300 Stimmen sind 30 Leute, die mich nicht mögen. Das ist okay. Hast du eigentlich einen Zweitkanal für alle Fälle? Äh. Welcher Fall soll denn eintreten, dass ich... Martin, wir brauchen keine Gülle. Wir sind hier am Grashexeln. Ähm. Welcher Fall sollte denn eintreten, dass ich einen Zweitkanal brauche? Aber nein, hab ich nicht. Warum macht Martin Gülle? So. Hallo, Gaming-Patrouille. Oh, oh. Die Patrouille ist da, Leute. Ei, ei, Captain. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich fahre jetzt mal kurz zur BGA. Angeblich ist die voll. Ich wollte mir das aber mal kurz angucken, ob sie wirklich voll ist. Wir haben leider nur einen Bunker. Ich zeige euch mal kurz den Baum. Jonas, das ist alles sehr privat. Bitte ich, äh... Also, da gebe ich keine Antwort drauf. Ja, falls dein Kanal so weg ist... Äh, nö. Ich habe keinen Zweitkanal. Entschuldigung. Also nein. Zweitkanal besitze ich nicht. Ah, das ist wieder gut abgehangen hier. Ein Schneidwerkswagen mitten auf der Straße. Wäre mal nett, wenn dir das einer mal wegsetzen würde. Hab bei mir im Spiel mit Rapssänen begonnen. Mit dem Rapssänen bekommen oder mit dem Eintippen... Alle Felder bitte mit Raps. Glaubst du, dass eine 3060 Ti für den LS22 auf hohen Einstellungen reicht? Nein, auf gar keinen Fall. Du brauchst mindestens eine 4080. Dann hast du perfekte Grafik. Alles andere kannst du vergessen. War ein Spaß. Locker, Max. Ich habe eine 2070 Super und kann auf höchster Grafik spielen. Davor hatte ich eine 1060. GTX 1060. Na, LB Nikolas. Herzlich willkommen. Dankeschön, Xeon. Freut mich. Bestimmt nur, weil er was gewonnen hat. Nein, auf dem Spielstand spiele ich realistisch. Ach so. GS, Set, Allfelder, Raps. Okay. Hallo, Valentin. So, bin fertig mit der Pflege. Das macht dann 350 Euro. Also, ich wüsste jetzt nichts davon. Landwirtzocker, das schon sieben Stunden rum sind. Wenn ich gerade mal 3 Stunden 24 hier unterwegs bin. Alter, Leute. Wir haben schon 3,5 Stunden. Paul, guten Abend. Leute, wir sind schon 3,5 Stunden live und mein Rücken macht noch nicht zu. Perfekt. Prost. Weiter geht's. Ja, mega geil. Wir haben schon 3,5 Stunden Streamzeit rum. Und ich sitze immer noch hier und es geht mir verhältnismäßig noch gut. Ich bin am Samstag, nee, am Dienstag in einem Affen- und Vogelpark. Klaus, viel Spaß dabei. Sehr geil. War ich auch mal. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Aber da waren, das war mehr so ein Tierpark. Also da waren auch Kängurus und Ziegen und Streichelzonen. Ach, alles mögliche. Weiß ich nicht, Xeon. Eigentlich bis meine Frau nach Hause kommt. Ich gieße den Baum. Max, hör auf dagegen zu pinkeln. Hallo Valentin. Moin. Hallo Fries. Äh, nix, 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 tern, nix, rtn, ls. So geht's. Herzlich willkommen. Dadurch bis 3,49,99. Boah, geil, ich hab Rabatt bekommen. Ja. Überweise ich dir irgendwann mal. Ey, sag mal, YouTube steht oft meine Nachrichten nicht, also nur Emojis. Ja, ist grad Emoji only. Ich sag's mal so, der... Und wie ist es? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Da steht ein Gewicht. Was dein Lieblingswerb ist, wenn 22er All-Stream fahren? Bin erstmal rausgespielt. Alles klar, Christoph. Vielen Dank nochmal für das Sub. Also für deinen Support. Und ja. Bis zum nächsten Stream. So. Welche Grafikkarte ist denn für den 22er? LB, Nikolas. Du musst eigentlich nur gucken, was die Systemvoraussetzungen sind. Ich glaube, eine GTX 660 wurde vorgeschrieben. Dann kannst du auf Mindestanforderungen spielen. Und der Rest kommt von online. Die ist echt voll. Alter Verwalter. So. Könnt ihr mir jetzt noch den Gefallen tun? Hier noch das. Äh. Unwetterwarnung. Frankenland. Dankeschön fürs Abo. Und gibt's heute Unwetter? Nee, ne? Hier, Justin. Wir zwei schieben mal das hier noch weg. Oder du. Äh. Du sitzt ja im Rattler. Justin, wenn du noch hier die Ecke so weg machen würdest, dass das noch im Silo ist. Das wäre ganz cool. Dann noch einmal die 10% oder 11% verdichten. Und wenn das verdichtet ist, dann können wir nämlich direkt, äh, gerne, ähm, abdecken. Wann spielt's wieder Baustein? Freddy, schauen wir mal. Vielleicht im Laufe der, der kommenden Woche. Max Leon, du könntest rein theoretisch schon mal auf den Haupthof fahren. Ah, kriegen wir das hier noch verteilt. Ja, guck mal, hier ist auch noch ein kleines Loch. Guck mal, hier ist noch ein Loch. Da kriegen wir noch ein bisschen was hin. Was ist eine Lieblingstrecker, Marke? Gaming, Patrouille, einmal John Deere sowie Klaas. Und hier sind auch noch ein paar Löscher. Okay, das sollten wir eigentlich noch wegbekommen. Dann wird verdichtet und abgedeckt. Und dann fahr ich auf jeden Fall, also wir müssten dann zum Haupthof fahren. Da ist noch eine kleine, oder sind noch kleinere BGA-Bunker gebaut. Calvin, moin, grüße dich. So, ich setz mal kurz hier Warnblinker an. So, also ihr könnt schon mal zum zweiten Hof fahren. Das ist sehr gut, Unwetterwarnung. Machst du wirklich so Unwetterrecherchen und gibst das dann raus? Also, ganz offiziell? Ist das dein Job oder ist das mehr so dein Hobby, dass du guckst, dass alles funktioniert? Ich finde das aber cool. Ja, so die kleine Ecke da noch weg. Ja, genau das da vorne noch. Und dann könnten wir es, glaube ich, abdecken. 92% haben wir jetzt verdichtet. Warte, ich lasse mal das Hilfefenster kurz an. Genau. Was ist die maximale Spielzeit in einem Safe Game? Also im LS19 hatte ich auf der Ortsumfarm 360 Stunden. Und hier habe ich jetzt mit der Ortsumfarm, glaube ich, 100 ungefähr. Wolltest du nicht mal auf der BGA vor den Silo Hexelgut hinkippen? Vor den Silo? Wieso das denn? Hobby und Gemeinschaft auf Facebook. Nice. Sehr cool. Für die fränkische Region. Okay, ich komme leider nicht aus der fränkischen Region. Aber finde ich eine coole Sache. So, hier ist alles gefüllt. Ja. Ja. Oh! Entschuldigung. Oh! Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Moment. Hoppala. So. Jetzt fahre ich ja fast schon wieder runter. Ja, zur Not müssen wir ein bisschen was wegladen. Ich würde sagen, komm mal hoch Landwirt Justin. Verdichte mal. Ich stecke ab. Und das, was nicht wegkommt, laden wir einfach auf. Da, der Peggy Steigerbaum steht schon da. Den gucken wir ja ein bisschen was aufladen. Hi Joachim. Guten Tag. Schön, dass du da bist. Alles klar, Frankenland. Abos sind ja schon da. Vielen Dank dafür. So, nächstes zu trinken. Wenn gleich meine Frau nach Hause kommt und das hier sieht, denke ich auch. Oh, du hast ja einen schönen Abend. Genau. Fünf Prozent. Hier übrigens, ne? Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber... Irgendwer hat hier ein Dixi-Klo hingestellt. Wir gehen jetzt immer hier auf Toilette. Und durch diese ganzen schönen Chemikalien, die hier über ein Rohr hier am Erdboden versickern, ist dieser wunderschöne Baum gewachsen. Wir wissen nicht, wie das passiert ist. Aber schön, oder? Okay, Nikolas, mach das. Ich muss jetzt schlafen. Valentin, eine gute Nacht wünsche ich dir. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. 97 Prozent. Joachim. Wir müssen mal gucken, ob wir die irgendwann mal wieder in Betrieb nehmen können. Ich soll Martin bannen? Okay. Wenn das mein Aufpasser sagt, dass ich Martin bannen soll, dann bann ich den Martin. Kannst du dich gerne bei mir melden. Kennst du den Mod mit dem Freiland-Situs? Ja, den Nino. Einen wunderschönen guten Abend. So, Hammer. Oh, ne, immer noch 97. Guck dir die Scheiße doch mal an. Warte. Okay, mein Steier steht noch da. Ich seh nichts. Yannick, servus. 98. LS22 Gamer. Ein wunderschönen Newton-Abend. Schön, dass du einschaltest. Vielen, vielen Dank dafür. Bei den Zubringern. Oh mein Gott. Hast du Ahnung von Mods über Mod-Hub-Release? Space Jam war wie genau gemeint. Den Nino, freut mich. Maximilian, herzlich willkommen. Wir haben 99 Prozent. 99. Komm. Wo sind die 100? Und den Rest werden wir dann aufladen, wenn was überbleibt. Jawoll. Silos abgedeckt. Ja, ein bisschen was ist noch über. Das kann man ja vielleicht dem Sockenbro einmal aufladen. Nice. Gute Arbeit, Justin. Silo ist voll, Leute. Das wird jetzt gären. Und wenn das voll ist, werden wir hier unsere BGA in Betrieb nehmen. Wir werden dann hier zwei Radlader hinstellen. Vielleicht sogar eins aus dem Platino Expansion. Je nachdem, ob Volvo Radlader kommen. Bis jetzt ist ja nur was bekannt mit einem Volvo Radlader, der aber diesen Forstaufbau hat. Ich hoffe ja darauf, dass Volvo Radlader im Allgemeinen kommen. Dann können wir nämlich mit einem Volvo Radlader und einem Glas Radlader hier die BGA in Betrieb nehmen. Und dann wird hier fleißig was produziert. Da freue ich mich schon drauf. So, wir fahren rüber. Nächsten Bunker füllen. Patrick, warum machst du so einen Quatsch? Erkläre mir das bitte einmal. Ich habe einen Gaming-PC gestern gekauft, das wirklich mein Moderator sagen muss, bann ihn. Also die sagen das selten, weil die einfach nur aufpassen, weil ich ja nicht alles sehe. CXD Pavel, vielen Dank fürs Abo. Ein Gaming-PC. Nvidia GeForce GTX 3060 und einen Ryzen 7. Kann ich damit auch LS2 auf höchsten Einstellungen zocken? Ey, Calvin, ich sag mal so, ich kann nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber es klingt sehr gut, ja. Also, mit der GTX 3060 auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist mindestens eine GTX 660 gefordert. Mindestens. Hallo Andy. Crossplay, ja klar. Ne, das ist die Mindestvoraussetzung, das heißt auf kleinster Grafik. Ich glaube, ist eine GTX 3060 besser als eine RTX 2070 super? Kann sein, dass sie sogar stärker ist als meine. Nein, das wechselt. Join LP. Ich muss mal gucken, ob überhaupt der Server voll ist. Weil solange der Server nicht voll ist, wäre ein Wechsel ziemlich Quatsch. Dann joinst du einfach dem Server rein und kannst mitspielen. Solange er nicht voll ist. Dann mach ich gerne noch meinen Wechsel. Seine ist besser als meine, ne? Auch wenn sie GTX aus. Oh, deine Tür. Ja, ja. Danke Landwirt. Bei mir hat es sehr stark geleckt. Nein. Nein. Martin, du bist mit Pumps und Hoses los und wolltest da hinten Gülle verschlauchen und alles machen. Nein. Hi Tobias. Es gibt keine GTX. Ah, es gibt gar keine. RTX gibt es ja. Dann dürfte es ja RTX sein, ne? Remon, grüße dich. Magius macht's gut. Dankeschön. Nee. RTX ist generell besser als GTX. Also ich kenn mich da echt nicht mit aus. Tür offen gelassen. Kosten Kasten. Ja, okay Martin. Moritz, ich hätte gerne einen Kasten von dir. Haha. Ja, muss ich noch umändern, Max. Danke für die Info. Info. Also ich hatte eine GTX 1060 vorher. Jetzt habe ich mittlerweile eine RTX 2070. Super. Ich habe ja auch gelernt, dass die 2070, also das super normal, besser ist als die normale. Ah, von mir! Hab ich kein Geld für. Oder ich trinke es schnell selber weg. M&Ms, ich spiele auf dem PC. Schön, dass du mit dabei bist. Ich spiele aber mit Crossplay. So, dass jeder mitspielen kann. Geil, hier liegt schon wieder ein Gewicht rum. Ich nehme es mit. Ich habe ja eh keins dran. Ach ja, immer wieder schön, wenn man hier was findet. Aber es ist richtig, es gibt keine GTX, nur RTX. Dann hat er wahrscheinlich eine RTX drin. Die ist natürlich viel besser als meine. Also, ich weiß nicht ob viel besser, aber besser auf jeden Fall. Geil, hier liegt der Schneidwerkswagen auf halb 8. Das darfst du dir hier echt nicht angucken, ne? Bist du bei mir wärst, wäre der leer. Ja, dann müsste ich aber mit der Bahn fahren. Weil, don't drink and drive, ne? Don't drink and drive. Dann müsste ich mit der Bahn fahren. Natürlich erste Klasse, ne? ICE. Green Power, ne? Der ohne, der da nur mit Strom fährt. Bianca, herzlich willkommen. Frau Gottschalk, ich grüße Sie. Wo ist Thomas? Entschuldigung, schlechter Witz hier. Und liegt der Schlauch noch? Ja, der liegt noch. Okay. So. Das Gewicht hat Bauer Herrmann verloren. Ne, ist ja Lohnunternehmen Neumann und Bauer Herrmann. Ja. Oh, Whatsapp. Geil. Ich lese euch die Whatsapp jetzt mal laut vor, ja? Zumindest den ersten Satz. Hast du noch Spaß? Hahaha. 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 Leute, ich würde es euch gerne in die Kamera halten. Aber ich habe ja keine. Aber ungelogen. Meine Frau schreibt mir. Per Whatsapp. Um 21.07 Uhr. Hast du noch Spaß? Also ich denke mal, wenn ich jetzt Ja schreibe, können wir noch 5 Stunden zocken, ne? Hahaha. Hast du noch Spaß? Hm. Was soll ich denn jetzt schreiben? Hahaha. Hast du noch Spaß? Fifty-fifty. Kommt immer drauf an, wer hier so ist. Äh, zu geil. Wenn ich jetzt schreibe, aber sowas von, denkt ihr, ich brauche sie nicht mehr. Das ist ja auch doof, ne? Ich schreibe jetzt, och, joa. Ist heut. Ist heut recht. Heut. Heut. Nicht gold. Heut. Alter. Ist heut recht. Lustig. Heut. 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 Affe mit dir Augen zu halten? Heut. Nur der Thomas nervt mich ein bisschen. Hahaha. Hat der jetzt nicht gesagt? Nein. Heut. Schreib ja, aber ich vermisse dich. Die Zeiten sind vorbei, Landwirtzockerfahrer. Wir sind schon so lange zusammen und ach. Nein. Heut. Heut. Hast du noch Spaß? Jein. Ich schreibe einfach, mach du mal. Kussmund. Zack. Abschicken. Ich nerv dich nicht, toll. Ne, das geht doch gar nicht. Hallo Reform. Recome back. So, wir sind jetzt mittlerweile im zweiten Silo angekommen. Ich zeig euch das mal. Ich saß mal in der zweiten Klasse eines ICEs. Da waren so Menschen, die so Kistenbier hatten und die in 30 Minuten ausgedrucken haben. Ja, wäre es besser mal in die erste gegangen. Wir haben 2,22, genau. Da vermisst man keinen mehr, ne? Aber das ist jetzt eure Meinung, ne? Wie findest du Deutsch, Hannes? Warum sollte ich Deutsch nicht mögen? Grundsätzlich, ich bin ja kein Landwirt. Ich mag eigentlich alles im LS. Hauptsache Traktor. So. Kann noch einer mal hier ein bisschen aufräumen, damit wir hier nicht alles kaputt fahren. Wir sind angekommen in unserer zweiten, kleineren BGA, nenne ich sie jetzt mal. Die zweitgebauten Bunker. Für unsere Silage. Ah, Mann. Ich dich auch, YouTube. Ich will auch schreiben, nicht nur Emojis. Du schreibst echt nur Lachsmileys. Warum schreibst du nur Lachsmileys? So. Ähm. Ja. Ich fahr wieder Doppeldrehschirmel. Das bedeutet. Ah. Sie schreibt, na wie schön. Habe ich das jetzt was Falsches geschrieben? Höhöhöhö. So. Ich fahr mal kurz da rein. Einmal abkoppeln. Ja. Ich würde doch sagen, Leute. Also. Was wir jetzt natürlich noch machen könnten, ist einfach mal die 300 Zuschauer voll machen. Ne? Du hättest mal schreiben müssen. Wer bist du? Hahahaha. Oh ne. Ich glaub dann wäre ich geschiedener Mann hier. Eieiei. Ne, ne. Okay. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Überdreht. Das wäre äh. Nicht so gut gekommen. Wer bist du? Hahaha. Ja, Max. Ich verlose noch ein Pumps & Hoses Pack. Noch einmal für 17,99. Auf jeden Fall. Also, wenn ihr Bock habt, Leute, noch eins zu gewinnen, seid aktiv im Chat. So. Ich geh jetzt was essen. Ich nehme mein Handy mit zur Küche. Aber bitte fall die Treppen nicht runter. Oh. Ich würde ja gerne aufräumen, aber hab das Pumps & Hoses Pack nicht. Okay. Ich wollte das zuerst nicht sagen, weil ich dachte, da darf ich überhaupt nicht mehr mitspielen. Auch dein PC hatte kein Hänger, Martin. Du bist mit dem Pumps & Hoses Pack rausgefahren. Dann wolltest du da Gülleverschlauern machen. Dann haben wir dich darauf hingewiesen, bitte nicht machen. Und dann bist du da irgendwie zurück in die BGA gedusselt und hast das irgendwie da kreuz und quer wieder hingestellt und gedacht so. Oh, ist mir real. Ne, ne, ne. Aber hier könnte man auch vielleicht mal aufräumen. Das wäre ganz nett. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Zocken, Bro. Kannst dich mal drum kümmern. Das sind nur zwei Treppen. Ich passe schon auf. Achso, zwei Treppen. Ja gut, das geht ja noch. Hechtagra, moin. Hallo Marc. Grüß dich. Dann hättest du aus dem Fenster springen müssen, weil zur Tür wärst du nicht mehr gekommen. Ne. Ne. Wie lange ich schon mit meiner Freundin zusammen bin? Ich mir, also erstmal ist meine Frau und das gebe ich trotzdem nicht bekannt. Aber es ist schon eine lange Zeit. So, komm, komm, komm. Rum, rum, rum. Ah, jetzt überdreh ich ihn. Dachte jetzt nicht, dass sich der Preis vom Pack verändert. Ne, 17,99, ne. Fabian. Moin. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. So, das sieht schon ganz gut aus. Ich esse dann jetzt mal Schinkenwurst und Erdbeerkäse. Was? Erdbeerkäse? Was habt ihr hier alle zu essen? Dorf, äh, 51. Herzlich willkommen. Ja, ein Moment. Dangel, Stefan. Mitglied seit 8 Monaten. Dankeschön. So. Ich kippe jetzt einfach da ab. So. Das können die schieben. Ja, Max, korrekt. Wie kann man das Pack gewinnen? Einfach aktiv im Chat dabei sein. Du musst jetzt nicht spammen oder so, sondern einfach mit dabei sein. Ich warte gerade am Feld auf dem Server und trinke ein Bier. Du wartest am Feld auf, achso, auf meinem Server am Feld und trinkst ein Bier. Kannst mir noch eins überlassen. So. Ich würde jetzt so sagen, ihr seid schon länger als 6 Jahre zusammen. Da liegst du schon ganz gut mit. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger. Kannst du auch mal schieben. Ah. Muss das sein, Joel? Ich bin so gern als Abfahrer unterwegs. Das macht mir einfach so viel Spaß. So. Ernsthaft jetzt, Max? Alter. Ah. Ja. Toll. Deichsel verschoben. Jetzt kann ich nicht ankoppeln. So. Die Map hat sich ganz gut verändert, seitdem ich das letzte Mal da war, habe ich es im Game BMW M8 zockt. Vielleicht kennst du mich ja noch. Oh. Das ist aber schon lange her. Aber ja, im Vergleich zum 17, 19 und 22 ist die Ortsinfarm echt schön geworden. Ja, er hat mir hier die Deichsel verschoben. Dadurch konnte ich die jetzt nicht aneinander koppeln. Da wäre ich so niemals dran gekommen. Deswegen hänge ich mir jetzt mal kurz den an. Natürlich, wir werden auch gleich nochmal in einen anderen Bulldog rein. Und ich glaube, ich habe den Florian versprochen, dass ich mal schiebe, ne? Der hat ja auch gerade gespendet. Da muss ich wohl mal schieben. Darf ich mal schieben? Das ist kacke, wenn man die überdreht. Machst du auch nochmal ein, manchmal ein Let's Play. Naja, ich bin hauptsächlich im Livestream unterwegs. Also es ist selten, dass ich mal Let's Play. Mal hier und da, mal ja, aber eher selten. Naja, ein Stück zurück, ein Stück zurück, ein Stück zurück. Jawoll. So. Wie lange streamst du noch? Weiß ich nicht. Also meine Frau ist noch länger weg. Der hat ja gerade geschrieben. Ähm. Ob ich noch Spaß hätte. Ich sag, ja. Brücken macht auch noch mit. Ja. So. Smiley Game jetzt gekommen. Ausrufezeichen mitspielen. So. Es wurde darum gebeten, dass ich doch mal hier schiebe. Was ist denn hier in der BGA los? Das ist ja der Wahnsinn, was hier mit der BGA los ist, Leute. Da kommt ja einer nach dem anderen hier. Freunde der Nacht, was habt ihr denn hier vor? Das ist ja der Wahnsinn. Also hier ist wirklich verdammt viel los gerade. Das ist nicht schlecht hier. Das ist gar nicht mal schlecht. Das ist immer gut, wenn viel los ist. Dann gibt's auch viel zu tun hier. Wir müssen natürlich hier jetzt ganz, ganz schnell mit dem Aufschieben beikommen. Damit hier kein Chaos entsteht. Weil ihr seht ja selbst, jetzt entstehen hier so kleine Hügeln, die müssen weg. Vielen Dank. Leute, wir haben schon 627. Über 100 Abos in den mittlerweile drei Dreiviertelstunden, die wir hier schon am zocken sind. Mega geil. Mega, Leute. Also echt mega geil von euch. Vielen, vielen Dank an all die, die hier mit dabei sind. Ich könnte mal was zu essen vertragen, weil ich hab nicht Hunger, aber es geht noch. Ja, Lenny, genau. G29 Logitech. Genau, äh, Maximilian 458 Däumels, ne. Die haben wir auch noch. Der Kanal ist ja gleich der Hecht Agrar. Vielen Dank. Schön, dass es dir gefällt. Herzlich willkommen auf jeden Fall auch an dich. So, jetzt sind wir hier gerade mit zweien am Aufschieben. Das geht eigentlich recht schnell. Dann müssten die Abfahrer halt mal kurz warten, bis wir hier aufgeschoben haben. Aber du musst halt mit dem Aufschieben wirklich dranbleiben. Sonst hast du später ein Problem. Ich find's lustig, dass dann ein Lenker euch vom Lenkrad hört. Ja, dann wisst ihr wenigstens, dass ich auch mit Lenkrad spiele, ne. Margit, moin. Man kann ja viel erzählen. So ein Lenkrad ist ja auch recht teuer, ne. Manche sagen ja vielleicht auch, ja, ja, ich hab ein Lenkrad, aber die spielen eigentlich, weiß ich nicht, auf der Commodore C64. Ich spiel wirklich mit dem Lenkrad. Und ja, man hört meine Zentrierfeder. Das, das ist nun mal leider so. Was heißt leider? Ich find's halt cool. So, da ist schon der Nächste am Abkippen. Und was geht ab? Hier, Peter, dankeschön fürs Abo. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Sehr, sehr geil von dir, Peter. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Und dankeschön für dein Abo. Ja, Drehschirmel, das ist immer das Problem, wenn die hier so abkippen. Dann musst du hier erstmal über den Haufen drüber wegfahren. Aber Leute, hier, das ist Teamplay. Hier wird zusammengeschoben. Er links, ich rechts. Das, was bei ihm überschüssig rechts rausfällt, schiebe ich vorne weg. Das läuft. Also das neue Trustmaster T300 ist leiser als das G. Ja, gut, ich kann ja meine Zentrierfeder ausstellen. Wenn ich die ausmache, ist das auch super leise. Dann, dann hörst du das eigentlich ja gar nicht mehr. Aber ich habe die, ich habe die auf 20% habe ich nicht stehen. Also ein bisschen was an Widerstand brauche ich, damit sich halt das Lenker doch automatisch zurückstellt, wenn ich da mal ein bisschen schneller fahren will. Wie findest du meist? Bloß nutze ich nicht, Simon. Keine Ahnung von. Also ich, ich, ja. Du bist weg? Okay. Sockenbrot, dankeschön. Ich stelle mal kurz den Traktor hier auf Seite. Den braucht ja eh gerade keiner. Deswegen stelle ich den mal auf Seite, damit der jetzt auch nicht hier im Weg steht. Maximilian hat ein Abo rausgehauen. Ich hoffe, das wird gleich schon angezeigt. Vielen Dank, Maximilian. So, wir brauchen die nächsten hier. Wir brauchen hier die nächsten. Wo sind sie denn alle? Vor allem, Moment. Wie weit sind wir überhaupt? Ich will mal gerne wissen, wie viele. Ja, moin. Die sind einfach mal schon wieder im Wachstum. Das ist geil. Maximilian, vielen Dank. Mais Plus ist ja die Möglichkeit, dass zum Beispiel gemähtes Gras dann nicht zur Hexe gut wird. Maximilian, was geht denn jetzt bei dir ab? Vielen Dank für deine Mitgliedschaft. 97. Vielen, vielen Dank, Maximilian. Ersten Abo und noch die Kanalmitgliedschaft als Praktikant. 99 Cent im Monat. Vielen Dank für deinen Support. Ja, moin. Gut, was ich jetzt wieder schade finde ist, da steht ein Schneidwechswagen. Der Häcksler ist aber da. Da steht ein Schneidwechswagen. Der Häcksler ist aber da. Er steht da. Das ist gut. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Der wird nämlich wieder vergessen. Dann fahren die einfach wieder ohne Schneidwechswagen über die Felder. Aber Leute, guck mal, wie viel wir schon haben. Hier, das ist schon wieder alles im Wachstum. Das hatten wir schon. Wir haben ja einmal die Nacht übersprungen. Dann sind die natürlich wieder in den Wachstum gegangen. Und hier die Ecke. Da und hier. Das Ganze haben wir jetzt auch schon. Das ist gute Leistung. Oh, der nächste ist da. Steiger machen. Du brauchst nicht so weit hochkippen. Du kannst auch schön vorne ankippen, dass wir was zu tun haben. Ihr wolltet ja, dass ich mal ein bisschen schiebe. Jetzt muss ich aber kurz einmal aufstehen. Ich muss jetzt einmal kurz aufstehen, Leute. Weil, oh. Der Rücken macht zu. Aber es geht noch. Ich habe ja übrigens so ein Overworld. Das ist nur zum Fehlenden. So ein Teletubby-Anzug, Leute. Gönnt euch die. 40 Euro bei Arma, Punkt, Punkt, Punkt. Die Dinger sind mega geil. So ein Ganzkörper-Anzug. Wisst ihr? So ein Tinky Winky. Die sind mega geil. Die sind super gemütlich. Die sind schön warm. Doppelreißverschluss oben und unten. Also wenn du mal schnell auf Toilette musst, kannst du unten aufmachen. Das ist echt eine geile Kiste, ne? So. Einmal mein Hochkissen mal gesteckt. Können ja mal ein paar Liegestütze machen, ne? Haha. Hallo Nils. Hallo Lutsch. Lutsch? Ist das Lutsch? Lutschi. Moin. Schön, Ula. Schön, dass du da bist. Ey, Ula. Ich will auch noch was schieben. Der schiebt einfach alles hier alleine. Ich will auch noch was schieben. Das geht so nicht. Ich habe im Stream, dass jemand die Schläuche verlegt hat und dachte, das wäre jetzt auch Güllen. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee, nee, nee. Piggy Winky Tinky. Ja. Hallo Paul. Moin. Nils. Herzlich willkommen. Kannst du mal bei der BGA vorbeischauen. Wieso? Die ist zu. Die ist geschlossen. Also BGA sind wir, sind wir durch. Wir haben leider nur einen Bunker. Im anderen Bunker wächst ein Bäumchen durch unser Toilettenhäuschen, weil wir ja da mit, äh, mit sauberem Pipi auf die Toilette gehen, ist da ein Baum gewachsen. Was hast du da an? Kennt ihr nicht diese Overalls, diese Tinky Winky Anzüge? So ein Ganzkörperkondom, wie nennt man die? Ey, die sind super gemütlich, Leute. Wirklich. Wie, wie, wie heißen die? Overworlds? Keine Ahnung. Mal eine Frage, bei meinem G29, sind die Pedale irgendwie so komisch? Also ich gebe da, es gibt dauerhaft Gas und drückt halt immer alle drei Pedale. Weißt du, ob man dagegen was machen kann? Oh, das Problem kenne ich nicht. Overworlds, ne? Panzerkombi. Das ist auch gut. Hast du einen Link dazu? Nein. Ich mache ja keine Werbung hier. Ein Strampler. Genau, ein Strampler. Aber ein Strampler nicht für Babys, sondern für erwachsene Männer. Ein Einteiler, Cedric. Ja, das ist glaube ich der Fachbegriff. Ein Einteiler. Genau. Spitze zu einem Einteiler. Ist super gemütlich, Leute. Kostet 40 Euro. Gibt's auch schon für 30, gibt's aber auch für 100. Kommt immer drauf an, was es euch wert ist. Aber die sind super gemütlich. Muss ich echt sagen. Also, cool. Ich brauche schon wieder was zu trinken hier. Und ich habe noch Hunger. Ich kann mal noch einen Schokoriegel. Und noch ein Spezi. Kann ja am Montag wieder einkaufen fahren. Nils, das ist die Ortsstreamfarm. Ich glaube, ich muss am Montag schon wieder einkaufen fahren, Leute. Warum hat man überhaupt eine Toilette im Silo? Naja, die Leute mussten auf Toilette. Oder? Ich soll Wasser trinken? Dann schlafe ich heute Abend nicht. Schau mal mal, Nils. Ein Bruneu. Mhm. Ein Borat-Einteiler. Wo sind die denn jetzt alle? Also, mit meinem Steier sind sie auch unterwegs, aber... Okay. Jo, klar Tim. Willkommen. Habt ihr ja vorhin was geschickt? So lange du wartest, kannst du es ja mal anschauen. Achso, das mache ich. Alex. Servus. Ich grüße dich. So, dann kann man ja mal kurz mal ein paar Discord-Nachrichten beantworten. Irgendeiner will einen Link von mir haben. So, eine Gewinnerin hat mich schon angeschrieben. Warte, der hat mir jetzt hier geschrieben. Ah, der hat bestimmt jetzt hier Dings geschickt. Stimmt, das ist das Original. Hast recht, Moritz. Müsste ich eigentlich echt mal probieren, ob da ein Unterschied schmeckt. So. Ähm. Das weiß ich auch nicht. So, das einmal schließen. So, ah, der nächste ist da. Ja, wir können wieder schieben. Ja, ja. Ich bin noch da, Leute. Nicht abschalten hier. Äh, Smiley. Wir spielen heute mit den Pumps & Hoses. Ähm. Ansonsten Server. Crossplay aktivieren mit Passwort. Das Silo sieht einigermaßen gut aus. Einigermaßen gut. Also, besser aufschieben geht gar nicht. Vor allem, wir haben ja gerade erst angefangen. Wir haben ja schon eine BGA gefüllt. Wir haben ja jetzt schon, oder ein Silo haben wir gefüllt. Und sind jetzt mittlerweile im zweiten Silo angeguckt. Vielleicht brauchen die einfach nur einen Abfahrer mehr. Ich finde einen leichten. Paloana ist fruchtigem Schock, finde ich. Und das Spezi, Spezi ist leicht süßer. Da müsste man mal auf die Kalorien gucken. Ob das vielleicht auch dadurch mehr Kalorien hat. Weiß ich ja nicht. Als ich vorher vom Dublin zurück war, sah ich, dass du noch streamst. Finde ich richtig cool. Reform. Ja, klar. Ich bin noch live. Also, so lang war ich schon lang nicht mehr live. Ich sitze hier mittlerweile, Freunde, seit vier Stunden. Und es geht noch. Obwohl es tatsächlich schon vier Stunden sind. Ja, also, muss ich echt sagen. Musste ich ja etwas ärgern. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Hm, ja gut. Man muss noch dazu sagen, es ist Gras häckseln. Gras dauert länger, bis der Hänger voll ist, als beim Mais. So, Moment. Bald ist der LS 22 ein Jahr alt und es fühlt sich an wie gestern. Krass, oder? Landwirt zwar krass, wie die Zeit rennt, ne? Und man denkt sich so, was hast du eigentlich in einem Jahr erlebt? Ist doch gar nichts passiert, ne? Zehn Stunden stream incoming. Ja, gerade könnt ihr auch einfach in das linke Silo kippen. Können wir direkt beide aufschieben. Auf Schäffe muss immer gehört werden. Früher hat man wirklich bei diesen Mais häckseln auch immer zwei Silos befüllt. Aber das war halt bei Mais häcksen. Bei Mais kommt viel mehr auf die Kürze zusammen. Das ist einfach so. Mhm. Ich bin zu breit. Ne, ist wirklich so. Also ich glaube, wenn man, weiß ich nicht, 20 Meter Mais häckselt und 20 Meter Gras häckselt, ist am Ende mehr im Mais anhänger. Das ist leider so. Ich habe alles gekalkt, ich habe alles gedüngt, aber dennoch ist es mehr bei Mais häckseln. Äh, bei Mais häckseln. Und ein mega geiler Stream bis jetzt, muss ich euch sagen. Top-Werte 280 Zuschauer heute. Keine Ahnung, wo die auf einmal herkommen. Ich werde gleich auf jeden Fall nochmal ein Pumps & Hoses DLC raushauen. Und ich hoffe, ihr nehmt das wirklich ernst, dass ich sage, ich möchte auch mal was zurückgeben und nicht immer nur nehmen. Und freue mich deswegen darüber, euch einfach mal ein DLC zu schenken. Und ihr könnt auch die Plattform frei wählen. Ich kaufe euch das dann. Auf Konsole, wie gesagt, würde ich euch halt das Geld überweisen, dass ihr euch das selber kaufen könnt, weil ihr müsst ja dann, ähm, auf dem Hof, picke ich Steigerbaum, ihr müsst es ja dann in Playstation so einlösen. Im PC kann ich es über meinen Link kaufen. Unterstütze ich mich sogar quasi noch mit. Und, äh, ja. Also wie gesagt, geht alles auf meine Kappe. Also alles auf meine Kosten. Da müsst ihr kein Geld für ausgeben. Pumps & Hoses Pack, ne? Kann leider nicht mehr mitmachen. Seit vor zwei oder drei Updates habe ich Probleme mit dem, mit dem Curseplay-Server. Wie Curseplay? Curseplay sind es nicht oder sowieso nicht. Hashtag Liegestützen. Nein. Hier ist keine Spende reingekommen, der gesagt hat Liegestützen. Nö, 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 nö. Bier ist leer, bin weg, tschüss. Spannik, warte, ich hab dort den Aufzug. Hol dir Neues. Mein Stream Deck geht nicht mehr. Manno. Na toll. Jetzt hatte ich auch noch mein Stream Deck aufgehangen. Ah, ist der Kai schuld. Ne, kaum ist Alex da, geht mein Stream Deck nicht mehr. Alex, schäm dich. Ey, Jule. Du hast doch deinen eigenen Bunker. Maximilian gar nichts. Du musst einfach nur aktiv mit dabei sein. Wie viel Liter Gras sind schon in den Silos? Wir haben hier Hockey-Club, Hockey-Club, 3... 31.500 und rechts dürfen an die 100.000 sein. Ja klar, Foxelt, Ausrufezeichen, mitspielen. Es ist sogar noch ein bisschen Platz. Magic Mark, moin, mir geht's gut, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Eine Wärmflasche wärmt auch nicht mehr. Bin weg für heute, war schön. Komm, bald mal wieder. Was? Bald mal wieder? Oder was? Du, Petty, bin weg, heute war schön. Heute, bald mal wieder, oder? Ja klar. Früher wurde ja jemand zum Schieben gebucht. Ja, der hatte aber irgendwie keine Zeit. Hallo, Philipp, moin. Ich wollte nur mal Danke sagen, weil du DLCs verlost. Gerne, Leo. Wie gesagt, mein YouTube-Kanal ist nicht dafür da, um immer nur zu streamen und zu nehmen, nehmen, nehmen. Hier ne, Abo und so. Sondern auch wirklich mal zu geben. Mach ich öfters mal. Ich hab schon öfters Verlosungen gemacht. Die ersten beiden DLCs hab ich mir von Giants geschenkt bekommen. Also die ersten beiden Codes von Pumps & Hoses. Und der erste war dann natürlich für mich. Und der zweite hab ich im Livestream verlost. Dann hab ich noch einen auf meine Kappe verlost. Und heute hau ich jetzt auch drei Stück raus. Das läuft auf jeden Fall. Ja, bald mal wieder ins Stream, bald mal wieder reinschauen. Ja, vielleicht ja, wie gesagt, sogar schon wieder morgen. Aber das, das muss ich noch gucken. Da, das kann ich euch noch nicht zu 100% versprechen. Ob ich dann morgen schon wieder live komme. Heute ist halt Samstag, ne? Also wir haben morgen noch einen ganzen Sonntag vor uns. Schauen wir mal. André, Grüße vom Philipp. Bruderliebe. Der Kai! Der Kai! Dankeschön! Braute Liege stützen heute die doppelte Menge. Ach komm, das kannst du jetzt nicht ernst machen. Ne, ne, doppelte Menge. Der Preis ist heiß, ne? Komm Kai, alles oder nix? Alles oder nix? Willst du setzen oder gibst du auf? Lia, moin! Der Kai holt nen Troll-Song raus. Kai, auf dich. Vielen, vielen Dank. Brauche ich Motz zu mich spielen? Ja, Magic Mark. Unter anderem auch das Pumps & Hoses DLC. Vielen, vielen Dank Kai für die Blumen. Ja komm, weil du es bist. Ich geh auf dem Boden für dich. Es ist mal so, boah, hier ausziehen. Also nicht nackig machen, aber... Wärmflasche weglegen. Headset ausziehen. Stuhl wegschieben. Jetzt muss ich auf den Boden. Ich weiß, wenn ich jetzt Facecam hätte, würdet ihr ja wissen, was ich es meine. Aber... Ich bin ja jemand, wenn der Kai das so macht, dann mache ich die auch. Guten Tag an den lieben Tronics. Grüß dich. Hallo Michel. Also ich sitze jetzt wirklich hier auf dem Boden und mache 10 Liegestütze. Und die mache ich, weil sie mir gut tun. Und das nehme ich ernst, Leute. Die Liegestütze tun meinem Rücken wirklich gut. Ich versuche auch jeden Tag ein paar zu machen, aber manchmal fühle ich mir einfach die Motivation. Aber wenn der Kai meint, im rosa Tützchen, dann mache ich mal meine 10. Nein. Oh, haben es am Knacken hier, ey. Und... Wie war das jetzt? Doppelte Menge? 10. Nix. 12. 13. 14. 15. Hab dich lieb, Kai. Racing. Dankeschön für das 2€. Äh... Äh... Foxtel, du findest mein Server nicht? Denk dran, volles Passwort... äh... mit Passwort. Das hört sich ein bisschen falsch an. Was wenn ich auf dem Boden gehe, Liegestütze mach, dann find ich genau richtig. Immer fit bleiben. Ja, ich trainiere ja sowieso zweimal die Woche. Versuche ich zumindest. ist, hat mir meine Ärztin so aufgebrummt. Ich war mal in der Röhre und da wurden tatsächlich ein paar Probleme an meinem Rücken festgestellt und dann hat mir die Ärztin gesagt, sie machen jetzt bitte Sport. Je öfters, desto besser. Ja und jetzt versuche ich mittlerweile zwei bis dreimal die Woche Sport zu machen. Es ist zwar anstrengend, weil nach der Arbeit, ich komme meistens so 6,5 bis 7 ungefähr nach Hause. Was geht ab? Hab ich da was gehört von Liegestütze und Spende? Warum geht jetzt mein Kack Stream Deck nicht mehr? Das kannst du mir doch jetzt nicht antun. Verdammt, das hat sich ausgelockt. Was geht? Thomas, bitte nicht, 50, bitte nicht, Thomas. Vielen, vielen Dank, Thomas. Jetzt muss ich erstmal mein Stream Deck wieder aktivieren. Aber das kannst du jetzt nicht ernst meinen, oder? So, ich muss erstmal mein Stream Deck wieder aktivieren. Das ist nämlich abgestürzt. Ah, da ist er. So, ich muss nämlich den Key wieder raussuchen. Dann muss ich mich hier wieder einloggen. Thomas, let's go! Was geht jetzt ab? Was geht nicht ab? Jetzt geht es richtig los. Raute 25 Liegenstützen. Wollt ihr mich verarschen? Also jetzt gleich kommt wirklich mein Nachbar nur. Was geht jetzt hier ab, Alex? Vielen, vielen Dank. Der nächste Herzen Spam. Der nächste. Let's go, Leute. Partyalarm hier. Könnt ihr nicht ernst meinen. Weißt du, für diesen Donetsch-Sound, oder beziehungsweise für diesen Nachträglichen-Sound, setze ich sogar meinen ganzen Kopfhörer auf. Mega! Ich hab ja hier mein Headset, äh, DX, DX? Ne, HX, irgendwie heißt das. Ähm, ich hab normalerweise immer nur einen Hörer davon überm Ohr, weil wenn ich beide Hörer, also wenn ich beide Ohrmuscheln über die Ohren hab, hör ich mich ja selber nicht mehr. Und dann hab ich immer das Gefühl, ich würde schreien. Deswegen hör ich immer nur mit einem. Aber wenn dieses Lied läuft, setze ich sogar beide auf den Genießeinfo und krieg ich Gänsehaut. Mega! Aber ihr glaubt euch jetzt nicht wirklich, dass ich jetzt 100 Liegestütze mache. Thomas und Alex. Das darf nur der Kai. Das darf nur der Kai. Max, zwei heute, eins, äh, vor der knappen Woche. Und gleich hau ich noch eins raus. Ich verspreche euch beiden. Ich verspreche euch beiden, ich mache die. Ich verspreche euch beiden, ich mache die. Aber jetzt grad nicht im Livestream. Ich werd mir diese 100 Stück auf mein Training umlegen, okay? Nein, hab ich nicht, Marc. Hallo, Armin. Ich verspreche euch das. Ich werde diese 100 Stück, auch, obwohl das nur der Kai. Eigentlich hab ich nur mit Kai diesen Deal mit den Liegestützen. Wie ein großer Tütüchen. Aber ich verspreche euch beiden, ich werde das auf mein Training umlegen. Liegestütze sind immer gut. Ja klar, Christian, du auch. Schön, dass du da bist. Hecht Agrar, vielen Dank. Alex kommt von mir. Was? Wie viele Packs wurden schon verloren? Ich wollte grad sagen, wie viele Packs hast du schon geöffnet? Ich spiele doch gar kein FIFA. Kannst du mal wieder Fahrsilo machen? Weil ich finde es geil, wenn man kaum noch draufkommt. Ne, Fahrsilo hasse ich. Muss ich ganz ehrlich sein, Fahrsilo ist so gar nichts. Hallo Tina, herzlich willkommen. Was geht jetzt hier ab? Phil Army haut den 10er raus. Dankeschön. Danke, danke, Phil Army. Danke schön, Phil Army für deinen 10er. Leute, Herzchen Spam. Fischi, Gott, Nick, welcome back. Schön, dass du wieder da bist. Vielen, vielen Dank. Phil Army, du bist echt auch krass großzügig. Also Dankeschön, dass du mich auch so supportet oder den Kanal. Eiffo nur mega geil von dir, Liebe geht raus. Hashtag nur Homo, aber Herzensspam für dich. Dankeschön. Ist die Aufruf von dem Radler, die Rückwärtskammer? Das ist, ist das ein Gebäude vom LS19? Äh, ja. Ich weiß nicht, doch, müsste LS19 sein. Ja. Warum magst du keine Fahrsilos? Ähm, ich finde sie langweilig. Sag ich, sag ich es mal so. Ah, da bist du ja, Phil Army. Vielen, vielen, vielen Dank. Geiler Support. Ich finde sie langweilig. Fahrsilos, da brauchst du ja nicht wirklich schieben. Da fährst du ja durch und verdichtest ein bisschen. Kennt man den Alex? Den wirst du noch kennenlernen, Alter. Das kannst du mir glauben. Den Alex, den wirst du noch richtig kennenlernen. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank an euch. Nein, Reform. Only nur das. Nein, nein. Ich kann dir nicht einfach so Geld überweisen für irgendwas anderes. Reform. Ich verlose hier das Pumps and Hoses Pack. Hast es dir verdient? Ah, Phil Army. Vielen Dank. Geiler Support für dich. Ich glaube, du bist noch gar nicht so lang dabei, ne? Haust aber trotzdem geilen Support raus. Dankeschön dafür. Wie soll man den kennenlernen? Ja, das wirst du dann sehen. Ich stelle ihn dir persönlich vor. Kannst du mir glauben. Einer mit der Top Donator hier. Immer wieder ein offenes Herz für jemanden, wenn man Probleme hat. Ich will jetzt nicht den Arsch kriechen. Es ist einfach so, wie es ist, ne? 10 reichen. Ne, ne. Ich mache die 50. 50 von dir, 50 vom Alex. Ich werde am Montag wieder mein Training machen und dann baue ich die damit ein. Mach ich direkt mal 50 Liegestütze. Am Mittwoch mache ich auch Training. Dann mache ich dann die anderen 50. Das ziehen wir durch. Vielen Dank an euch. Aber geil, ne? Ich habe jetzt gerade die 20 Stück gemacht. Kai hat ja heute doppelt oder nichts die 20 Stück gemacht und schon ist es wieder okay mit dem Brücken. Also, es geht, ne? Dann, ja. Ich bemerke es dann erstmal nicht mehr. Ganz fein tust du verdichten. Ja, äh, klar. Verdichtungsprofi hier. Haben wir übrigens noch Platz auf dem Server. Lass mich mal kurz gucken, ob wir noch Platz auf dem Server haben. Oh, pfff. Hier ist ja nichts mehr los. Seid ihr also schon ins Bett gegangen oder war? 2, 4, 6, 8, 10, 11 Leute. Hallo? Seid ihr alle schlafen gegangen? Okay, da kann ich ja gerade mal nutzen. Ich räume mal gerade ein bisschen hier auf. Seid ihr schon noch ins Bett? Leute, was ist denn hier los? Wir sind immer noch 200 Zuschauer. Vielen Dank dafür. 481 Daumen und 4 Stunden und 12 Minuten live. Hupsala, da steht ein Bäumchen. Da kann man auch ausnahmsweise mal nicht durchfahren. Smiley Gaming. Ausrufezeichen mitspielen. Doch, doch. Leute, der Server ist auf jeden Fall da. Bis jetzt konnte ja jeder beitreten. Bis jetzt konnte ja jeder beitreten. Hattest du meine Nachricht mit meinem Real-Life-Namen bekommen? Wow, das war aber knapp hier. Was meinst du mit Real-Life-Name? Früher hast du noch jemanden gebucht zum Schienen. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, der hat ja heute keine Zeit gehabt. Sonst hätte er sich ja gemeldet. Der Buchhann ist hier. Patrick, Ausrufezeichen mitspielen. Achso, du warst ja der Chaot hier, ne? Schade, dass wir jetzt noch nicht die 50k haben. Och, aber Cornfield, wir sind ja, wie du siehst, auf dem besten Weg dahin. Kann man sagen, wie man will. Wir sind auf dem besten Weg dahin. Achso, Fischi. Auch da hatte ich bekommen. Die Autogrammkarten dürften auch eigentlich nächste Woche dann mal rausgehen. Philipp, haut 99 Cent raus. Vielen Dank. Sehr cool von dir, Philipp. Dankeschön. Ich kann wegen André nicht mitspielen, weil der André zockt. Wie meinst du jetzt, du kannst, welcher André? It's Puma, jetzt zu kommen. Ich habe auch das DLC nicht. Dann hätte ich es dir gekauft. Das wäre doch kein Problem gewesen. Also, es gibt Leute, den kaufe ich jetzt einfach auch mal so zwischendurch, weil einfach die so krass schon supportet haben. Also, es ist nicht böse gemeint, dass ich das nicht jedem hier gönne oder so. Also, ich gönne es euch. Aber es gibt halt ein paar Leute, da bin ich ganz offen und ehrlich, wenn die irgendwie meine Hilfe brauchen, ich bin der Erste, direkt sagt, bin dabei. Also, ich will hier natürlich jedem helfen, wenn ihr irgendwas habt oder so. Leute, ich habe immer ein offenes Ohr für jemanden. Ist egal, was es ist. Ich habe hier schon Beziehungstipps in Livestreams gegeben. Ich habe schon für einen Hochzeitsantrag auf dem Eiffelturm gesorgt und alles. Also, es sind schon krasse Sachen, die ich jetzt hier in den sechs Jahren erlebt habe. Und es gibt halt Leute, da würde ich direkt sagen, so, pass auf, wenn du was brauchst, komm zu mir, ich helfe dir. Es ist einfach so, Leute. Es gibt die Leute, die ich ganz besonders ins Herz geschlossen habe, eben weil ich sie auch schon mal privat kennen. Gelernt habe über die ganzen Farmen und Gamescoms und ja. Naja, also von daher und alle anderen können natürlich hier, wie ihr seht, dann unter anderem natürlich auch ein DLC einfach mal so gewinnen. Muss man ja auch mal so sehen. Es sind 17,99 Euro mal drei. Also habe ich jetzt knapp 60 Euro heute auf den Kopf gehauen, um euch dieses DLC zu schenken. Hast du bemerkt, dass du über vier Stunden live bist? Ja. Hallo Toni, moin. In vier Stunden und es geht noch. Also, noch ist okay. Äh, Max, das gebe ich nicht bekannt. Oh. Da sind wieder zwei, die kippen wollen, die können ins linke Silo fahren. Sagen nur Pommesbude. Ja, Pommes rot-weiß bitte, ne? Arthur, dankeschön fürs Abo. Also, Voxel, dann denk dran. Äh, Philipp, 249, dankeschön. Denk dran, du musstest dir mit Passwort und volles Server, ne? Mit Passwort und volles Server und DLC. Pumps and Hoses ist ja hier mit dabei, ne? Philipp, vielen Dank. Dominik, hau, trägt mein Herzensbem für dich raus. Sehr nett. So muss das sein. So. Wunderbar. André ist mein Bruder. Ach so, ach, dein Bruder ist gerade auch am zocken. Okay, 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 okay. Vielen Dank, 630 Abos sind drin, Leute. Vielen Dank dafür. Hallo, Kornfield. Ja, wir sind doch krass am häckseln. Also, es läuft eigentlich ganz gut hier. Ihr wolltet ja, dass ich jetzt erstmal hier ein bisschen aufschiebe. Das bin ich jetzt gerade am machen. Und gleich haue ich dann auf jeden Fall auch noch ein Pumps and Hoses DLC raus. Hab auch ein Abo da gelassen. Toni, vielen Dank. Ähm, hier, äh, Philipp, ne? Kannst du gerne deinen Bruder mal von mir grüßen? Sagst du mal, soll man ein Abo raushauen, ne? Ist ja kostenlos. Spielst du auch noch ohne das DLC? Klar, Alex. Alex, selbstverständlich. Selbstverständlich. Warum hast du dir das noch nicht geholt? Alex, kein Interesse dran. Gülleverschlauchung. Zum Beispiel. Was muss man denn das DLC kaufen? Muss man das DLC kaufen? Ja, dann kann ich mir den nicht holen. Also, für hier den Livestream bräuchtest du das DLC. Weil wir haben auf der Ortsstream-Farm eine neue BGA gebaut. Die aus dem Pumps and Hoses Pack besteht. Und die sind wir jetzt halt in Betrieb annehmen. Deswegen haben wir heute hier das Gras-Hexen gemacht. Damit wir die Silos vollkriegen. Und die BGA ins Laufen bekommen. Patrick, dankeschön fürs Like. Wichtig Gott, sehr gerne. Mach ich gerne wirklich so. Man kann nicht immer nur nehmen. Man muss auch wirklich mal geben. Und dann macht man einfach mal ein Gewinnspiel. Wie geht's, Tim? Gut, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Upsalat. Moment. Ja, innen an sich rückwärts fahren ist gar nicht so einfach, wenn die Spiegel nicht funktionieren. Das finde ich ein bisschen doof hier mit den Spiegel. Leute, joint dem Server. Wir haben noch Platz. Steigerbau musste anscheinend leider auch gehen. Wir haben noch Platz auf dem Server. Also, wie gesagt, joint sehr, sehr gerne meinem Server. Genau, Viechigott wird mit dem Nightbot. Ich hab's eigentlich auch nicht vor mir zu holen, weil ich immer ohne DLC-Spiele, dass keiner zum Mitspielen Geld ausgeben muss. Ja, ist ja auch okay. Aber ich bin halt der Meinung, zwischendurch kann man das mal machen. Ich verlange jetzt auch nicht von euch Leute, kauft euch das DLC, um mitzuspielen. Also, ich mach's euch ja jetzt nicht so mit, ja ey, kauft euch das, dann könnt ihr heute den Server joinen. Das fände ich ein bisschen krass. Oder fände ich ein bisschen frech. Nein, ich biete es euch an. Oder es einfach zu gewinnen. Ja? Und alle anderen Streams sind ja ohne die DLCs. Da könnt ihr ja so oder so mitspielen. So, okay, alle drei Hexer sind am Laufen. Dann würde ich sagen, fahr ich mal mit dem Klass Axion und unterstützbar. Geiler Stream, mach ich Schluss für heute, war cool. Dass genug Zeit war zum Spielen. Normalerweise ist dann Server voll, aber anscheinend haben doch nicht alle, oder noch nicht so viele das DLC. Ja, das wird sein. Steigerbaum, schön, dass du mit dabei warst. Hast du eigentlich schon Pizza bestellt? Ich lade gerade die Mods von... Alles klar, Nils? Bin schon seit zwei Jahren bei dir. Philipp, vielen Dank. Warum hast du mit YouTube angefangen? Ja, das war ganz lustig. Ja, ich habe erst YouTube gemacht und habe einfach mal ein paar LS15-Videos hochgeladen. Und die kamen ganz gut an. So 200, 300 Aufrufe, finde ich. Ohne Abos ist das viel. Und habe mir dann einfach mal gesagt, ach komm, weißt du was, du gehst jetzt einfach mal live. Erster Livestream, null Zuschauer. Ich habe quasi mit einer Wand geredet. Okay, Steigerbaum, guten Hunger. Ich habe wirklich mit einer Wand geredet. Zweiter Livestream. Ein, zwei Zuschauer. Alexander! Der hat nur noch einen Hänger. Oh, oh. Einfach so als Dank für drei Jahre in deiner Feldbewohner-Family. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank für deine Treue. Vielen Dank für deinen Support. Wie lange? Drei Jahre bist du jetzt schon dabei? Danke schön dafür. Sehr, sehr cool. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war ich gerade am erzählen? Ähm. Was ist... Verdammt. Was habe ich denn jetzt gerade erzählt? Okay, Florian, danke fürs Zuschauen. Ich habe es vergessen. Kann ich auch, inkognito. Ja. Ach, über deine YouTube-Karriere. Naja, Karriere will ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich hin muss. Ich muss da runter. Ähm. Wie gesagt, zweiter Livestream. Ein, zwei Zuschauer. Und da war ich so gehypt. Ich dachte mir so, geil. Da guckt mir gerade echt zwei Leute beim Zocken zu. Und das war im LS17. Auf der Standardmap. Weiß ich noch. An einem Feld, auf einem Hof. Direkt am Hof ein Feld. Habe ich gerade gegrubbert. Da haben echt zwei Leute mir zugeschaut. Mit den beiden habe ich dann auch im Multiplayer gespielt. Weil die wollten gerne auf den Multiplayer kommen. Moin, ich bin André. Der Bruder von Philipp. Moin André. Grüß dich. Herzlich willkommen. Danke für's Einschalten. Und der hat auch abonniert. André, danke schön. Und das ist mir so geil. Und dann habe ich weiter und weiter gemacht. Und dann hatte ich, glaube ich, nach dem vierten, fünften Livestream über zehn Zuschauern. Da war ich schon so, wow. Was geht denn jetzt hier ab? Dann hatte ich so meine ersten 100 Abos voll. Und dann war für mich eigentlich vorbei. Ja, Migo. Dankeschön für die Mitgliedschaft. Herzlich willkommen. Vielen, vielen, vielen Dank. Moin Martin. Wollte mal fragen, ob du weißt, ob man die Rundumleuchten, die man jetzt kaufen kann, auch an die Konsole wie die PS5 benutzen kann. Meinst du das von, ähm, hier, von, ach, wie heißt es denn hier? Ähm, die Dings Edition. Wie hieß die denn jetzt, die Edition? Äh. Warum habe ich die ganze Zeit Platinum im Kopf? Das war nicht Platinum. Die, äh, du meinst diese, diese Hülle da, ne? Mit dieser kleinen Rundumleuchte drin. Ähm, ich weiß nicht, ob die an den Konsolen funktioniert. Kann ich die nicht. Collectors Edition. Danke. Weiß ich nicht. Ich kann, ich weiß nicht, ob die an der Konsole funktioniert, Martin. Ich bin ganz ehrlich. Ich besitze die Collectors Edition. Ich habe die von Giants geschenkt bekommen. Ich habe sie aber noch nicht aufgemacht. Ich möchte die nicht öffnen, weil... Ich will mal wissen, was sie so in 20 Jahren, äh, wert ist. Ungelogen jetzt. Ich will einfach nur mal wissen, was ist ein, 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 ein original verschweißte LS 22 Version in der Collectors Edition mal in 20 Jahren wert. Kann doch gut sein, dass sowas mal Kultstatus bekommt. Wollen wir das wissen? Ich brauche sie ja nicht. Ich habe ja den, 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 das, den LS von Giants geschenkt bekommen, um ein Preview zu machen und die Collectors Edition wurde mir separat nochmal zugeschickt von denen. Und deswegen, äh, ja, ist sie noch original verschweißt. Lucy, Servus. Ja, und dann so bei den ersten 100 Abos dachte ich mir so, okay, ich mache einfach mal weiter. Da saß ich früher sogar noch im Wohnzimmer neben meiner Frau. Und meine Frau musste sich immer Kopfhörer reinmachen und Musik anmachen. Ich kann vor meiner Frau nicht quatschen. Also ich kann mit meiner Frau quatschen. Ich kann auch mit anderen telefonieren. Es geht nur um YouTube. Ich kann YouTube nicht vor meiner Frau ausführen. Da kommt kein Wort bei mir raus. Und dann habe ich immer so geguckt und dann habe ich immer gesagt, so Schatz, und wenn sie nicht reagiert hat, wusste ich, okay, sie hört gerade Musik und hört mich nicht mehr. Ja, und ich dann immer weiter, immer weiter. Und irgendwann, ich glaube, nach einem Dreivierteljahr kamen die 1000 Abos rein. 1000, glaube ich, so ungefähr. Und ja, dann kam der 19er. Dann kamen die 10.000. Und dann habe ich nur gesagt, so, jetzt hörst du auch nicht mehr auf. Und da war der Moment irgendwo knapp vor 10.000, dass ich meiner Frau gesagt habe, hör mal, Schatz, hast du was dagegen, wenn ich so nebenbei YouTube mache? Als Hobby. Und auch mein Name kam von meiner Frau. Ich wollte es euch nur noch mal sagen, ne? Pijoko, der Name, ist auf Grundsatz meiner Frau entstanden. Die hat sich nämlich diesen Namen ausgesucht. Ich habe ihr immer erzählt dann, okay, ich möchte YouTube machen, nebenbei. Als Hobby, es macht mir Spaß. Sie sagt, okay, mach du, solange es nicht überhand nimmt und ich gar nichts mehr von dir habe. Also Influencer, die wirklich von YouTube oder Twitch leben, die sind ja eigentlich fast jeden Tag live. Oder müssen jeden Tag irgendwelche Videos posten, damit sie halt ihre Einnahme haben. Kann ich ja auch verstehen. Aber ich wollte es immer so als Hobby machen. Sie hat gesagt, solange es nicht überhand nimmt, dass ich dich gar nicht mehr sehe, ist das okay. Und dann habe ich ihr halt erzählt, ich brauche noch einen YouTube-Name. Und ich sage so, ich brauche was, was keiner hat, was nicht alltäglich ist, wo kein Gameplay, LP oder TV und sowas vorkommt. Und sie so, okay, was machst du denn jetzt überhaupt? Ich sage, ja, ich werde Simulatoren, also Spiele präsentieren. Ja, dann macht doch Pi-Jocko. Ich sage, ja, P für deinen Vornamen und Jocko ist italienisch für Spiele. Das ist geil, weil ich präsentiere euch ja Spiele, also Pi-Jocko. Und wenn ihr mal fragt, wie wird denn das ausgeschaut, dann sage ich immer Pi wie 3,1415 und Jocko wie das Jotto nur mit C. Janik, viel Spaß dabei. Das war eigentlich, ja, das war so die Entstehung. Sechs Jahre später haben wir fast 50.000 Abonnenten, sind Giants-Partner, Aerosoft-Partner, Astrakon-Partner, Kreativ-Mesh-Partner im Giants-Partner-Programm, Silber-Status im Giants-Partner-Programm. Ich bekomme alle DLCs vorab, darf sie euch präsentieren, ich bekomme alle LS-Teile vorab und darf sie euch präsentieren. Ich habe andere Anfragen, ich bin jetzt gerade mit EA dran für eine Partnerschaft, mal gucken, ob da auch was geht, weiß ich nicht. Es ist einfach nur, es ist einfach nur krass, wie sich das entwickelt hat. Und da muss ich einfach mal Danke an euch sagen, es ist nicht selbstverständlich sowas. Ohne euch wäre das hier gar nicht. Egal, ob es ein Abo, ein Like oder eine Spende ist, ohne euch wäre das hier nicht möglich. Ich habe mal Zock gefahren, das ist Tipee-Stream, das habe ich mir quasi selbst gebaut. Ich kann dadurch mitspielen, weil ich das Tipee-10 nicht habe, kann ich viel Stream genießen. Dankeschön auch für 500 Daumen. Wirst du dich mal zeigen? Das auf jeden Fall nicht. Bau Yoko, das wird es tatsächlich bei mir nicht geben. Egal wie groß ich werde, es wird keine Facecam bei mir geben. Das müsst ihr bitte auch verstehen, ich sehe es immer so. Ihr müsst ja, ihr wollt ja nicht den sehen, der dahinter sitzt, sondern das Spiel an sich. Und ihr wollt euch ja mit mir unterhalten und ihr möchtet ja unterhalten. Ihr möchtet ja, dass ich euch unterhalte. Und nicht, dass ich euch zeige, hallo, hier sitze ich jetzt, hallo, hallo. Nee. Deswegen keine Facecam. Und ich bin einfach nicht der Mensch dafür. Ich habe noch nie, noch nie ein Selfie von mir gemacht. Unter anderem. Fotografieren lasse ich mich super ungern. Ich bin einfach nicht der Mensch, der vor die Kamera gehört, sondern gern hinter die Kamera. Schade, dass wir nur einen Daumen hoch geben können. Ja, du kannst ja einen Daumen runter und einen Daumen hoch machen. Ah, nee, geht auch nicht, ne? Das ist aber doof. Ja, Migu, vielen Dank für 1,49 über den Super Chat. Wann bekomme ich das DLC? Hecht Agar. Dann, wenn du es dir kaufst? Weißt du, wie ich das am besten herausfinden kann? Äh, was denn, Lenny? Äh, ich sehe deine Nachricht nicht. Kannst du nicht bitte in Bann? Ich kann mit dem Drehschirm nicht umgehen und ich entschuldige mich für den Quatsch gemacht haben. Ja, ist okay, Patrick. Ja, Migu, vielen Dank. 1,49 über den Super Chat. Aber Martin oder Patrick. Warum heißt eigentlich hier Patrick und da Martin? Du stehst unter Beobachtung. Wenn ich auch einmal mitbekomme oder meinen Mods, dass du Quatsch machst, gibt es einen Permaban und der ist dann auch nicht mehr rückgängig. Lennart, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich wundere mich selber, dass ich hier noch sitze. Auch kein Animated Camp? Nein, weil ich kenne da ein Video, Zocker Bros, wo die ausgefallen ist und plötzlich hat man ihn gesehen. Ich finde den Server nicht, die einstellen sollten richtig sein. Zweilie, dann sag mir mal deine Einstellungen. So, 95. Ey, was war ich eigentlich? Ach, Axion, 78 und einen schönen Fliegelanhänger. Der ist richtig geil, Leute. Ich war einen wunderschönen Fliegelanhänger. Patrick, das sind die Liegestütze. Was sind die Liegestütze? Ah, dass es mir so gut geht. Sollen wir nochmal 10 machen? Stimmt, ich fahre ja gerade in wunderschönen Class Axion 8,70. Mit diesem richtig geilen Fliegelanhänger. Der ist wirklich geil, Leute. Der macht richtig Laune. Auf jeden Fall. So, einmal rüberfahren. Ich habe jetzt gerade mal in der BGA ein bisschen geschoben. Habe aber gesehen, dass wir mit einem Schieber momentan klarkommen. Deswegen helfe ich beim Abfahren, dass wir hier mal beikommen. Weil das Server ist halt auch noch nicht voll, Leute. Also wenn ihr noch joinen möchtet, könnt ihr das gerne machen. Wir haben noch Platz. Ich muss aber gleich nochmal mit meinem Wund spazieren gehen. Kannst du nicht mal eine Kamera anbringen, sodass man nur das Lenkrad und die Seitekonsole sieht? Nein, Lukas, tut mir echt leid. Auch das möchte ich nicht, weil... Dann kommt meine Frau ins Zimmer, dann steht die mit dabei. Nee. Stell es dir einfach so vor, Lukas, ich habe ein G29 und eine Seitenkonsole von LS-Seitenkonsolen. Und zwar die Größe M. Und damit bin ich hier halt am Spielen. Warst du mal bei einer Vieh-Ausstellung? Wenn nicht, kann ich es dir nur empfehlen. Nee, da war ich tatsächlich noch nicht. Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Aber man kann einstellen, dass man die ausfällt und die Cam nicht mehr aufnimmt. Ah, das geht... Also, ja, ich habe halt nur so ein Video gesehen. Da ist die wirklich mal ausgefallen. Hallo, Tobias. Die neue... Nein, nein, noch die alte, Leo. Die neue ist richtig geil. Die gefällt mir sehr. Hab mir extra einen YouTuber gekannt worden, um dich leicht zu supporten. Lennart, vielen Dank. Die mit den neuen VIP-Schaltern, die Seitenkonsolen ist richtig geil. Aber ich glaube, die kostet 400 Euro knapp, ne? Hallo, Dennis. Tut mir leid, Zuckerbross. Aber bald auch wieder Livestream ohne, ne? Hallo, guten Abend, Christoph. Ich muss dich mal ganz doof fragen. Mit Engelbetsch draus bist du nicht verwandt, ne? Schön, dass du da bist. Jetzt willkommen. 240? Oh, das geht eigentlich noch. Ich habe halt... Ich habe halt das Problem... Also, was heißt das Problem? Die Seitenkonsole M hat halt den Joystick, der nur links, rechts, oben, unten kann. Der kann nicht schräg oben. Und der ist halt das Problem, der hat nur an und aus. Das heißt, mit links und rechts gucken, das ist sehr stotterhaft. Deswegen gucke ich lieber mit der Maus links, rechts. Ja, ich weiß, es gibt dieses VR5, diese Cam-Erkennung mit deiner Kopfbewegung. Aber das geht bei mir gar nicht. Das hat einfach was damit zu tun, ich muss da meinen Kopf verdrehen. Ich habe so oder so schon Nackenprobleme. Ich habe ein Nackenhörnchen an und die Wärmflasche hinten drin. Und wenn ich das jetzt mit dieser Kopfbewegung mache, dann ist, glaube ich, bei mir komplett vorbei. Und deswegen habe ich nicht vor mir die zu holen. Ach, stimmt, Christoph. Sorry, Schande über mein Haupt. Tut mir leid. Hallo, Erika. Welcome back. Ich wollte eigentlich schon mal ein bisschen zurückfahren. Naja, egal. Katrin, moin. Ist dein Setup durch YouTube finanziert? Max, das meiste? Ja. Das meiste ist tatsächlich durch euch möglich geworden. Bin ich ganz ehrlich. Ich sage es euch immer, Leute. Das, was ihr mir spendet, das, was ihr hier rüber bringt mit eurer Kanal-Mitgliedschaft, mit den Spenden, das geht in den Kanal rein. Nein, 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 Lukas. Das ist, ich glaube, diese Kopfcam ist only PC, weil, warum auf Konsole? Das überträgt ja, also das überträgt ja nicht das von der Konsole, sondern du brauchst ja sowieso ein PC zum Streamen, ne? Äh, ist hier mehr geerbt. Ist tatsächlich so. Rücken, also Rückenprobleme, Rückenschmerzen kann man erben. Äh, erben. Äh, Philipp gerne nach dem Stream. Hallo Lukas, hallo Jonas, ich grüße euch. Ah, ist doch schon so lange her, siehste Christoph, dann darf ich das nochmal, ne? Hast du mal in der letzten VR gespielt? Nee. Also es ist wirklich so, ne? Durch die Spenden konnte ich mir dieses Setup hier kaufen, ja. Ja, ich hab früher, Freunde, mein Kanal hat angefangen mit, wie gesagt, PS4. Meine ersten paar Livestreams waren über die Playstation, direkt über die Playstation. Du kannst ja über die Playstation, über die Share-Funktion auch streamen. Da kannst du halt keine Einbildung machen. Gar nichts. Das war mein erstes. So, und dann, ähm, guck mal, beim D-Line-Clip, da heißt die Kamera, PS3 funktioniert aber wohl auch auf dem PC. Welche Kamera von PS3? So, dann die nächsten Streams waren über ein Laptop. Also ich hab PS4, hab dann herausgefunden, dass es ja Elgato gibt. Elgato kann das Bild von einer Konsole an den PC übertragen. Hab mir also einen kleinen Laptop gekauft. Der hat damals 850 Euro gekostet. Hab ich mir selbst gekauft. Und hab darüber dann die Playstation-Streams laufen lassen. Ging ein Jahr lang gut. Dann hat der Computer so langsam den Geist aufgegeben. Weil ich hab dann halt diese ganzen Einblendungen, ne. Und das wird ja immer mehr. Kennt ihr ja bestimmt, ne. Du machst erst so kleine Abo-Einblende. Ach dann, ach ja, könnt ihr auch noch die Spenden einblenden. Und, ach, lass doch mal was für die Leute machen. Machen wir hier diesen Stream of the King oder King of the Stream. Und dann wird der Laptop immer schwacher, schwacher. Und dann kam LS19. Und der Laptop hat den LS19 nicht gepackt. Und das hat mich richtig geärgert. Denn, ich hab von Giant Software den LS19 eine Woche früher bekommen. Und hätte ihn vier Tage früher zeigen dürfen. Ich glaub vier oder drei Tage waren's. Hätte ich ihn früher zeigen dürfen. Ging aber nicht. Weil's der Laptop nicht mitgemacht hat. Ich konnte LS19 spielen, aber dann nicht gleichzeitig streamen. Dann ist das Ding abgekackt. Ja. Und dann hab ich mir so gedacht, so okay, das geht jetzt nicht mehr. Und dann hab ich angefangen mit dem PC zusammenzubauen. Bin zum, ähm, bin zum Shop meines Vertrauens. Hab denen erzählt, was ich mache. Dass ich YouTube mache. Dass ich einen Kanal habe. Und somit einen PC brauche, der gute Games abkann. Ich hab ihm zwar gesagt, es wird jetzt kein GTA oder so geben. Aber gute Grafik auf jeden Fall. Und mit dem Streaming. Und, ja. Die haben ja das dann möglich gemacht. Haben mit dem PC zusammengebaut. Den hab ich jetzt mittlerweile zweimal schon wieder aufgerüstet. Neue Grafikkarte ist drin. Neues Mainboard ist drin. Noch eine externe Festplatte dazu. Und so hab ich mich immer weiter und weiter entwickelt. Jetzt mittlerweile bin ich dran. Ich überleg mir, das mit diesem 4K-Streaming noch umzusetzen. Du kannst ja jetzt in über 2000p streamen, ne? Na dann, gute Besserung. Dankeschön. Ähm, das macht richtig Bock zukommen. Philipp, Dankeschön. Die einstellen alle Karten. Ja, Sprache Deutsch. Ja, kein Passwort. Aus. Warte mal. Kein Passwort. Aus. Ist richtig. Spiel ist nicht voll. Aus. Ist auch richtig. Nur inszenierte Mods DLCs. Aus. Falsch. Musst du anmachen. Wir spielen mit den Pumps & Hoses. Ausnahmsweise mal. Danke für deine geilen Leistung. Die Abos hast du auch richtig verdient. Mich freut es richtig, dass dir wieder besser geht mit dem Rücken mal weiter. So mache ich, Micha. Dankeschön. Ja, klar, Philipp. Kein Problem. Dass ich in ein Mädchen verliebt bin und ich nicht weiß, ob sie in mich. Lenny, darf ich fragen, wie alt du bist? Dann kann ich besser gucken. Spendenziel. Neue Seitenkonsole, alte verlosen. Das ist eine geile Idee, Andy. Gönnen wir uns die neue Seitenkonsole mit dem Joystick, wo man sich besser umdrehen kann und ich verlos die alte und die schenke ich euch dann. Hat mich damals, ich glaube ich habe 210 bezahlt. Ich habe ein paar Prozente bekommen, weil ich ihm halt bei der Konsolenseitenkonsole geholfen habe. Dadurch kriege ich ein paar Prozente und wir sind ja in einer Partnerschaft. Ihr seht ja auch, der Nightbot postet immer mal wieder sein Profil. Die neue ist echt geil, ja. Cerberos, keine Eigenwerbung, ganz schlimm. Hast du Insta? Ja, Max, guck mal, unten ist der Link. Klaus, mach's gut. Mein PC ist jetzt 2019, Januar 2019. Also knapp drei Jahre, aber wie gesagt, zweimal aufgerüstet. Ich habe damals mit einer GTX 1060 angefangen. Jetzt habe ich mittlerweile eine RTX 2070 Super drin. Und damals hatte ich einen Intel i7, 7900. Jetzt habe ich einen Intel i9, 9900. Philipp, das freut mich. Finde ich echt cool, dass zwei Brüder hier im Stream hängen und meine Streams genießen. Sehr cool. Jonas, gut, gut, wie geht's dir? Ich habe auch so eine ähnliche Frage wie Lenny. Leider, also ihr könnt mich nicht wirklich hier als Date-Doktor nehmen, ja. Das ist nicht böse gemeint, aber ja. Wenn man in jemanden verliebt ist, dann ja, einfach mal zu ihr hingehen und sagen, hör mal, ich mag dich, ich mag dich sogar ein bisschen mehr. Und entweder sie ihr erwidert oder sagt, äh, nee, geh mal weg. Also es tut mir leid. Da muss man dann, ja, vielleicht mit der Konsequenz leben, dass das Mädel auf der anderen Seite sagt, nee, ich dich aber nicht. Geht das G29 um die Seitekonsole auch für PS4? Also du kannst die Seitekonsole nutzen, Lennart. Das G29 geht. Und wenn du eine Seitenkonsole auf Konsole nutzen möchtest, dann musst du, Philipp, keine Fremdwerbung. Dankeschön. Dann musst du... Äh, Andy, warum bist du eigentlich immer noch da? Wolltest du nicht gehen? Dann musst du die von Seitekonsole nehmen. Du kannst allerdings nicht die Knöpfe belegen. Da hast du aber zumindest schon mal einen Bahnblinker. Das finde ich immer wieder noch bis heute unerklärlich. So, Leute. Nach viereinhalb Stunden sind wir das erste Mal jetzt unter 200 Zuschauer. Viereinhalb Stunden waren mit Dauer über 200 Leute. Das ist mega. Wir haben auch 22 Uhr mittlerweile. Ich werde gleich, also gleich irgendwann offline gehen und dann werde ich auch mit meinem Mund spazieren gehen. Die musst du bestimmt gleich machen. Ja. 12. Im November bin ich 13. Ja gut, Lenny, also ich muss sagen, ist nicht böse gemeint. Du bist halt in dem Alter mit, da geht noch so ein Zettel. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Ist nicht böse gemeint. Das ist so, du bist ja noch in einem sehr jungen Alter. Also grundsätzlich müsstest du eigentlich einfach mal hingehen und sagen, hör mal. Weiß ich nicht, wie sie heißt. Jasmin, Jennifer, keine Ahnung. Sagst du es hier einfach? Oder? Gib mich nicht bekannt, Maximilian. Ach, du hast Essen, Andy. Ich hatte mich einfach nur gewundert, dass plötzlich wieder da warst. Nein, mag es noch nicht. Ja, ich verlos noch ein DLC, Leute. Ich werde... Ja, ja, Philipp, alles gut. Ich werde noch ein DLC verlosen, auf jeden Fall. Wir werden gleich noch eins... Also eigentlich gut für euch. Je weniger Zuschauer, desto besser die Chance für euch eins zu gewinnen, ne? Gib ich auch nicht... Naja, Maximilian, gib ich nicht bekannt. Ich gebe über mein Privatleben nichts bekannt. Egal, ob es meine Frau, mein Hund, Wohnort, Wohnhaft, Haus, Wohnung. Wie groß ist dein Garten? Hast du überhaupt einen Garten? Hast du einen Balkon? Hast du zehn Stockwerke? Oder wohnst du in einer Sozialwohnung? Gib ich alles nicht bekannt. That is real life. Meet Row, herzlich willkommen. Ich folge ihr seit zwei Jahren, Simon. Vielen Dank. Das ist geil. Zwei Jahre, das ist schon ordentlich, muss ich echt sagen. Also ich habe hier Leute, die folgen mir schon seit sechs Jahren mittlerweile. Die sind schon von Anfang an mit dabei. Auch das gebe ich nicht bekannt, Patrick. Ihr müsst mich nichts Privates fragen. Stream schauen, nebenbei mit Crush schreiben. Wer ist Crush? Wer ist Crush? Kenne ich nicht. Wie groß ist dein Garten? Wer fragt das bitte? Ja, vor allem muss ich ja dann erstmal sagen, welcher Garten? Vielleicht habe ich auch nur einen kleinen Balkon. Den habe ich auch gar nichts. Hast du eine Basilikumflanz? Nein, aber ich habe tatsächlich eine Orchidee. Wir haben eins, zwei, drei, ich glaube fünf oder sechs auch stehen. Hallo Jonas. Dankeschön. Schön, dass es dir gefällt. Es läuft auch sehr gut. Ich glaube, wir haben fast die ganze Map weggerästelt hier. Dass wir natürlich so lange machen, hätte ich nicht gedacht. Also ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir drei Stunden live sind und dann meine Frau schon wieder kommt. Wie gesagt, schreib dir nur, hast du noch Spaß? Ich würde gerne noch woanders was trinken gehen. Das ist okay. Wie kann ich meinen Server stabil kriegen? Was passiert denn genau? Auch sehr cool, Anton. Crush ist die Person, in die man verliebt ist. Was heißt, nee, wie heißt sie? Crush? Moment mal, Crush ist... Hä? Crush ist seine Angebetete. Stehe ich jetzt auf. Wollt ihr mich jetzt verkack eiern? Crush ist... Hä? Ist das heute der neue... Der Jugendslang oder was? Ich check gerade gar nichts. Also Crush ist die Person, in die man verliebt ist. Verstehe ich nicht. Sorry, stehe ich gerade voll auf dem Schlauch oder ist das Jugendsprache? Okay, ist Jugendsprache. Solange ihr nicht Olle sagt, ist alles okay, weil Olle kann ich gar nicht ab. Aber sag doch einfach, ich bin gerade mit meiner Freundin am Schreiben, obwohl dann denke ich, ihr seid schon zusammen. Ich bin gerade mit meiner Liebe am Schreiben. Bei anderen, die joinen, leckt es auf meinem Server. Philipp, was hast du für eine Netzwerkverbindung und bist du per WLAN oder LAN verbunden? Oh, was? Okay, für die Dacke muss ich mich raushalten. Kann ich nicht mitreden. Ich bin 36 und weiß das. Ja, siehste, du bist auch noch die Jugend. Ich bin alt. I have a crush, ich bin verliebt. Ne, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne das noch früher Zettelchen schreiben. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Was ich mal mitbekomme vom Kumpel von mir, der hat auch mal einer Freundin einen Zettel geschrieben. Aber weißt du, was der geschrieben hat? Der wollte ihr schreiben, willst du mit mir gehen? Weißt du, was er geschrieben hat? Willst du mitgehen? Und hat dann hingeschrieben, ja, nein, vielleicht. Und sie hat auf den Zettel hingeschrieben, wohin? Ich fand's lustig. Er hat echt vergessen zu schreiben, gehen. Er hat einfach nur geschrieben, willst du mitgehen? Und sie so, wohin? Hostik, boin. Grüß dich. Schön, dass du mit dabei bist. Cool, dass du mitschust. Und zockst. Eine Frage. Warum steht bei YouTube 48,6 und im Video 48,635? Da hat er das hat damit was zu tun. YouTube, seit, ich glaube, zwei Jahren rundet YouTube die Zahl runter. Das heißt, YouTube zeigt ab einer gewissen YouTube-Größe nur noch abgerundete Zahlen ab. Ich glaube, bis 1000 Abos zeigt es jedes Abo an. Und ab 1000 Abos sind es dann 1010, 1020, 1030. Und ab 10.000 sind es dann 10.000, 10.100, 10.200. Ich habe mir aber meinen eigenen YouTube-Zähler oder meinen eigenen Abo-Zähler gebaut. Also, der ist live, ja. Der aktualisiert jede zwei Sekunden. Und der zeigt einfach die aktuelle Abonnentenanzahl an. Den habe ich mir deswegen da oben eingeblendet. Also, den drücke ich jetzt nicht selber drauf, ne? Wird morgen Restgras gemacht oder morgen was anderes? Ich weiß noch gar nicht, Hostik, ob ich morgen live komme. Schaue ich mal. Ja, da ist schon der erste Fehler, Philipp. Du musst über LAN rein. Erstens, WLAN-Kabel, ganz gefährlich. Wenn man da drüber stolpert, ist vorbei. Aber geh über LAN rein. Bei 1000 immer in 10er-Schritten, die habe ich doch gerade gesagt. Von 0 bis 1000 ist es aktuell. 1, 2, 3, 4, 5. Ab 1000 sind es 10er-Schritte. Und ab 10.000 sind es 100er-Schritte. Und deswegen habe ich hier, wie gesagt, meinen eigenen Abo-Zähler gebaut. Bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich das hinbekommen habe. Und, ja, der zählt jedes Abo. Und wie ist das bei den Daumen? Da zeigt bei mir YouTube auch immer ein mehr an. YouTube zeigt dir einen Daumen mehr an. Also, ich habe 5,21. Wo ist denn hier die Feldausfahrt? Kommt hier keine Feldausfahrt mehr? Manchmal bin ich echt der Meinung. Weißt du, da ist so eine schöne Feldausfahrt. Warum ist dann nicht auch hier eine? Baue ich mir halt meine eigene. So. Und nicht vergessen, den Wasserpegel vom WLAN nachfüllen. Ja. Müsst ihr auch beim Auto immer Blinkerwasser checken, ne? Kann natürlich sein, dass der Like-Zähler vielleicht mal ein, zwei Likes hinterher hängt. Ich glaube, der aktualisiert... Ich glaube, der aktualisiert jede Minute. Habe auch einen Crush im Korb bekommen. Sie hat einen 19-jährigen Freund und ich will sie um den Klären. Hast du Tipps, was Mädchen 13 mögen? Ja, anscheinend 19-jährige Freunde. Kann ich nichts zu sagen, Fischi. Darf mal fragen, welches Auto du fährst. Auch privat. Eins mit vier Reifen und was mich von A nach B bringt. Lukas Löwe. Vielen Dank für Sabo. Herzlich Willkommen. Ciao, Yannick. Mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass du mit dabei warst. So, wer noch Bock hat, auf den Server zu kommen? Wir haben noch ein bisschen frei, ne? Jetzt sind schon ganz andere Themen im Umlauf. Ja, ich finde es cool, dass wir uns so schön heute unterhalten hier. Ich freue mich echt, dass wir uns so schön unterhalten hier. Das Auto ist bestimmt Kanalfirmenwagen. Oh klar, auf YouTube gekauft. Nein, also das Auto ist tatsächlich selbst gekauft. Das mit den Daumen liegt, glaube ich, an irgendwie, wenn ich like, zeigt es nur in YouTube an. Oh, das weiß ich nicht. Hast du bei deinem Treckerblinker was aufgefüllt? Ist überbewertet. Dating App Pijoko Stream. Ja, ist schon fast so wie bla bla bla. Machen wir. Welche Treckermarke ist die beste? Das muss jeder für sich selber bestimmen. Puma, meine Lieblinge sind John Deere und Klaas. Das ist bestimmt ein klasse Wagen. Er ist auf jeden Fall so klasse, dass er mich von A nach B bringt. Das kann man aber auch weit definieren. Also ich fahre kein Maybach oder so. Das ist einfach ein Auto. Für mich ist das Auto, bringt mich von A nach B. Also investiere ich lieber mehr in meinen Kanal hier, weil da kann ich auch was zurückgeben. Wie zum Beispiel Pumps & Hoses DLC. Kannst du bitte die ganze BGA zeigen? Adrian, die BGA. Ja, die ist aber auf der anderen Seite. Hast du auch in den Rundleuchtenflüssigkeit nachgefüllt? Nee, nee, nee. Die laufen über Batterien. Die laufen immer. Bist du denn echt schon mal Dreck gefahren? Ja, mit 16, 16, 15 so rum bin ich bei allen alten Case gefahren. Smiley Gaming, Ausrufezeichen mitspielen. Was ist deine Lieblingsmap? Old Stream Farm. Ich bin ein ganz großer Liebhaber der Old Stream Farm. Ich finde sie einfach sehr ansprechend. Sie ist schön für Single sowie Multiplayer. Und ich muss echt sagen, es ist eine Map, die ist schön aufgebaut. Die hat einen schönen Hof. Und sie macht einfach viel Spaß. Keine Ahnung, Leo. Wo soll ich das wissen? Nee, nee, bin doch nicht so reich wie Monte. Und ich muss ganz ehrlich sein, also wenn ich viel Geld hätte, also so im Überfluss, dass ich mir einen Lamborghini leisten könnte, ich würde mir keinen kaufen. Ganz ehrlich, Leute, wenn ich wirklich Geld zu viel hätte, dass es mir aus dem Arsch rauswächst. Mein absolutes Traumauto, Audi RS4 Avant. Einfach zu geil. RS4 oder RS6 Avant. Das wäre in so einem Auto, das würde ich mir dann holen. Bigondo, wie kommst du denn da drauf? Ja, ich habe einen Schokoriegel liegen lassen. Ich habe ja zwei Stück. Ich sage mal so, Lukas, wenn du nur LS spielen willst, ohne zu streamen, kriegst du gute PCs ab 700, 800 Euro so rum. Dein armer Rücken, ja natürlich. Also so ein RS4 ist natürlich nicht gut für den Rücken. Die sind steinhart. Sind halt super Sportwagen, ne? Aber wenn ich es hätte, sowas würde ich mir holen. Das ist so absolut mein Traum. Hi, Lukas. Moin. Oh. 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 Was hat denn hier passiert? Nissan Skyline, auch geiles Auto. Was ist denn hier passiert? Vor allem, wo ist eigentlich der zweite Anhänger hier? Ist euch mal aufgefallen, dass der Akkuliner hier alleine steht? Hallo Daniel. Wo ist der zweite Anhänger hin? Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich fahre den aber mal kurz auf den Hof. Dass wir hier schon mal ein bisschen aufräumen. Das heißt jetzt nicht, dass wir Stream Ende machen. Alter, weil der ist auch noch voll. Oh oh, den müssen wir da echt rausbekommen. Ich fahre den hier mal kurz auf den Hof. Dann haben wir den schon mal weg. Ich weiß halt nicht, wo der zweite Anhänger da von hinten ist, ne? Seitdem der neue 7 Monate raus ist, gibt es den 800er auch nicht mehr. Oh, da kennt sich jemand. Ah ja, heißt auch Best of Fendt. Natürlich kennst du dich mit Fendt aus, ne? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Grüße aus Österreich. Daniel, grüße nach Österreich. In einem RS steigst du aus allen Vieren aus. Ja, ja. Nein, das ist so ein absolutes Traumauto. RS4 Avant, RS6 Avant. Ich finde halt die Audis sehr, sehr geil. So, jetzt wieder rüber. KTM Motorrad. Ja, ich, ich, also ich, ich habe nichts so von Motorradfahren. Hätte ich viel zu viel Angst, also, dass mir da was passiert und ich tot bin. Ja, kann im Auto auch passieren, aber im Motorrad eigentlich noch schneller, ne? So. Jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir den hier rausbekommen, Leute. Ah, sie verschieben hier schon mit vereinten Kräften. Stimmt, es gibt jetzt einen neuen R8, ne? Gibt da jetzt, Audi baut da jetzt den neuen R8 mit 650 PS oder so waren es. Gibt da irgendwie jetzt so ein neues Modell, ne? Ey, 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 lass mein Glas heile hier, ne? Mein Traum ist Audi RS6, ja. Vor allem, die machen halt Krach, ne? Habt ihr gesehen, hier, es gibt da jetzt einen BMW XM, habt ihr den mal euch angeschaut? Richtig geiles Auto. Nur das Goldene gefällt mir nicht. Habt ihr gesehen? Es gibt einen BMW, der erste BMW XM. Plug-in Hybrid. Also, fährt auf Elektro und als Verbrennungsmotor 650 PS, glaub ich. Richtig schön. Nur die goldenen Streifen gefallen mir nicht und die kann man nicht wegkonfigurieren. Ich hab mir immer aus Spaß einen konfiguriert. Da kannst du ja nicht viel konfigurieren, weil... Doch, das geht, Smiley. Da kannst du ja nicht viel konfigurieren, weil ist ja schon ein M. Da ist ja schon alles Standard. Aber du kannst kein... Da sind so goldenen Streifen auf dem... Auf der Karosserie. Die kannst du nicht abwählen. Weil das finde ich zu proletenhaft. Gold gehört nicht auf ein Auto. So. Schön, ne? Hier schön mit den... Fenster auf, Scheibe, ne? Also Tür. So, wir haben's geschafft. Hänger ist befreit, wäre auch schade drum, wenn wir den hätten wegschmeißen müssen. Wir waren nämlich ziemlich voll. Traum. Subaru, Impressor. Steed 22B kenn ich hier auch nicht. Ein Impressor. Ciao Patrick, mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass du mit dabei warst. So, danke schön, Leute. 637 Abos. 130 Abos heute gemacht. BMWZ4. Schönes Auto, ja. Cabrio, ne? Traum 711er Wario. Ach, jetzt sind wir schon bei Traktoren angekommen. Okay. So, jetzt kommen natürlich gerade richtig viele Fahrzeuge in die BGA. Weil wir jetzt gerade den einen da befreien mussten. Dadurch hat sich das hier jetzt ein bisschen gestaut. Jetzt muss ich erstmal gucken. Da hinten sehe ich sie häckseln. Hat mal irgendwo hier, habe ich mir doch die Feldeinfahrt gebaut. Ne, da war sie. Oh, Fischi, da kenne ich mich so gar nicht aus. Tut mir echt leid. Was sagt es zum Pistenbullys-Elektro? Pistenbullys gibt es jetzt auch als E. Okay. Ach so, die sind da schon. Okay. RSQ-8. Ah, viel zu groß, Philipp. Ich war mal beim Audi-Verkäufer. The Donny. Vielen Dank für das Abo. Hab mich mal aus Spaß reingesetzt. Audi RSQ-8. Was ein Panzer. Also da in die Innenstadt kannst du vergessen. Kannste vergessen. Gar keine Chance. Die sind viel zu groß. Ja, ist geil. Vom Innenraum diese zwei Displays. Wobei ich finde, es sind schon wieder zwei Displays zu viel. Früher noch mit Knöpfchen drehen. Ja, werden immer weniger Knöpfe. Immer mehr Display. Aber, äh, viel zu fett. RSQ-8. Panzer. Panzer, sag ich nur. Naja, das ist zu viel. X7. Oh, X7, stimmt. Gibt es auch X7 bei BMW, ne? Ja. Übrigens, Leute, ein Kanalmitglied noch. Dann haben wir das Ziel von 100 geschafft. Vielen Dank. Sehr geil. Ja, aber. Mit einem Fan fährst du nicht einkaufen. Oder im Alltag rum. Wir reden ja von Alltagsautos. Traumauto. Audi S3 V8. Ein S3 hat kein V8. S3 hat einen Vierzylinder. RS3 hat einen Vünfzylinder. Der legendäre Vünfzylinder. Ich kann heute beim Sedieren zugucken. Anton, sehr cool. Und? Ja, aber. Nee, Max. Wenn du dir ein Audi S3 leisten kannst. Mit einem Vierzylinder-Motor. Und sag ich mal, 20.000 Euro in die Hand nimmst, um dann ein V8 reinzubauen. Ich glaube, ein V8 passt da erstens gar nicht rein. Kannst du dir auch einfach einen RS3 holen. Hast einen schönen Fünfzylinder. Mit Andi 400 PS. Und der Fünfzylinder ist einfach nur legendär, weil den bauen nicht viele. Audi hat ihn. RS3. Audi RS TT und RS Q3. Das ist genauso wie diese Tuning-Schmieden, die dir dann, keine Ahnung, für 5.000 Euro 50 PS da rausholen. Ja, aber dann lieber die 5.000 Euro und hol mir vielleicht ein anderes Auto, was genauso viel PS hat. Eventuell. Hallo Chris, moin. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Bin heute das erste Mal Hexer gefahren. Lennart, sehr cool. Was nicht passt, wird passen. Genau, Vorschlaghammer, da ein bisschen ausbollen, da ein bisschen weiten, da passt auch ein V8 da rein. Jeep Rubicon Wrangler Ultimate. Kenn ich nicht. Ich bin nicht so für die SUVs, da kenne ich mich nicht so gut mit aus. So, Jule, bist du nicht fast schon voll? Na, sieht so aus. Jule voll. Jupp, Jule ist voll. Hallo Paul, guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. So, Leute, wir haben die 5 Stunden. 5 Stunden Livestream. Ich habe jetzt einen geliked, geteilt und abonniert. Chris, danke schön fürs Abo. Leute, 5 Stunden. Nee, besser fängt noch gar nicht. Alter, 5 Stunden Livestream. Das ist geil. Wenn du dir jetzt ein Elektroauto kaufen musst, was für ein würde es sein? Vollelektro oder Hybrid? Vollelektro, ne? Hast du TikTok, Lennart? Nein. Es gibt zwar einen TikTok-Kanal von mir, das ist aber ein Fake-Account. Den bitte einfach mal melden, wenn ihr ihn seht. Vollelektro. Also, wenn ich mir ein Vollelektroauto kaufen müsste, dann ist mir die PS gar nicht so wichtig. Ich würde mir tatsächlich einen Skoda holen. Und zwar der Skoda... Ach, wie hieß der jetzt? Der VRS. Also VRS als Optik. Der ist ein Vollelektro ist mir eigentlich gar nicht gepäßig. Wie hieß der jetzt? Skoda... Skoda Enyaq. Genau, es gibt doch diesen Skoda Enyaq VRS. In einem richtig geilen Giftgrün. Der ist geil. Müsst ihr echt mal googelt machen. Gebt den wirklich mal bei Google ein. Der sieht sowas von geil aus. Chris, hier ist nicht Cristiano Ronaldo. Moin, Moin. Einfach schon 5 Stunden zugucken. Jonas, mega. Dankeschön. Audi Quattro. Ja, der Ur-Quattro, ne? Erinnert mich an Epix. Von früher der Epix. Der war auch Ur-Quattro-Fan. Muss auf, schönen Abend noch. Lennart wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ihr müsst ja mal gucken. Ich meine, der heißt... Skoda Enyaq VRS. Den Giftgrün, den gibt es in Orange und in Giftgrün. Und dann gibt es auch Giftgrüne Innenausstattung. Der sieht richtig geil aus. Mein Juni. Ich habe eine RTX 2070 Super. Bin schon mal in meinem Jaguar mitgefahren. Auch cool. Audi e-tron. Ja, Audi e-tron hat auch was. Vor allem e-tron RS, ne? Ha ha. Aber wisst ihr, was da einfach übertrieben ist? Der hat zwei Motoren. Einen vorne, einen hinten. Der vorderen Motor treibt die Vorderachse an. Der hintere Motor die Hinterachse. Das heißt, du hast fast nichts mehr an Kofferraum. Zwei Batterien dabei. Wenn eine Batterie kaputt geht. Ich glaube, die kostet 20.000 Euro. Das ist noch so ein bisschen dieser Spalt, ne? Du kaufst dir ein E-Auto. Das heißt aber, ich glaube, 10.000 oder 20.000 Euro für die Batterie. Hast du schon mal den M5 CSI gesehen? Nee. Ich habe aber das letzte Mal einen Alpine BMW gesehen. Die sind auch schön. Oder ein alter 8er BMW. Mit weißem Leder. Ei, 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 ei. Was auch gut ist, Mercedes GLS. Oh, das ist auch so ein bisschen Panzer, ne? Findest du es gut, dass es einen Fan-Account von dir gibt? Also ich finde es nicht gut, dass es einen Account von mir auf TikTok gibt. Weil TikTok kann ich echt nicht ab. Deswegen, alle, die den auch da finden, sind den am melden. Weil er hat ohne meine Erlaubnis einen Account über mich erstellt. Genau, Leo. Skoda Enyaq VHS. Der ist das, ja. Skoda sind auch schöne Autos, muss man sagen. Ja, so Fan-Account. Es gibt eine Instagram-Fanpage. Die ist aber leider auch runtergegangen. Also die ist tatsächlich mit meiner Erlaubnis erstellt worden. Aber leider, ja, Fischi, ich werde heute noch ein Pack verlosen. Leider ist, ähm... Fischi, warum hast du jetzt den zweiten Kanal gemacht? Was sagen Sie, dass ich dir nicht beantworte? Kennst du die Automark Alpine? Ja, so BMW, oder nicht? Ähm... Schönes Wochenende. Wie gesagt, wir schauen mal, ob ich vielleicht morgen nochmal live komme. Ach, der heißen beide jetzt, Fischi. Ich suche dir deine Streams, weil du so geilen Content machst. Philipp, vielen Dank. Aber wie kann das sein? Du hast doch gerade erst abonniert. Vielen, vielen Dank, Philipp. Grüße gehen raus an dich, an deinem Bruder. Sitzt ihr eigentlich gerade nebeneinander? Oder zwei Zimmer? Nein, gib mal bei Google Alpine A110 ein. Wie voll bin ich? 63. Okay, hab Zeit dafür. Alpine A110. Was ist das? Auf dem ersten Weg sieht er aus wie ein Porsche. Ne, kenne ich nicht. Hi Patrick, zum Thema Skoda. Hab ein Fabia, 75 PS an der Fabian Kombi, 90 PS. Nächste Stufe wäre ein Octavia mit 246 PS. Skoda macht schöne Autos. Aber die VHS-Modelle sind schön. Gibt auch den Skoda Kodiak VHS 240 PS. Ist der erste Skoda mit Soundmodul. Haben die ja mal ausprobiert. Ist nämlich ein Diesel. Da hat sich Skoda aber was gewagt und ein Soundmodul eingebaut. Und das kommt so richtig gut an. Guten Abend, Daniel. Grüß dich. Mein Lieblingsserie, The Big Bang. Meine Eltern hatten mal ein M3 E36 als Cabrio und Dunkelblau Metallic als Sonderlacki mit weißer Leder Vollausstangen. Das war ein geniales Auto. Und die sind richtig was wert. E36. Keine Ahnung warum. Aber die sind richtig was wert, ne. So Leute, let's go. Ein Abo noch. Dann haben die 640 drin. Ich denke mal, dass wir so langsam mal in den Feierabend gehen könnten. Ich werde noch einen DLC, also einen Pack verlosen. Eins haue ich gleich noch raus. Aber ich glaube, also wenn ihr mir nicht böse seid. Ein Skoda Octavia von 98. Oh Arthur, treues Auto, ne. Dass ich dann mal so langsam offline gehe, weil mein Hund auch mal langsam wieder raus muss. Schreck hintereinander. Ja, okay. Kennst du die Serie, die Rettungsflieger oder die Chicago Fire? Äh, ja. Vom Namen her. Kenne ich sie. Aber es gibt ja auch mittlerweile viele. Was, du gehst jetzt noch spazieren? Klar. Soll ich mal dem Hund sagen, halt bis morgen ein? Die will doch morgen wieder bis 11 Uhr pennen. Es ist einfach so, Leute. Mein Hund ist Langschläfer. Wenn ich um 8 Uhr hier Sonntagmorgen streamen, sage ich nur. Wenn ich da mit ihr dann um 7 Uhr oder so aufstehen möchte, damit ich um 8 Uhr live gehen kann. Boah, da ist die am rummeckern. Anton, gebe ich nicht bekannt. Da meckert die rum. Ich dachte, spezialist nicht Beam MG. Ey, Beam MG ist ein richtig geiles Spiel, wenn du sowas testen möchtest. Ja. Danke, 640 Abos. Mein Hals wird auch langsam trocken. Schaust du TV? Ne, nur Sonntagsabends. Jetzt aber auch nicht mehr, weil läuft nicht mehr Goldrausch, habe ich immer geguckt. Das war's. Ja, ich denke mal, dass wir wirklich so langsam mal in den Feierabend gehen können. Mann, Leute, ich sitze seit über 5 Stunden hier. Ich denke mal, also ich finde, ich bin selber, ich bin selber überrascht, dass ich heute so lange konnte. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Am Bauer Joko. Ich bin normalerweise wirklich Frühaufsteher. Normalerweise. Genau, Maximilian. Also früher bin ich ja für die Livestreams um 7 Uhr. Na, ich habe ja früher meine Livestreams sonntags immer um 8 Uhr gemacht, bis halb 11. Dann habe ich meine Frau geweckt und sie hat einfach nichts vom Stream mitbekommen und ich konnte mir dir den Sonntag genießen. Dafür bin ich halt immer um 7 Uhr aufgestanden. Dann bin ich erst mit meinem Hund spazieren gegangen. Wo fahre ich eigentlich gerade hin? Wo bin ich? Da unten! Ich bin falsch gefahren. Ähm, bin dann mit meinem Hund spazieren gegangen, habe was gefrühstückt und bin dann um Punkt 8 Uhr live gekommen, bis halb 11. Deswegen, also ich bin eigentlich immer Frühaufsteher, weil ich halt auch was vom Tag haben will, ne? Ja, aber läuft ja nicht mehr, Philipp. Staffel ist vorbei. Ich weiß jetzt nicht, wann eine neue kommt. Ich hoffe, dass diesen Monat eine neue anfängt. Ich liebe diese Serie. So, ich bin falsch abgebogen. Wir haben vor einem Monat ein Lohnunternehmen für Erdbau und Forstwirtschaft gegründet und es läuft zum Glück sehr gut, wofür wir auch sehr dankbar sind. Lukas, sehr cool, auf jeden Fall. Dankeschön, Daniel. Trucker Babes? Nee, nee, hab ich früher mit meiner Frau geguckt, aber irgendwie war die nächste Staffel dann nicht mehr so interessant. Nee, so langsam merke ich es auch hier. Hals wird trocken, Hals fängt an zu kratzen. Also so langsam könnten wir in den Feierabend gehen. Rücken fängt so langsam an, der Hintern fängt an einzuschlafen und wie gesagt, ich denke mal, mein Hund müsste mal raus. Ich bin Dorfkind, bester Fan, schon immer. Ich brauche das einfach. Abends, wenn ich pennen gehe, Fenster auf und nichts hören, außer die Grillen. Perfektes Leben, sage ich nur. Ich habe auch die Befürchtung, dass meine Frau vor 0 Uhr nicht nach Hause kommen wird, aber ist okay. Habe ich kein Problem mit. Wenn ich gleich dann mit meinem Hund wiederkomme, mache ich mir noch eine Tüte Chips auf, haue mich auf die Couch und zockt ein bisschen am Handy. Wenn ihr Bock habt, wir können gerne noch was schreiben dann. Daniel, guten Abend. Wir können dann gerne noch was schreiben. Discord und Instagram dürft mich gerne anschreiben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt und so, können wir gerne noch ein bisschen zusammenschreiben. Seid gerne mit dabei. Achso, ähm, die Maschinen, wäre ganz gut, wenn alle so langsam Richtung Hof kommen. Pekki hatte gestern fünf Zuschauer durchgegangen. Fischi, letzte Verwarnung. Keine Eigenwerbung, ansonsten gibt es einen Permabahn. Das macht man nicht, Fischi, hier gehört sich nicht. Daniel, Ausrufezeichen Insta. Wie viel Uhr circa, Klettermax, wie viel Uhr circa was? Aber ich finde es mega geil, dass wir hier über fünf Stunden im Durchschnitt 230 Zuschauer waren. Einfach nur richtig geil. Also wirklich, Dankeschön dafür. Und wir haben auf jeden Fall viel geschafft. Leon, moin, grüß dich, Aurora, gute Nacht. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wegen Discord-Chat, achso. Äh, kann ich jetzt offline? Ja, so ein Viertel nach elf. Ich denke mal, so ein Viertel nach elf könnte ich da sein. Äh, Andy, ähm, ich bin meistens lieber auf... Obwohl, ne, eigentlich beides gleich. Alter, der ist ja auch schon fast voll. Boah, was haben wir hier weggehexelt, Leute? Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist sehr geil. Das ist wirklich geil, also... Wow. Ja, viel, viel, wirklich viel weggehexelt. Dankeschön, Joe, mach's gut. Gute Nacht wünsche ich dir. Bis zum nächsten Livestream. Wie gesagt, vielleicht bin ich morgen schon wieder live. Was macht man denn jetzt mit dreieinhalb Millionen auf dem Konto? Ja, Traktoren kaufen. Was sonst? Aber muss ich noch gucken, ob ich morgen live bin. Während ich live komme, ich werde es ankündigen. Ich kann es euch aber echt noch nicht versprechen. Ich weiß jetzt nicht, was meine Frau jetzt morgen geplant hat. Na, deswegen, es könnte tatsächlich so passieren. Aber das werden wir noch sehen. So, dann gucke ich mal, passt der Hänger? Ja, der müsste eigentlich noch daneben passen. Ah, geil, wie viel wir hier weggehexelt haben. So, Leute, jetzt nochmal aktiv im Chat da mit dabei sein. Abo und Like raushauen. Und dann gibt's jetzt gleich noch ein DLC für euch. Entschuldigung, ein Pack. Hab einen Vorschlag, du könntest einen Highlight-Kanal machen. Ja, das Problem ist halt, Max, es müsste ja auch jemanden geben, der diese Highlights erstellt. Ich hatte mal jemanden, der hat aber momentan wenig Zeit. Er wollte aber eventuell nochmal ein Best-of machen. Aber das poste ich grundsätzlich auf meinem Kanal dann. Ich wollte gerade sagen, der muss doch da reinpassen. Ich stelle den anderen Grad nochmal gerade. Dann ist hier auch mehr Platz. So. Ja, nicht wundern hier, ne, Soundprobleme, das ist leider so auf der Map. Je nachdem, wo ich mich bewege, habe ich halt so leichte Soundprobleme, dann ist der Sound kurz noch weg. Ich finde, als Spannenspack die BGA, ich auch, Anton. Deswegen nutze ich das Pack hier auf der Ortsstream-Farm auch, weil dieses Pack, ich finde den Bau einer eigenen BGA mit Methanproduktion und Elektrizität und so einfach richtig spannend. Hallo Elias, moin. Soll ich nochmal kurz das Gewicht hier auf? So. Dann können die anderen jetzt so nach und nach gerne abkippen, die Hänger unterstellen, Traktoren unterstellen. Dann geht's so langsam in Feierabend. Moin Maurice, grüße dich. Na, Drohnenpilot, Ortsstream-Farm. Wenn man einen eigenen Trecker hältst, welche wäre das? Keine Ahnung. In real life, absolut keine Ahnung. Das kann ich echt nicht sagen. Was würdest du sagen, Klassiker, passt denn im Aufsatz in Pink? Ja, ist perfekt was für Daniel. Wie viel ist rumgekommen? Leo, können wir gerne mal gucken? Es dürften nur ein paar Millionen sein. Trecker waschen wird heute überbewertet. Wir haben hier 900, ja, knapp 960.000. Wenn der jetzt abkippt, haben wir 69.000. Hier haben wir 351.000. Das sind 1,2 Millionen. 1,2. Ja, Klettermax. Warte, ich kann aber auch gerade einen noch hierhin platzieren. Natürlich, also Leute, wenn ihr gerne sauber machen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Ich stelle euch hier vorne einen Kerscher hin. So. Ähm. Was hat mir jetzt? 965. Äh, äh, 1,3. Das sind 1,3 Millionen. Jetzt gehen wir einmal kurz hier rüber zur BGA. 1,3. Achso, das kann ich jetzt leider nicht sehen. Das ist abgedeckt. Ähm. Was passt denn hier rein? 2 Millionen? Ich würde sagen, 2 Millionen passen rein. Also müssten so 2,3 Millionen Liter sein. Und wie ihr seht, guck mal, wir haben es fast komplett geschafft. 5 Stunden und 15 Minuten. Wir haben hier oben angefangen. Die sind schon wieder im Wachstum. Das ist übrigens auch die Allstream-Farm. Also keine erfundene Map. Die Map gibt es. Ist unser wirklich, also unser, unser Gameplay. Unser Livestream-Map. Wo wir auch wirklich das Geld erwirtschaften. Also es ist nichts hier, das war die Allstream-Farm, die ich nie wieder spiele. Das ist die Allstream-Farm, so wie wir sie haben. Nur, dass wir jetzt hier die eigene BGA haben. Das Pumps & Hoses nutzen. Und beim nächsten Mal natürlich auch. Die BGA hier in Betrieb nehmen wollen. Das heißt, wenn die, wenn das Gehäckselte hier gegärt ist. Das ist übrigens wegen der Absperrung. Wenn das Gehäckselte hier gegärt ist. Wenn wir hier die BGA auch in Betrieb nehmen. Das bedeutet hier. Schön mit dem Glas. Und vielleicht einem Volvo. Oder einem Liebherr. Volvo-Radler. So, guck mal, ob kommt. Aber Liebherr. Hier den BVL. Ne? Den Vielfraß füllen. Methanfackel muss ausbleiben. Wir werden dann Elektrizität erstellen. Wir werden hier über die Gehreste die Gülle-Separierung in Betrieb bringen. Das wird alles kommen, Leute. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Also, es ist nicht einfach nur so eine Häcksel-Map, die wir nie wieder spielen. Da sind wir schon fleißig dran. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, sehr, sehr geil. Also, falls ich morgen online komme, dann denke ich mal, wäre das irgendwo um die Mittagszeit rum. Ich muss einfach mal schauen, Leute. Ich weiß es jetzt gerade noch nicht. Ich weiß halt auch nicht, dass vielleicht sagt meine Frau morgen auch, oh ne, ich hab doch keine Lust zu Dingsen hier, ihrem Hobby nachzugehen. Ähm. Das ist Pumps & Hoses, Anton. Die Absperrung. Kann natürlich auch sein, dass sie gar nicht mehr will. Dann bin ich morgen nicht live. Wenn sie aber sagt, ja, ich würde gerne was machen, dann würde ich live gehen. Wie gesagt, die Ankündigung würde dann spontan kommen. Aber ihr werdet auf jeden Fall eine Ankündigung haben. So, Freunde. Jetzt, ich würde sagen, die letzte Verlosung machen wir über ein Giveaway Keyword. Und zwar Hashtag... Ich poste euch das mal rein. Wir machen Hashtag 50k. Weil wir sie bald haben. Wir treffen uns jetzt noch alle in der BGA. Hier, Leute. Alle Hashtag 50k. Müsst ihr nicht spammen. Dankeschön, Kai. Einfach einmal reinschreiben. Mein Nightbot aggressiert euch dann. Hier sind sie alle. Übrigens, Leute, ne? Hier, Maschinen bitte noch. So, das machen die bestimmt noch. So, Freunde. Dann werden wir jetzt noch ein Pumps & Hoses raushauen. Und dann werde ich mich gleich... Ich gleich... Gleich werde ich mich auch noch um die Gewinner kümmern. Also schreibt mich an, ne? Für die, die gewonnen haben. Und dann kann ich mich da auch noch drum kümmern. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Ah, ist das schön hier. Die ganze Community hängt zusammen. Ist euch mal aufgefallen? Voll viele in Klaas, ne? Klaas, Klaas, Klaas. Jetzt würden sie alle nur noch Klaas mögen. So. So. Nightbot. Ich würde sagen, wir losen mal aus. Da sind noch viele, 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 die Bock auf das Pumps & Hoses Pack haben. Auf jeden Fall vielen Dank an all die, die jetzt schon mit dabei waren. Wir sind hier um viertel... Ah, Simon! Pff, der mich jetzt erschrocken. Wir sind hier, das finde ich krass, um viertel vor elf am Abend noch 180 Zuschauer. Ah, es ist mega geil. Ich muss noch einmal Danke sagen für 559 Likes, wer noch nicht geliked hat, ne? Ihr wisst, wie es geht. Kostenfrei gerne abonnieren. Ich glaube, ich muss hier diesen Subscribe mal auf Deutsch suchen. Und jetzt, Leute. Das nächste Pumps & Hoses Pack geht an... Logo 07. Logo 07. Logo 07. Bist du da? Wahrscheinlich, ne? Logo 07. Ähm... Are you anwesend? Wenn nicht, geht das Pack direkt an den Nixen raus. Ich gucke mal. Entweder er ist da, oder er ist nicht da. Einfach mal kurz reinschreiben. Logo 07. Du bist da. Perfekt. Ja, mein Glückwunsch. Natürlich hoffe ich, dass du Abonnent bist von diesem Kanal. Und ich dich auch öfters in meinem Livestream begrüßen darf. Ich habe es immer ungern. Klar, jeder darf hier gewinnen. Jeder darf am Gewinnspiel mit teilnehmen. Aber ich freue mich natürlich immer am meisten darüber, wenn es Leute sind, die mich auch schon abonniert haben. Und auch im Livestream immer mit dabei sind. Und nicht nur irgendwas einsahen und dann abhauen. Ich will es gerne nochmal betonen. Ich habe mal ein iPad verlost. Das habe ich von Giants Software bekommen, um LS20 darauf zu spielen und zu präsentieren. Habe ich auch gemacht. Und dann hat Giants mir den Vorschlag gemacht, verlost das zu Weihnachten. Das Tablet hat 1600 Euro gekostet. Das habe ich verlost. Und den Abonnenten habe ich danach, glaube ich, noch ein, zweimal in meinem Livestream gesehen. Und dann leider gar nicht mehr. Aber Logo natürlich Glückwunsch an dich. Schreibt mich bitte auf Instagram oder Discord per PN, also persönlicher Nachricht, an. Und den Rest machen wir dann da fertig. Heute, wie gesagt, drei DLCs rausgauen. Beim letzten Mal nochmal eins. Somit habe ich schon vier Leute hier glücklich gemacht, hoffe ich zumindest. Und ja Leute, an euch sage ich ganz ehrlich, vielen, vielen Dank für diesen geilen Livestream. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Der Rücken hat fünf Stunden und zwanzig Minuten mitgemacht. Da bin ich mega stolz drauf. Bevor der Rücken schlapp macht, macht jetzt eher schon meinen Hals schlapp. Ich bin ja eine Sabbelschlibbe. Blablabla, blablabla, blablabla. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall erstmal an all die, die mitgespielt haben. Mega, mega geil von euch Leute. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War ein toller Stream. Waren geile fünf Stunden und zwanzig. Hat mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank für 48.645 Abonnenten. Das sind 140 Abos, die wir heute hier rausgeballert haben. Vielen Dank für fast 600 Daumen. Und ganz, ganz fettes Dankeschön an alle Kanal-Supporter. Egal, ob es eine Spende, eine Mitgliedschaft oder sonstiges. Leute, vielen, vielen Dank dafür. Ich gucke mal, ob die Credits funktionieren. Ich hoffe es, dass sie funktionieren. Da wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viel Spaß mit. Mit den Credits. Ich hoffe, sie gehen. Und ja, wie gesagt, vielleicht sehen wir uns morgen schon wieder. Ansonsten würde ich mich auf den nächsten Livestream mit euch freuen. Wenn ihr dann wieder einschaltet, wäre perfekt. So, ich hoffe, sie funktionieren jetzt. Also, sie laufen auf jeden Fall schon mal. Aber beim letzten Mal wurden die Spenden und die Abos nicht angezeigt. Ich hoffe, dass jetzt alles angezeigt wird. Und dann schalte ich mich auch hier ab mit dem Mikro. Und dann wünsche ich euch noch ein ganz, ganz schönes Wochenende. Und ich hoffe, dass wir uns alle zum nächsten Livestream wiedersehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Es funktioniert. Alles klar, Leute. Viel Spaß. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020